Schön, dass ihr alle da seid und Lust habt, hier wieder mit dabei zu sein bei einer weiteren Runde Game of Quartz, in dem Fall Staffel 3 schon. Also wer hätte, glaube ich, am Anfang gedacht, als Ecke und ich damit begonnen haben, dass das jetzt schon so weitreichend läuft. Und heute in der Special Edition Battle of Westeros. Ich persönlich freue mich sehr darüber, ich bin ein sehr, sehr großer Game of Thrones Fan und ja, freue mich, dass ihr alle hier seid. Auch an der Stelle noch kurz ein Hallo von mir. Ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt schon das dritte Mal mit Game of Quartz unterwegs und ja, diesmal hoffentlich funktioniert alles stabilitätstechnisch. Wir gehen ein kleines Risiko ein, das erste Mal eine große Overall Mod zu benutzen in Game of Thrones, aber ich glaube, wir alle haben Bock und drücken jetzt einfach mal die Daumen, dass das hier stabilitätstechnisch über die Bühne geht. Getestet wurde es, aber man weiß ja nie, das ist immer noch Paradox-Multiplayer. Ja, genau. Ganz klassisch wieder, unsere Hauptregel, die ganz oben drüber steht, ist Roleplay. Eure Entscheidungen sollen im Roleplay nachvollziehbar sein, aber ich glaube, alle, die jetzt heute mitspielen, waren schon mal Teil eines Game of Events. Dementsprechend, glaube ich, sollte das für alle auch kein Problem sein. Eine große Änderung haben wir diesmal mit dabei, und zwar die Mordregel. Und zwar ist es diesmal erlaubt, Hauptcharaktere und deren Erben zu töten. Im Groben und Ganzen aber wollen wir das ein bisschen transparenter und ein bisschen, sag ich mal, dem Roleplay anpassen. Und zwar gibt es hier zwei Möglichkeiten. Wir haben nämlich gedacht, es läuft so ab, dass wenn ihr einen Mordanschlag auf einen Hauptcharakter oder also einen gespielten Charakter, beziehungsweise auf einen der Kinder oder Enkel oder Erben halt vollführen wollt, dann sprecht ihr das mit einem Kutscher ab, also im Geheimen. Dieser Kutscher überbringt dann diese Botschaft dem betroffenen Spieler, natürlich anonym. Und der betroffene Spieler kann dann quasi einen RP-Grund vorwerfen, warum das jetzt gerade, sag ich mal, nicht wirklich sinnvoll wäre oder warum das, sag ich mal, ein Problem darstellt. Und dann kann der Kutscher dem anderen quasi das Ergebnis mitteilen. Wenn der RP-Grund, sag ich mal, bei den Haaren herbeigezogen ist, dann, sag ich mal, also es muss schon guter Grund sein, warum man das jetzt nicht machen sollte. Zum Beispiel Auslöschung des Hauses, wenn man das nicht möchte und so weiter. Aber ihr könnt auch euch ganz am Anfang jetzt dazu äußern und sagen, hey, mir ist das Ganze egal, mordet, meuchelt, wie ihr wollt, berichtet mir das gar nicht, ich will überrascht werden, falls ein Mordanschlag auf einen meiner Mitglieder des Hauses vollführt wird oder auf mich selber. Und dem Ganzen schließe ich mich zum Beispiel an. Also, sobald ihr irgendjemanden aus Dorne meucheln wollt, dann tut es, was ihr nicht lassen könnt, aber rechnet mit Konsequenzen. Frage. Ja, bitte. Wenn uns diese Nachricht überbracht wird, dann ist das eine Out-of-Character-Nachricht, die wir dann erhalten. Das heißt, wir wurden nicht gewarnt und rüsten dann auf einmal hoch und wir sind dann unsterblich, ne? Nein, das ist OOC gedacht, genau. Ihr könnt natürlich auch eine OOC-Begründung anbringen, warum das jetzt nicht sinnvoll wäre, das zu morden. Genau, richtig. Wir haben weiterhin noch ein paar Empfehlungen für euch, vor allem was die Mechaniken des Spiels angeht. Zum Beispiel Jagden, Pilgerreisen, Turniere sollten auf ein kleines Maß beschränkt sein. Einerseits, weil es Stabilitätsgründe hat, andererseits, weil halt der Umfang der Events einen sehr stark in Beschlag nehmen können und, ja, dass ihr euch nicht in super viele kleine Events verzettelt. Also wenn ihr aber einen guten Grund findet, warum ihr zum Beispiel ein Turnier ausrichten wollt und so weiter, ne? Weil ein neuer Erbe geboren wurde oder weil es halt im Roleplay gerade sinnvoll oder passend ist, dann ist das halt nicht verboten. Aber rechnet halt damit, dass halt sehr viele Events kommen werden und dass ihr halt eine Zeit lang damit halt beschäftigt sein werdet. Ich würde vielleicht auch vorstellen, vielleicht kann man sich ja auch sozusagen einigen, dass in bestimmten Momenten es sinnvoll ist, ein großes Turnier für alle zu machen oder vielleicht, dass alle zu einer großen Hochzeit eingeladen werden, zu bestimmten Anlässen. Da passt das, glaube ich, dann sehr gut, wenn wir alle beteiligt sind. Genau, so hätten wir es auch gesehen, dass es so im Roleplay passend irgendeine große Sache ist und dann ist es natürlich sinnvoll. Genau, dass es wirklich ein Event bleibt, also einen gewissen Event-Status behält und nicht so generisch quasi alle, jeder macht hier alle 15 Jahre mal ein Turnier oder sowas, das wäre halt auch blöd. Weiterhin könnt ihr die ganzen Bit-Besuche und Huldigungsersuche ausschalten bei den Entscheidungen, dass ihr das nicht annehmen müsst, beziehungsweise dass die ganzen Events nicht gewirkt werden, weil es standesmäßig in diesem Spiel sehr, sehr häufig vorkommt, dass eure Vasallen zu euch kommen und halt Huldigungen und Bit-Ersuche antragen. Und das sind dann viele Events, die einen, sage ich mal, auch aus dem Roleplay reißen können und so weiter, weil man halt dauernd was reingeflogen bekommt, dauernd Events reingeflogen bekommt. Weiterhin jetzt ganz wichtig am Ende noch, was verboten ist, ist das Stationieren der Truppen in eure Provinzen und das Auszeichnen von Ritterauszeichnungen. Also das sind ja zwei neue Mechaniken, die, glaube ich, mit Turs and Tournament mit reingekommen sind, mit dem freien Patch. Die beiden können zu Stabilitätsgründen, also zu Abstürzen, beziehungsweise zu verminderter Stabilität führen. Deswegen bitten wir euch darum, die Truppen nicht zu stationieren und auch diese Ritterauszeichnungen sein zu lassen. Erinnert mich bitte daran, ich vergesse das hinterher wieder. Weiterhin noch einen kurzen Satz zu dem Rat des Königs, der jetzt nicht mit dem kleinen Rat verwechselt werden sollte, also storytechnisch aus den Büchern und der Serie. Und zwar, wir haben eine quasi Mechanik mit hier in diesem Roleplay, und zwar ist das der Rat des Königs. Da werden alle großen Häuser, also alle unsere Teilnehmer hier eingeladen, mit vielleicht gewissen Ausnahmen. Aber genau, also die Organisation des Königsreichs obliegt dem König selbst und der Hand des Königs. Also wir haben ja auch wieder die Hand, die ja quasi der Verwalter oder die rechte Hand ist. Wie viel Arbeit der König der Hand überlässt, ist dabei selbst ihm selbst überlassen. Beide bilden aber eine Art Tandem. Kontrolle und diplomatisches Feingefühl mit einer Prise Intrige ist bekanntlicherweise das Erfolgrezept im Spiel der Drohne. Hand wie König sind natürlich daran gelegen, dieses Spiel gemeinsam zu kontrollieren. Der Rat des Königs kann durch den König und seine Hand ausgerufen werden. Jedoch können auch andere Häuser mit einem Anliegen an den Hof kommen, das sie gerne im Rat erörtern würden. Dies kann natürlich auch abgelehnt werden. Probleme zwischen den Häusern können natürlich auch auf anderen Wege gelöst werden. Jedoch will sich natürlich auch kein Haus die Chance nehmen lassen, ein anderes Haus für deren Vergehen vor versammelter Mannschaft bloßzustellen. Der König kann seine Hand ernennen und absetzen, wie er möchte. In der Zeit, wo der Rat des Königs gehalten wird, pausiert das Spiel. Häuser können aber auch explizit durch den König ausgeladen werden, wenn sie zum Beispiel in Ungenade gefallen sind. Und dann, sag ich mal, bei dieser Sitzung nicht anwesend sein können. Genau, deswegen Rat des Königs ist nicht gleich kleiner Rat. Also hat nichts direkt mit dieser, sag ich mal, ähnlichen Mechanik vielleicht zu tun. Genau. Und dann haben wir noch einen Punkt, wenn die... Es gibt ja Situationen, wo eine KI ein Druckmittel gegen den König bekommt durch ein Event oder einem anderen Grund und dann über diese Spielmechanik verfügt, mit diesem Druckmittel einen Ratsplatz zu bekommen im kleinen Rat. Das überspielen wir. Das heißt, wenn man jetzt vom König, sag ich mal, zum Flüsterer oder zum Meister der Münze ernannt wird und eine KI erschleicht sich diese Kosten, dann je nachdem, wie wir das Roleplay technisch verpacken wollen, können wir das darauf eingehen oder wir lassen das auch sein. Das obliegt, sag ich mal, der Situation des Roleplays. Okay, ansonsten, glaube ich... Das ist doch schwierig. Ich muss das ja verinnerlichen. Ich glaube, ich jetzt mit der Vorstellung beginnen, oder? Genau, so machen wir das. Wir nutzen jetzt die Chance nochmal. Jeder kann nochmal selbst sich vorstellen. Die Musik ist auch nicht so laut, oder? Vor allem natürlich seinen Charakter, dass wir uns alle so ein bisschen einstimmen können, dass auch die Zuschauer wissen, wer wird denn jetzt hier gleich verkörpert werden. Und deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Währenddessen wird jetzt Eki die Lobby langsam öffnen und dann dürft ihr schon mal alle den Lobby-Code hier im Discord im Blick behalten und während dann die einzelnen Leute sich vorstellen, gerne schon der Lobby glück, 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 gläunen, liebe Streamer. Und ich fange einfach mal an. Ich bin Gaius Julius Cäsar auf Twitch und auf YouTube als Strategie-Streamer und YouTuber unterwegs. Jetzt auch schon seit einigen Jahren und organisiere gerne solche wunderschönen Events mit. Und ich verkörpere heute bei Game of Chords Eddard Stark, den treuherzigen und ehrlichen Mann, 19 Jahre jung, denn wir spielen zur Zeit von Roberts Rebellion genau zum Start nämlich. Ich wurde nie ausgebildet, um über Witterfeld zu herrschen als Eddard Stark. Ich war immer der zweite Sohn meines Vaters Rickard Stark. Aber als sowohl mein Vater Rickard Stark als auch Brandon Stark vom Irrenkönig getötet wurden und meine Schwester von Rhaegar Targaryen entführt wurde, dann hat es natürlich die Pflicht und die Ehre geboten, in den Kampf für meine Familie zu ziehen, für meine Schwester zu ziehen und natürlich auch an der Seite meines langjährigen Freundes Robert Baratheon, gemeinsam Seite an Seite zu stehen, so wie es die Treue verlangt. Und ich bin sehr froh und glücklich darüber, dass ich eine gute und ehrenhafte Ausbildung durch meinen Vormund John Arryn erfahren habe, der fast wie ein Vater für mich war. Und jetzt machen wir gerne weiter mit Coppelius. Sehr gerne. Schönen guten Abend an alle. Andere Häuser wählten Drachen, Kraken oder Löwen als ihre Wappentiere. Wir Tullis nahmen die Forelle. Ein angsteinflößender Fisch, vor allem wenn er aus dem Wasser springt. Und viele andere Möglichkeiten hat man nicht, wenn man aus den Flusslanden kommt. Nicht nur, dass unsere Lande einen fruchtbaren Boden bietet, unsere Lande werden nicht immer zu unserer und der Bewohnerinnen und Bewohner zugunsten ein Schauplatz großer Schlachten und großem Blut vergießen. Harrenhall, die mächtige Festung und Schnellwasser am Trid entliegend sind unsere und unserer Vasallen Bastionen. Das Motto des Hauses Tully lautet Familie, Pflicht, Ehre. Grundsätze, die ich, Holster Tully, versuche in allen Lebenslagen zu wahren. Wie ist denn nochmal das Motto von Haus Baratheon? Ich hab das vergessen. Wunderbar. Vielen Dank. Frag mal bitte schnell in den Schett rein. Ich, Lord Tywin Lannister, habe Haus Lannister, den Klauen des Untergangs durch die Inkompetenz meines eigenen Vaters entrissen. Ich allein brachte dem Land Stabilität, Wohlstand und Frieden, während der König, mein Kindheitsfreund Eris, immer weiter in den Wahnsinn abglitt. Bis es soweit kam, dass er irgendwann den größten Wahnsinn beging, meine Dienste nicht mehr zu schätzen zu wissen. Seitdem habe ich mich zurück auf meine Festung Kesterlistein gezogen, umgeben von meiner Macht, meinem Prunk, meinem Reichtum. Und Harre der Rebellion, die der König durch diese irrwitzige Entscheidung beinahe zwangsweise auf sich geladen hat. Gerüchte, dass mein Reichtum gar nicht so gewaltig ist, wie gemeinhin behauptet wird, und dass meine Tochter, die schönste Frau des Reiches, in Wahrheit ihren eigenen Bruder begehrt, weise ich entschieden von der Hand, denn der Löwe schert sich nicht um die Meinung der Schafe. Wunderbar, wunderbar. Wir haben jetzt auch einen Lobbycode mit Passwort, das genutzt werden kann von euch, während die Vorstellungsrunde weitergeht mit Rino. Als Quälon, Graufreud, herrsche ich über die Eiseninseln. Schon viele Jahre, vom Alter gezeichnet, brachte ich unseren Inseln mehr und weiter den Frieden. Frieden, der nicht mehr da ist. Raubzüge habe ich verboten, aber die andere Wege eingeschlagen. Und meine Söhne, allem vor allem Balon, spricht mir hier zu, ich soll der Rebellion beitreten. Ich weiß es nicht. Für so viele Jahre habe ich alles versucht, uns Frieden zu bringen. Wird es so nicht funktionieren? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß auch nicht, wie lange das Leben mir noch treu ist, wie lange ich noch Luft und Salz zu atmen habe. Aber meine Söhne habe ich ausgebildet. Aber ich weiß nicht, ob sie meine Wege weitergehen oder auch schon versuchen, hier mich zu hintergehen, meinen Salzthron zu übernehmen und eventuell eigene Pläne zu schmieden. Wie lange werde ich noch verweilen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe lang genug, um Frieden in unserem Königslanden zu sehen. Wundervoll, wundervoll. Ich hatte komplett vergessen, dass zu dem Zeitpunkt ja diese Art von Graufreud gerade herrscht. Oh ja. Noch nicht Balon. Stimmt ja. Jeder vergisst immer Kalon. Maurice, ich kann dir eins sagen, ich dachte auch, ich bin der absolute Räuber und habe mich dann eingelesen und dachte, oh, das war vorgestern. Machen wir direkt einfach weiter mit der nächsten Begrüßung und zwar mit Radler. Ja, moin. Ich werde heute Mace Tyrell spielen, der eine große Auszeichnung hat. Als einziger Lord gefühlt in ganz Westeros ist er nämlich mitfühlend. Wenn er also merken sollte, dass die Situation es erfordert, dann wird er euch was singen. Das ist auf jeden Fall sein größtes Talent, würde ich sagen, denn abgesehen davon kann er leider nicht allzu viel. Er ist ein sehr geselliger Zeitgenosse, der gerne seine Zeit mit Festen und mit dem Essen und Genießen des schönen Lebens verbringt. Dementsprechend ist sein Wunschzustand in Westeros auch der Friede. Aber er will auch einen wichtigen Posten haben, denn er ist ja auch ein wichtiger Mann und welche Seite auch immer ihm diesen wichtigen Posten im Rate am besten geben kann, dem wird er sich auch anschließen und mit ihm natürlich dann auch die zweitgrößte Armee in Westeros. Achso, ja, kleiner Hinweis noch. Wenn ihr vorhabt, Mace Tyrell in eure Intrigen mit einzuspinnen, benutzt am besten einfache Worte und viele Schaubilder, sonst könnte das Gift im falschen Becher landen. Oder redet einfach direkt mit seiner Mutter. Das ist auch immer ein guter Vorschlag. Absolut. Ja, die Tyrells. Dann machen wir doch mal weiter mit den Baratheons und mit Ranger. Leanna, Leanna, diese verdammten Targaryens. Mein Name ist Robert Baratheon und das, was ich diese Targaryens rausnehme, das ist nichts, für das ich stehe. Ich bin das Schwert, das auf dem Schlachtfeld zuschlägt. Keine Zunge, kein Dolch wird das Vermögen, was ich mit meinem Kriegshammer schaffe. Das Hause Baratheon. Es steht dafür auf dem Schlachtfelde, nicht nur die Sturmlande zu verkörpern. Nein, es ist zu Größerem bestimmt. In meinem Blut, da fließt das Blut der Targaryens. Und trotzdem, trotzdem sehe ich mich als Hirsch. Als Hirsch, der den Platz oben einnehmen wird. Verdammt nochmal. Das, das ist das Maß, das das Ganze zum Überlaufen brachte. Gemeinsam mit meinem, mit meinem Ziehvater Arryn und meinem treuen Freund, ich möchte ihn Bruder bezeichnen, Eddard Stark. Mit ihm gemeinsam werde ich den Königsmund ziehen und zeigen, was es bedeutet, ein Königreich zu regieren. Egal, wer es hinterher wird, Eris ist nicht mehr lange auf dem Thron. so wahr ich Robert Baratheon heiße. Brüder bis zum Ende. Robert. Darf ich kurz anmerken, was es immer für eine Freude ist, wenn ich bei mir Zuschauer habe, die mit dir zum ersten Mal konfrontiert sind, Ranger. Die sind gerade alle komplett abgegangen. Es ist mir auch eine Freude. Ich habe das Gefühl, ich bin in Westeros. Hilfe! Ich bin Rega Targaryen, wichtigster seines Namens. und rechtmäßiger Erbe des Throns und auch wahrer König des eisernen Throns. Und die Waren wird siegen. Und mehr brauche ich nicht. Die wenigen Worte sind manchmal sehr bedeutend. Machen wir weiter mit Steinwallen. Als Hörbuchsprecher. Es gibt Podcast, ein Ausrufezeichen Podcast. Aktuell geführt von John Arryn. John Arryn ist Lord von Hohen Ehr, Hüter des Grünen Tals und Wächter des Ostens. Die Arryns können sich zurückführen auf eine traditionsreiche, ehrenvolle Geschichte 6000 Jahre zurück. Eine blutreine Linie bis zurück zu den Andalen, die Westeros erobert und zivilisiert haben. Und es war ein Arryn. Unser Vorfahre, der Gründer dieses Hauses, Arthes Arryn, der von den ersten Andalen zu ihrem Anführer gewählt wurde und der dann das Schlachtgeschick zeigte, um die ersten Menschen hier auf Westeros zu besiegen. Damit hat alles begonnen. Insofern eine ehrenvolle Tradition und John Arryn steht genau für diese ehrenvolle Tradition. Ein loyaler Mann gegenüber seinen Königen, das muss man sagen, durchaus auch gegenüber den Targaryens gewesen. Für die Targaryens ist das jeder eiserne Trond insofern loyal. Der König wurde gegenüber eingestellt. Aber Königswürde heißt nicht umsonst Königswürde, denn wenn ein Herrscher zum Tyrann wird, dann muss Ehre zu Widerstand werden und dementsprechend werden die Arryns kämpfen, bis wir wieder einen würdigen König hier auf dem Thron haben. Hoch wie die Ehre. Hört, hört! Wohl gesprochen, wohl gesprochen. Sehr gut, Vater. Darf ich dich so nennen? Oder Papa? Papi? Ja. Gerne, mein Sohn. Sehr schön, sehr schön. Wunderbar. Dann haben wir natürlich zu guter Letzt noch Ecke selbst. Ungebeugt, ungezähmt, ungebrochen. Rotes Gesicht, ne? Wir Dornischen sind bekannt für unseren Sand und für unseren Wein. Doch die Westerossis, die vergessen schnell, dass wir der Einzige sind. Oh, das ist gut. Das ging der Siebenkönigslande, die nicht mit dem Schwerte, sondern mit der Liebe erobert wurde. So bricht dieser Pakt zwischen Tagayen und der Dornischen Haus von Martell. sehen wir uns auch nicht mehr gezwungen, wahrlich Teil dieses Königreiches zu bleiben. Wir Dornischen sind ein stolzes Volk und wir selber werden sehen, was die Zukunft bringt. Sehr schön. Wunderbar. Wir haben noch eine schöne Einstiegsnachricht, aber vielleicht nutzen wir die Zeit, weil das wird vielleicht noch zwei, drei Minuten dauern und dann ist jetzt doch noch ein guter Zeitpunkt gefunden, nachdem einer unserer Kutsche ein Gedicht vorbereitet hat, könnten wir das jetzt ganz gut zwischenrein schieben, was vielleicht auch noch ein bisschen zur Stimmung beitragen könnte. Deswegen machen wir das doch jetzt einmal kurz zwischenrein, weil, Asarius, wenn du soweit wärst, kannst du sehr gerne mal dein vorbereitetes Gedicht vortragen. Auch alles ohne Hilfe von irgendwelchen KI-Tools geschrieben, muss man ja heutzutage leider sagen. Wichtiger Hinweis. Aber egal. So sind wir nun beieinander zusammen in einem Reich, damals geschmiedet in den Flammen, Streamer, Creator, große Namen, allesamt, alle nun zum Spiele um den Throne verdammt. Wer von ihnen wird am Ende sitzen auf dem eisernen Throne? Wer wird überwinden seine Feinde? Die Herausforderung ist nicht ohne. Wer wird siegen? In Schlachten, im Bette oder der Diplomatie? Das wird ein Spektakel, so eins gab es noch nie. So wünscht euch bescheiden dieser Trubadour ein frohes Gelingen, so traut euch nur. Möget ihr Kriege führen, ob zu Fuß, mit euren Mündern oder als stolzer Reiter. Nur eins dürft ihr nicht vergessen, Chaos ist eine Leiter. Sehr schön. Dankeschön. Sehr gut. Wunderbar. Bingeli, danke für den 7500. Bevor wir jetzt mit der letzten Einstiegsnachricht, die wir dann vorbereitet haben, einsteigen, um auch die Zuschauer noch so ein bisschen für das Setting abzuholen, gibt es von eurer Seite noch irgendwelche Fragen zum Event, noch irgendwelche Unklarheiten oder irgendwas, was vielleicht noch angesprochen werden sollte, bevor es dann... Shoyoka ist gerade nicht im Discord, die kann ich leider nicht lauter sagen. Achso, entschuldige. Nein, nur eine vielleicht belanglose Nachricht, aber das letzte Mal habt ihr von mir erwarten können, dass ihr vielleicht den einen oder anderen Bastard bekommt in eurer Tunastie von mir. Das wird heute nicht blühen, ist lauter. Weil mein Charakter ist in so tiefer Trauer um den Verlust der Gattin, dass er keine Ehe mehr eingehen möchte und keine Romanzen. Also da muss ich mich gleich vorweg entschuldigen. Ich hätte es wieder gern probiert, aber leider nein. Naja, aber ich meine, es kann ja auch sein, dass sich dein Charakter noch wandelt im Laufe des Abends, nicht wahr? Durchaus, durchaus. Aber schön, dass das bei dir schon so ein Ding ist, dass du das extra sagen musst. Großes Hinweisschild, ja. Gefühlt ist das tatsächlich der Charakter für mich in der 180-Grad-Wendung zu dem, was ich sonst mache, ja, tatsächlich. Ich habe mich so auf dich verlassen. Robert Baratheon lebt davon, dass andere seine Kinder zeugen. Sehr schön. Ja, keine Sorge, das kriegen wir hin. Wow. Na, ich habe vor, mit einer Tully ein Kind zu zeugen. Also, wir arbeiten da. Oh, ja. Wie war das? Chaos ist eine Leiter, der Lannister-Stammbaum-Kreis. Das sind alles Gerüchte. Solange der Stammbaum keine Leiter ist. Ja. Und dabei haben wir auch Littlefinger nicht mehr. Ich meine, der ist ja im Spiel, aber der fängt halt natürlich nachvollziehbarerweise als der winzigste aller Winz-Lords irgendwo an. Das stimmt, das stimmt, aber ich habe durchaus auch mal mit ihm gespielt in diesem Mod. Man kann alles auch mit ihm erreichen. Aber gut, Stein, weil du wolltest, glaube ich, noch was sagen. Ja, okay, guter Punkt. Ich habe jetzt zwei Fragen. Eine technische, also zwei, eine technische, eine Game-Mechanik-Frage. Erstens habe ich schon beobachtet, bei mir ist teilweise rechts und links immer mal ab und zu was abgeschnitten, so Wappen und so. Ist das irgendwie überall so. Aber jetzt nur in der Lobby, richtig? In der Lobby und teilweise auch im Spiel auf der linken Seite. Okay, alles klar, das war überall so. Das ist aber meistens so, betrifft nur die Wappen oder irgendwie Unwichtiges. Ja, genau. Also in der Regel sollte das nichts Wichtiges sein. Mir ist es jetzt vor allem auch nur in der Lobby aufgefallen. Ich habe mir jetzt sechs Monate lang gewachsen. Die Mod nur so ein bisschen angespielt. Und gut. Nehmen wir an, es kommt irgendwann jetzt hier zu einem Frieden und zu einem neuen König des Eisern Throns. Pipapo. Gibt es da jetzt irgendwie eine gesonderte Spielmechanik, um jetzt so einen ähnlichen Krieg irgendwie um diesen Thron neu zu starten? Oder braucht man dann einen Anspruch, ganz klassisch? Oder gibt es da sozusagen eine gesonderte Mechanik? Ach, der edle Steinwallen plant schon wieder, wenn dieses weltverheerende Ding durch ist. Wie kann ich das nächste beginnen? Nein, ich wollte nur mal, also falls zum Beispiel unser ehrenvoller Robert Baratheon König wird und bei einem Jagdunfall stirbt und dann plötzlich irgendwie... So was passiert nicht. komischer Lannis, der auf dem Thron sitzt, dann muss man doch wissen, was ich das kurz erklären darf. Es gibt im Spiel, also in der Mod, eine Mechanik von sogenannten Megakriegen. Das bedeutet, wenn jemand einen Krieg um den Thron, also um den obersten Titel, dem im Spiel ist es ein Kaisertitel, beginnt, dann bekommen alle Basalen, ich glaube auch die Kleineren, die Möglichkeit, eine Seite zu wählen in diesem Krieg und dieser werden sie dann beitreten und können dann quasi für einen jeweiligen Anspruchsteller kämpfen. Allerdings, du brauchst trotzdem einen Anspruch, wie es im Standardspiel auch ist, um überhaupt auf den Thron einen Krieg beginnen zu können. Tag. Okay, alles klar, danke. Gerne. Das ist eine ganz belanglose Frage, aber am Anfang wurde nochmal gesagt, man kann diese Petitionen und sowas alle deaktivieren. Wo mache ich das nochmal? Ja, bei Entscheidungen im Reiter Entscheidungen gibt es ganz, wenn du runterscrollst bei den unwichtigen Entscheidungen, ganz unten gibt es zwei Stück, da kann man ankreuzen, sowohl wenn jemand mit Anliegen kommt, als auch wenn jemand dir die Treue schwören will. Wenn du ein großer Herrscher bist, kommen da halt sehr viele, das kann man da einfach ausstellen, du kannst das auch jederzeit wieder anstellen, sozusagen. Ja, natürlich, die haben ja gesehen, was die mit Häusern machen, die nicht die Treue schwören. Aber das geht, glaube ich, erst, wenn das Spiel wirklich gestartet ist, also wenn wirklich die Zeit tickt. Okay. Genau, genau, das sollte da noch relevant sein. Genau, und ansonsten neben diesen Megakriegen, die Valasarus jetzt gerade schon schön erwähnt hat, gibt es natürlich trotzdem die klassischen Anspruchmechaniken, das heißt natürlich, ein Räger-Targarien sollte dann normalerweise auch noch einen Anspruch haben, auch wenn jetzt vielleicht der Krieg verloren geht, während ein Räger-Targarien noch nicht der König war. Also da sollte es auch nochmal Möglichkeiten geben, natürlich, dass dann auch da bestimmte Häuser, die schon mal einen Anspruch hatten oder Ähnliches, einen haben oder auch einen bekommen können, wie es im klassischen Crusader Kings der Fall ist, aber diese Megakriege sind halt da nochmal besonders hervorgehoben, genau. Aber ich vielleicht noch mal, es gibt aber, also Räger ist kein König, ne? Wir reden hier immer noch von Ehren. Das ist korrekt, Räger ist der Prinz, Räger ist lediglich der Thronerbe aktuell. Okay. Sturjocker hat sich direkt schon mal distanziert von dem Ehrenkönig, alles klar. Ja, wir wollten, was vielleicht wichtig ist für die Leute, wenn wir das Spiel ja haben, wo ich überrascht war, gerade wenn man zum Beispiel Grafschaften oder Grafschaften entziehen möchte, seinen Vasallen, dass hier sehr viele Vasallenverträge schon krass aufgestellt sind. Das heißt, wenn man da zum Beispiel dann in die nächste Stufe geht und es kann Vasallen entziehen, haben die alle einzelne Verträge, in denen das draußen ist. Also müsste man erstmal die Verträge anpassen. Das ist etwas, was mich sehr überrascht hat, so dass wenn man am Anfang hat, dass jeder einzelne Vasall einen Titel Aberkennungs ist raus. Die haben alle das Recht, ihren Titel dürfen nicht aberkannt werden. Sehr unverschämt. Ergibt aber teilweise in der Welt auch Sinn, weil du musst mal überlegen, diese Häuser haben diese Titel teilweise schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden inne und denen das abzuerkennen, käme einem Skandal gleich. Da gehe ich total konform mit. Ich sage nur, spielerisch ist das am Anfang wichtig zu wissen, weil mich das einfach nur aus dem Crusader Kings 3 spielerischen und deswegen überrascht, also nicht überrascht hat, sondern das macht total Sinn. Okay, aber dann ist es halt nicht so leicht und dann wird diese Überraschung nämlich euch jetzt schon mal weg, dass ihr das schon mal wisst, dass wir Salenverträge anzurechnen müssen. Schluck trinken. Wir müssen genug Trinken. Ich sehe gerade, ja perfekt, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, Ecke sind alle reingeladen, dass wir die Lobby nicht länger offen haben, als sie offen ist. Wunderbar. Darf ich noch mal eine Frage stellen? Schurka hat jetzt Rega tatsächlich rausgewählt, das heißt, spielt nicht Eris. Ah, okay. Das ist richtig. Ah, entschuldigt. Ja, das war von Anfang an auch so vorgesehen, vielleicht noch mal, um das vorher zu sagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Eris, also ja, es ist sehr schwierig, hier Eris zu spielen, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass er stirbt, ist sehr, sehr hoch. Ist klarer Wort. Mit Rega hat man mehr Möglichkeiten. Genau, mit Rega hast du einfach viel mehr Möglichkeiten. Auch Roleplay-mäßig. Ich habe in der Mod bisher tatsächlich nur Targaryen primär generdet und Lannister und die Wahrscheinlichkeit, dass du mit House Targaryen sogar, wenn du nicht gegen echte Menschen spielst, gewinnst, ist echt ha, hui, schwierig. Und wenn, ich habe das einmal, dann stirbt er ein Jahr später eh irgendwie an Altersschwäche oder Irrsinn oder sonst was. Das ist tatsächlich nicht der beste Spielercharakter für diese Art von Event. Und auch das einzige Mal, wo ich es halt geschafft habe, mit dem durchzukommen, ist dann halt Robert Baratheon stattdessen gestorben. Das ist halt so, ich meine, womit ich kein Problem hätte, natürlich an der Stelle, aber muss ich provozieren. Rega wurde erschlagen von Robert Baratheon. Da hat Robert den Krieg gewonnen und dann Quälern auf den Thron gesetzt. Ich wollte das jetzt nur mal so. In die Runde werfen. Ja, ja, sehr schön, Rino, wunderbar. Quälern vor allem, das ist eine Qual. Schauen wir mal, was in unserer Runde passieren wird und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Einstiegsnachricht, die uns alle noch mal abholt, sodass wir dann auch direkt daten können. Wir schreiben das Jahr 282 nach Aegons Eroberung. Dieser Mann aus dem Hause Targaryen beendete die unabhängigen Königreiche auf dem Kontinent Westeros. So herrschten bis dorthin die Starks als Könige des Nordens und die Hoffarts als Könige der Eiseninseln und der Flusslande, bis diese durch die Graufreuds und die Talys ersetzt wurden. Im Osten herrschte das Haus Arryn über das Königreich von Berg und Tal auch als das Grüne Tal bekannt. In den Westlanden regierte das reiche Haus Lannister und im fruchtbaren Königreich der Weite das Haus Gärtner, welches dann allerdings durch das Haus Tyrell abgelöst wurde. In den Sturmlanden herrschten die Baratheons als Sturmkönige. Nur das Fürstenturm, Fürstentum Dorne, regiert von den Martells, konnte nicht miterobert werden und wurde erst später durch eine Ehe ebenfalls ein Vassall der Targaryen. Somit war Westeros bis hoch zur Mauer geeint unter einem König oder einer Königin, wenn man den großen Targaryen-Bürgerkrieg genannt den Tanz der Drachen beachte. Seit diesem Ereignis schwandt die Macht des Hauses Targaryen. Heutzutage ist ihr Machtinstrument die Drachen völlig ausgestorben und es herrscht Aerys der Zweite, gemeinhin bekannt als der irre König. In den letzten Jahren wurde er immer paranoider. Manche sagen, dass er Stimmen höre. Am liebsten verbrennt er Menschen mit Seefeuer. So geschehen mit dem Wächter des Nordens Rickard Stark und seinem erstgeborenen Sohn Brandon Stark. Nun ist der Norden an Lord Eddard gefallen. Die zwei Starks kamen allerdings auch erst wegen den Taten eines Mannes nach Königsmund. Rhaegar Targaryen. Der älteste Sohn des Königs und eigentlich ganz und gar anders als dieser. Man hört, dass er gerne singt und dichtet, aber auch ein tapferer Krieger ist. Kein bisschen grausam wie sein Vater und vielleicht sogar ein guter nächster König. Allerdings entführte er Rhaegar Lyanna Stark, die Schwester von Eddard, nachdem er ihr im Turnier von Harrenhall seine Liebe zeigte. Und dies trotz der Ehe mit Elia Martell. Robert Baratheon war jedoch Lyanna versprochen und es hieß, dass er sie wirklich liebte. So zog er mit seinem Jugendfreund Eddard Stark, deren beiden Vormund John Arryn und Hoster Tully in den Krieg gegen die Königstreuen. Das Bündnis mit dem Hause Tully von Schnellwasser kam durch eine Doppelverlobung mit Stark und Arryn zustande. Doch ist es eine offene Rebellion gegen das Königshaus, welches über 280 Jahre regierte. Die Tyrells der Weite und die Martells aus Dorne sowie mehrere kleinere Lords haben sich für die Targaryens ausgesprochen. Unbekannt ist immer noch die Entscheidung von Tywin Lannister als Lord über die Westlande. Er war lange Zeit die Hand des Königs, bis es zu einem Zerwürfnis kam. Sein ältester Sohn Jaime dient als Ritter der Königsgarde in Königsmund. Die Entscheidung von Lord Tywin könnte diesen Krieg maßgeblich beeinflussen. Und zu guter Letzt ist immer fraglich, wie sich die Eisenmänner unter Lord Quellon und seinem ehrgeizigen Sohn Balon Graufreud verhalten werden. Die Schlacht um Westeros hat begonnen. Willkommen zu Battle of Westeros. Vielen Dank. Ich muss noch was Banales kurz anmerken. Eine Sache wundert mich gerade. Ich mach nicht die Stimmung kaputt, Steinwallen. Das ist aber super wichtig. Eine technische Frage. Wir haben alle Domänen minus drei Spielparameter minus drei. Ach nein. Ach Gott, ich bin ein Hornochse. Hast du eine falsche Einstellung gemacht? Ich hab vergessen, die Spieleinstellungen zurückzusetzen. Ich mach die mal neu auf. Dann hat wohl jemand anders die Stimmung zerstört, oder? Schiebe es nie von dir weg, Vater. Dornischen Wein für alle als kleines Tribut. Hat noch jemand ein Gedicht? Balazarius? Das wird schon extra eingebaut. Jemand, der Kastamere singen möchte? Rain von Kastamere? Ich könnte noch singen, so bringet den Wein. Mein lieber Kamerweiss, Job, und schenkt ihn Robert ein. Der Kastamere der Himmel ist schon aber. So low, only a cat of a different coat, that's all the truth I know, and so he spoke, and so he spoke, that Lorda Kastamere, and now the rain sweep o'er his hall, and now the soul to hear. Ist da dann ein kurzes Lied, weiter geht's nicht. Achso, das zimmt sich nicht für einen Kind Moment. Nee, er darf seinen Kopf länger behalten. Gratulation, du wirst nicht geköpft, nicht heute. Nicht in diesem Moment. Wir kriegen einen neuen Lobbycode, oder? Ja. Ich arbeite dran. Wir machen das jetzt alles als Pen and Paper, wir müssen uns das jetzt ausdenken. Ja, okay. Sehr gut. Ich freu mich mega, ich bin super gehypt, ich freu mich sehr, ich hab ein bisschen Angst, mega rein zu verkacken, weil bei allen großen Crusader Kings 3 Events, auf die ich mich sehr gefreut habe, bin ich immer irgendwie sehr unglücklich, sehr schnell gestorben. Dann ist gut, dass du nicht Ares genommen hast. Da hast du dir die perfekte Rolle für ausgesucht. Bei Targaryen kann doch gar nichts anderes passieren, oder? Kann gar nichts schief gehen. Ja. Cool. Aber freut euch mal nicht zu früh, nicht, dass sie später als den Ares wieder kommen. Immer wenn heute jemand steht, dann kriegen wir einen coolen. Genau. I break the real. Ja, ein bisschen wenig. Du lachst, aber das ist möglich. Ein Stund Schaß auswirken. Oh nein, ich muss gleich noch mal ins Badezimmer, ich hab so eine schöne Münze. Ich werde einfach mit jedem Targaryen, den ich spiele, werde ich eine Münze werfen, wie ich den spiele. Wow. Warum ist diese Münze aber ein Badezimmer? Keine Gedanken, weil ich mich vorher vorbereitet hab und dort vergessen hab. Ah, okay. Es ist so viel Mystisches dahinter. Ich hätte jetzt auch noch eine gute Idee, wie wir die Zeit jetzt hier noch sogar sehr sinnvoll nutzen können, denn aus Erfahrung, weil ich so ein ähnliches Event zu Game of Thrones mit der Mod auch schon gemacht habe im Roleplay, wir werden vor allem zu Beginn sehr viel Roleplay haben. Lage ich eigentlich vor, dass jetzt vielleicht schon mal die beiden Lager sich in die Sprachkanäle begeben und einfach dort schon mal Roleplay-Absprachen machen. Vielleicht muss ja der ein oder andere Lord umworben werden, der noch neutral ist und man könnte dann schon mal Gespräche führen. Ja, ja, welch exzellente Idee. Alle zu Roberts Rebellion. Ich hoffe, dass ich die nächste glaube ich jetzt ordentlich aufmache. Ja, ja, mach ihnen Geschenke. Muss ich auch Team Targaryen sein? Ja. Das war schon. Robert nimmt alle auf. Robert nimmt alle auf. Ihr Lannister, ich habe ein Geschenk für euch. Ich heirate für eure älteste Tochter, wenn ihr wollt. Ich würde aber der rein übersichthalber sagen, dass die, die noch keinem Lager angehören, entweder hierbleiben oder sich in ein eigenes Lager begeben. Der Code ist jetzt geändert. Selbe Nachricht, nur anderer Code jetzt drin. Also wir können es mal probieren. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig eingestellt. Andernfalls müsste jemand anderes gleich öffnen, weil ich den... Egal. Weil du keine Lust mehr hast. Ich, ja, ich dann verzweifle ich. Achso, wir sollten eigentlich gehen, ne? Und keiner bewegt sich. Wir nutzen das jetzt, den Lobby-Code laden alle rein und wir gehen jetzt aber nochmal in die Sprachkanäle. Ins Rollplay. Macht's gut. Wo muss ich nur hingehen? Ah, wahrscheinlich Robert Rebellion. Ich hätte mich eventuell einen Kutscher geleiten. So, ich werde mich ganz schnell noch auf die Toilette begeben und bin dann gleich hier zu den wichtigen Besprechungen. Ach, die Tallys kommen sowieso ein bisschen später. wie man das aus Tally kennt. Perfektes Rollplay. Natürlich, natürlich. So, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Wie führen wir diesen Krieg? Das wird eine große Herausforderung werden, tatsächlich. Aktuell befinden wir uns ja noch im Grünen Tal, wo ein Teil des Grünen Tals ja scheinbar euch, Lord John Arryn, nicht so treu geblieben ist, sondern dem irren König treu geblieben ist. Vor allem die Stadt Möbenflatt, nicht wahr? Ja, in der Tat. Das sollten wir vielleicht irgendwie so nebenbei belagern. Ich fürchte nur, dass wenn wir nicht Robert helfen im Süden, der Krieg auch relativ schnell zu Ende gehen könnte. Eigentlich sehe ich nur eine Möglichkeit. Wir müssen unsere Armeen zu vereinen, unten im Süden. damit die Burg nicht fällt und das geht, glaube ich, nur übers Meer, was leider sehr, sehr teuer ist. Das stimmt. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit, oder? Ich denke, militärisch gesehen, übers Wasser an den Graufreuz vorbei? Nee, auf Haness, weiter. Im Osten, Richtung Essos, habe ich bis jetzt noch keine Graufreuz oder irgendwelche Plünderer gesehen in dieser Hinsicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Königsmund ein Schlüssel sein wird und die nördlichsten Ausläufer der Sturmlande befinden sich ja direkt an der Grenze zu Königsmund. Ich muss unserem Vormund, unserem Ziehvater John recht geben. Militärisch gesehen sollten unsere Truppen schnellstmöglich versuchen, in den Süden Richtung Königsmund fortzustoßen, um sich dort mit den restlichen Truppen der Sturmlande zu vereinen. Genau, und das ist leider, das werden wir wahrscheinlich nur uns einmal erlauben können. Das muss also jetzt gut überdacht werden. Ich würde vorschlagen, wir versuchen kurz, die erste Schlacht in Möwenstadt mit diesen Truppen, die wir dort haben, auszufechten. Dann lasse ich einen Teil meiner Armee dort für die Belagerung und schicke den Rest dann runter, gen Süden, in die Sturmlande und ihr könnt alle eure Armeen in die Sturmlande schicken. Gut, Möwenstein habe ich gehört. Möwenstadt, ja. Möwenstadt ist die erste. Dass man versucht, die Verräter dort schnellstmöglich nun zu besetzen mit den Truppen, die wir dort haben. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, die Truppen des Nordens sind noch nicht vollständig zu den Bannern gerufen worden. Ich habe hier lediglich einige treue Truppen des Nordens an eurer Seite. Deswegen der Hinweis, wir werden dort nur ein kurzes Gefecht machen. Ihr hebt eure Truppen aus und schickt sie sofort von Norden aus komplett in den Süden. Über den Seeweg. Über den Seeweg. Und die Tallis sollten das irgendwie auch machen. Sie kommen ja bestimmt da hin irgendwie ans Ost. Das große Problem ist, dass unsere Feinde ja leider auch mein Gebiet mehr oder weniger von innen heraus angreifen können, die Flusslande überziehen können. Beginnend von Seehafen beziehungsweise Tridensmaul. Das heißt, das Grenzgebiet wird sehr schnell überzogen werden und es wäre sehr schade, wenn die Tallis beziehungsweise die Flusslande wieder einmal mit Krieg übersieht werden würde. Das ist euer geografisches Schicksal. Das Problem ist, wenn ihr eure Truppen da lässt, dann werden die im Zweifel geschlagen und wir unten auch. Also ich halte ein Aufteilen der Truppen. Wir müssen, es kann auch gut sein, dass sie im grünen Tal landen, dann kann dort dasselbe passieren. Das ist aber, muss man... eher für unrealistisch. Bevor wir aber tatsächlich um unsere finale Truppenaufzahl hier sprechen, was ist mit dem Löwen von Westeros? Was ist mit den Lannister? Die haben sich bis jetzt noch keiner Seite bereit erklärt. Genau, mit dem muss einer sprechen und ich finde auch mit den Graufreuz muss einer sprechen. Nun, ich denke, äh, lieber, lieber Vormund, ihr solltet vielleicht das Sprechen mit ihnen übernehmen. Ich denke, ihr seid diplomatisch besser gewappnet als wir. Und berücksichtigt das bitte den Lannister kann man nicht trauen. Wer weiß, welche Tücke sie schon wieder ausüben wollen. Wir alle wissen, was Tywin Lannister für ein Mann ist. Ich meine, er war lange Jahre die Hand des Königs, bis es zum Zerwürfnis kam. Wir können nur hoffen, dass dieses Zerwürfnis ausreichend ist. Aber Tywin wird seinen Vorteil aus dem Ganzen ziehen wollen. So schätze ich ihn jedenfalls ein, was ich von ihm hörte bisher. Die Frage wird sein, was sein Preis ist. Genau, das versuche ich herauszubekommen. unsere Kriegsstrategie, also Tully, sind wir uns da jetzt einig oder willst du lieber in den Flusslanden bleiben und eine zweite Front dort eröffnen? Ich glaube nicht, dass unsere Truppen, wenngleich tapfer und ehrenvoll in der Schlacht ausreichend sind, um sich einzelnen Schermützeln auch hinzugeben. dementsprechend glaube ich, ist es auch sinnvoll, sich der großen Bewegung anzuschließen. Die Frage ist natürlich nur, welcher Weg am geschicktesten zu wählen ist. Also ich schlage vor, wir treffen uns südlich von Königsmund. Da können die Sturmtruppen sich etwas später zusammensammeln, wenn es soweit ist. Ich möchte kurz einmal intervenieren, während ihr euer Kaffeekränzchen am Kriegstisch haltet. Währenddessen wurden mir bereits Berichte zugetragen, dass die Lannisters auf dem Weg zu diesen Royalisten sind. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Okay, dann bitte ich einen Kutscher um ein Gespräch mit Tywin Lannister. So schnell das. Lädt ich weiterleiten. Ja. Der schnellsten Kutsche. Es geht darum, Lyanna zu befreien und ihr diskutiert hier die ganze Zeit, wo ihr Truppen lang bewegen wollt. Direkt ins Herz dieses Drachen. Ja, Robert, wir müssen nach Königsmund, aber wir müssen als eine Faust agieren. Du weißt selbst, dass eine Faust, die gemeinsam agiert, als eine Armee, stärker ist als fünf Armeen, die überall unterschiedlich herumlaufen. Robert, wir müssen es schlau angehen. Wir müssen siegen für Lyanna. Für Lyanna. Lyanna ist in den Fängen von diesen Drachen. Wer weiß, was sie mit ihr tun. Wir wissen auch ganz genau, dass unsere Armeen deutlich stärker sind. Einer von uns reicht aus, um hundert von diesen Targaryens niederzumetzeln. Überschätze nicht unsere Stärke oder unterschätze den Feind, Robert. Es ist deine Schwester. Warum lässt du dir so viel Zeit dabei? Zeit? Meinst du, es ist unbedeutend, was mit Lyanna passiert für mich? Sie haben da deinen Vater getötet. Sie ist mein Blut. Falls die Kutscher schon kutschen können, bitte einfach eingreifen hier und nicht dieses Geplänkel abwarten, ja? Danke. Bereits geschehen. Ihr müsst mir, lieber Chat, ihr müsst mir Feedback geben, sobald irgendwas nicht passt, ton-technisch, bildtechnisch oder ähnliches, weil ich sehe, halt bei mir den Discord hauptsächlich jetzt gerade. Ja, bitte in einem gesonderten Raum. Roberts Rebellion, meine geliebte Yana, wurde von einem niederträchtigen Prinzen der Heger geraubt. Nachdem ihr Bruder Richard Stark bei König Eris protestiert hatte, wurde Richard Stark in Lill, der nicht verbrannt. Er hat seinen Sohn in dem Fall noch schmählich zu sein wusste. Jawohl. Eris, der irre König, hat verlangt, dass John Arren mein Vormund mich an ihn ausliefert. Er hat sich standhaft geweigert. So drehen nunmehr Eddard Stark aus dem Norden und John Arren aus dem Du hast auch keine Informationen, wo Lillianas sich befindet und festgehalten wird. Nein. Ich weiß es nicht. Aber ich bin mir sicher, wenn wir einen von diesen Targaryen in die Finger bekommen, dann werden wir das schnell erhalten, diese Information. Nun, die meisten Targaryen befinden sich in Königsmund, im roten Bergfried, allen voran der irre König, meinen Vater und meinen Bruder umgebracht hat. Ich glaube, dass wir Lillianer im besten Falle retten können, wenn wir sie dort zu Fall bringen. Und deswegen, mein Vorschlag, Robert, dass die Arrens und Starks, wie es John unser Vormund sagte, über den Seeweg kommen, südlich von Königsmund landen, gleichzeitig mit deinen Truppen aus dem Sturmlanden verbinden und die Tullis nehmen den Landweg. Die Tullis heben ihre Truppen im Süden der Flusslande auf und marschieren ebenfalls südlich nach Königsmund. Zum rechten Zeitpunkt, wenn wir dort eintreffen. Nicht zu früh, nicht alleine. Das klingt nach einem ausgeklügelten Plan. Nun, es war mir nie vorherbestimmt, über den Norden zu herrschen, aber im militärischen Geschick, da wurde ich ausgebildet. Ich weiß, wie gut du ausgebildet worden bist, Eddard. Das wird definitiv dem Norden gerecht und um deinen Anspruch zu sichern und deine Familie zu rächen, müssen wir gegen dieses verdammte Königsmund vorrücken. Ich kann es nicht mehr sehen, wenn diese Targaryens mit ihren dicken Hintern auf diesem Thron sitzen, dem eisernen Thron. Gehört er jemand anderen als ihn? Das interessiert mich alles nicht, muss ich sagen. Ich will Gerechtigkeit. Ich will, dass Lyanna wieder frei ist. Ich will, dass Gerechtigkeit Eres, Targaryen widerfährt, der meine Familie zur Hälfte fast ausgelöscht hat und ich will, dass Räger Gerechtigkeit widerfährt, der meine Schwester entführen ließ. Nun gut, also, Eddard, ich weiß tatsächlich allerdings nicht um deine Stärke auf dem Meer. Bist du dir überhaupt dessen bewusst, was für ein logistischer Aufwand es wird, über das Meer zu mir zu kommen? Ich muss gestehen, das bin ich nicht. Unser Ziehvater hat es vorgeschlagen. Ich bin mir nicht bewusst, von Weißwasserhafen aus, wie hoch die Kosten sein werden, die große Anzahl an nördlichen Männern zu schicken. Wir sind kein Seefahrervolk, das bei weitem nicht. Wir sind gut im Kämpfen, wir sind gut auf dem Land, aber auf der See wird es spannend. Allerdings, durch die gesamten Flusslande zu marschieren, das wird sehr lange dauern und er könnte recht haben, dass der Seeweg der schnellste ist, um nach Königsmund zu kommen. Und außerdem würdet ihr uns sämtlichen fruchtbaren Boden niedertrampeln und unsere Fische aus den Flüssen rausnehmen. Auch wenn wir verbündet sind, die Flusslande kann nicht schon wieder leiden. Nicht ein weiteres Mal. Tali, wir befinden uns im Krieg und ihr macht euch Gedanken darüber, wie eure Lande befruchtet werden können. Ja, weil man muss auch an morgen denken. Was bringt es uns, wenn wir heute alles an Ressourcen wegnehmen, wenn wir den kleinen Kindern das Essen wegnehmen vom Teller, nur damit wir heute wohlgenährt sind. Wir müssen auch an morgen denken. Wir müssen an die Zukunft denken. Robert, er ist der Lord seiner Lande in den Flusslanden. Er muss auch an sein Volk denken. Er hat eine Verantwortung gegenüber seinem Volk. Das haben wir alle, aber Krieg ist Krieg. Ich weiß, was du fühlst. Das Problem ist sowieso, dass wir wahrscheinlich gar nicht so einfach in die Flusslande kämen, denn was ist denn mit eurem Vassal? Walder frei, werter Hostatalli. Ich habe das Gefühl, dass er sich nicht hinter unsere Sache gestellt hat, obwohl ihr dies getan habt als ein Lehnsherr. So, Schutzpatronen müssen wir eben wählen. Ich hätte mir sehr gewünschen, dass es sich an meiner Seite befindet, aber ja, es sind halt doch sehr verschlagene Personen, leider auch in unseren Ländern. Der Bäte Walder frei. Wir werden sehen, was er tun wird, aber das ist ein weiteres Indiz dafür, dass er am Ende noch Zoll haben möchte, wenn wir seine Burg überqueren möchten und den Trident bei ihm überqueren möchten über den grünen Arm und die Zeit für eine Belagerung, die haben wir allemal nicht. Die Targaryens müssen schnell und entschieden besiegt werden, dass Lyanna gerettet werden kann und wie du sagst, Robert, wer weiß, was sie ihr antun. Reicht seine Burg nieder, wenn er im Weg ist. Ihr macht es euch viel zu kompliziert. Einfach mit einem Hammer durch die Landschaft durchgehen und hinterher kann man immer noch sich für Dinge entschuldigen und Reparation leisten. Wir sind aber im Krieg. Da geht es um Stärke. Diplomatie. Diplomatie kann im Königsaal bleiben. Aber Robert, du weißt doch auch, dass die Ehre in einem Krieg niemals untergehen darf. Die Ehre gegenüber Unschuldigen. Wir dürfen nicht Blintings alles niederschlagen, plündern. Wir müssen mit Bedacht vorgehen, überlegt. Und dann, wenn unsere Feinde uns gegenüberstehen, dann muss dieser Hammer ausgepackt werden und dann muss er geschwungen werden, so wie du den Hammer noch nie geschwungen hast, Robert. Eddard, ich bin immer wieder... Wer unterbricht uns hier? Der Herr Graufreuth ersucht sie. Wen? Den Herrn, meinen Herrn Baratheon. Mich? Ja. Graufreuth. Okay, eine Sekunde. Eddard, ich bin mir bewusst dessen, dass du immer und immer wieder deinen moralischen Kompass neu orientieren musst. Aber jetzt sind wir im Krieg. Mach dir Gedanken darüber. Deine Familie wurde abgeschlachtet. Deine Schwester ist entführt. Ist jetzt die Zeit, moralisch da in Träger zu sein? Und zu sagen, okay, wir kümmern uns um unsere Bevölkerung? Wir werden uns um alle kümmern. Wir werden kein Unrecht verüben, aber wir müssen auch einen Krieg gewinnen. Und mit diesen Worten lasse ich dich erstmal weiter überlegen. Und jetzt bring mich bitte zu dem Graufreuth. Nein, bitte kurz. Was? Ich muss ganz, ganz wichtig intervenieren. Noch nicht zu den Graufreuths. Ich habe ein Arrangement getroffen mit den Lannisters. Oh Gott. Es ist mir gelungen, es ist mir gelungen, sie auf unsere Seite zu bringen. Sie werden unserer Rebellion beitreten. Allerdings unter einer Bedingung, dass wir gemeinsam als hoffentlich siegreiche Fraktion gemeinsam entscheiden, wer danach herrschen wird. Dass diese Entscheidung noch nicht getroffen ist. Ja, also das ist sozusagen, das Angebot habe ich ihm gemacht. Unter der Bedingung wäre er bereit. Er möchte das aber von Robert selber hören. Nun Robert, du hast es immer gesagt, es geht um Lyanna und es geht um, für mich wenigstens, um Gerechtigkeit. Ehrlicherweise ist es mir nicht so wichtig, wer auf dem Thron sitzt. Ich versperre mich dagegen, ein Lannister hinterher auf dem Thron zu sehen. Das haben wir ja noch nicht festgelegt. Es geht darum, dass wir es jetzt offen halten und es gemeinsam entscheiden werden. Und wenn wir es gemeinsam entscheiden, dann haben wir alle Möglichkeiten, wenn es dann am Ende um eine Mehrheit oder ähnliches gehen soll. Und liebe Freunde, beabsichtigt doch bitte, wir alle wollen doch zwei Dinge. Erstens, dass wir diese unsägliche Person am eisernen Thron loswerden und auf der anderen Seite, wir wollen Frieden. Frieden auf der Welt und alles andere kann als nächstes kommen. Gottes Willen. Ich bin tatsächlich bereit, dass wir dies nach unserem Sieg, den wir definitiv davon tragen, entscheidend werden. Und das möchte der Lannister von mir wissen. Ja, genau. Wir gehen jetzt gemeinsam nach Kasterlystein. Kutscher, er bringt uns sofort dorthin. Wir dürfen keine... Achtet auf seinen Ton. Er ist ein wenig aufgewühlt. Den guten Robert Baratheon und John Aaron, bitte. Jawohl. So, wir sind zurück wie versprochen an meiner Seite mein Ziehsohn Robert Baratheon. Robert, bitte, was hältst du von unserer Regelung? Ist sie auch in deinem Sinne? Mein werter Lord Lannister, mein werter Tywin, möchte ich mal sagen. Wir haben uns zusammengeschlossen und wir haben einen Konsens gefunden. Wir möchten anfänglich erstmal eurer Bitte nachgeben, dass wir noch niemanden bestimmen, der hinterher den Eisernen Thron besteigen soll. Für uns ist es wichtiger, dass wir hauptsächlich erstmal diesen Targaryen von diesem Eisenthron herunterhiefen. Ist das, ist es das, wofür ihr persönlich kämpft in dieser Rebellion? Geht es euch um Rache, Liebe oder Macht und Reichtum? Uns geht es um den Fortbestand der Sieben-Königslande. Wir haben dort einen irren König sitzen, der Wilden mordet, seine Bevölkerung schlecht behandelt. So möchtet ihr, dass die Sieben-Königslande geführt werden? Nein, das möchte Tywin nicht. Das wissen wir. Wahrlich nicht. Seht ihr? Bitte verzeiht, es geht hier um Leidenschaft, um Liebe, das werdet ihr verstehen, werter Tywin. Aber im Grundsatz habt ihr ja gehört, dass klar ist, es gibt keinerlei Festlegung auf unserer Seite, wer König wird. Wir werden das gemeinschaftlich festlegen. Alle, die sich jetzt beteiligen, dürfen später mitreden. Absolut. Entschuldigt, entschuldigt mein aufbrausendes Temperament in dieser Situation, aber tatsächlich ist die Liebe meines Lebens, so könnte ich es wahrlich sagen, von den Targaryens entführt worden. Es geht mir natürlich nicht nur darum, um diese Liebe zurückzubekommen, sondern es geht mir auch darum, dass wir als die größten Häuser der Siebenkönigslande darüber bestimmen müssen, wie unser Königreich in Zukunft geführt wird. Auch ich verlor die Liebe meines... Nein, wir reden nicht darüber. Ja, ihr habt recht, die großen Häuser müssen ihr Vermächtnis wahren, die Ordnung im Lande wiederherstellen, die schon viel zu lange, viel zu lange leidet. Ihr sprecht wohl. Ich werde mich mit meinen Beratern austauschen und euch eine Antwort zukommen lassen, doch ich bin eurem Anliegen sehr zugeneigt. Vielen Dank. Denkt daran, wir dürfen keine Zeit verlieren. Je früher wir gemeinsam dem Feind entgegenziehen, umso schneller werden wir erfolgreich sein. Wir heißen euch in Roberts Rebellion willkommen. Kommt zu uns, wenn ihr eure Entscheidung getroffen habt. Kutscher, es kann sein. So sei es. Sehr wohl. Ähm, Kutscher, könnt ihr meinen Ziehvater und mich einmal in einen Separee bringen, dass wir uns quasi auf der Reise befinden? Der Ziehvater ist schon weg. Ja, zieh den Ziehvater mal in einen Separee. Ja, hier bin ich an eurer Seite. Wie gut, dass wir uns gerade auf der Reise zurückbefinden. Welch ein langer Weg. Ja, so eine Kurzreise dauert ja auch ziemlich lang. John, nun, ihr kennt, ihr kennt Tivin deutlich besser, als ich ihn kenne. Irgendwie habe ich ein Gefühl dessen, dass er nicht ganz seinen Absichten offenbart, wenn er sich uns anschließt. Was haltet ihr davon? Naja, wir haben es ja auch nicht wirklich getan. Wenn wir wirklich darüber reden, ob wir den eisernen Thron, mit wem wir den eiserne Thron hinterher besetzen wollen. Ist er für euch eine mögliche Option? Ich möchte es nur im Vorfeld wissen. Nein, nicht wirklich. Aber die Lage ist so schwierig, dass wir erst einmal jeden Verbündeten benötigen, den wir bekommen können. Alles Weitere müssen wir dann sehen. Wer weiß, was dieser Krieg bringen wird. Wer weiß, wer von uns am Ende noch leben wird. Das meine ich in der Tat so, wie ich es sage. Insofern, lasst uns erst mal gewinnen und dann sehen wir weiter. Okay, dann möchte ich nur noch einen abschließenden Satz sagen. Wir müssen aufpassen bei diesen Lannisters, dass sie keinen Keil zwischen uns treiben. Und damit meine ich auch Eddard. Ja, in der Tat, in der Tat. Wir müssen aufpassen. Das sehe ich auch so. Okay. So, reitet uns weiter zurück zur Schlacht. Natürlich. Dann kann es sicher auch losgehen. Warte auf euren Boten. Sehr gut. So, also nochmal. Vorschlag jetzt zur Kriegsführung. Ich würde vorschlagen, dass ihr die Sondertruppen nach Möwenstadt sendet. Dass wir dort, da wird vermutlich irgendwie eine Armee auftauchen, dass wir die besiegen. Und dass ihr dann eure Truppen südwärts schickt. Ich werde nur einen Teil der Truppen südwärts schicken und erst mal Möwenstadt zu Ende belagern. Du musst jetzt erst mal gucken, wo ist denn Möwenstadt nochmal? Ja. Ja. Die Nordtruppen werden von Weißwasserhafen aus sich sammeln und dann ebenfalls nach Süden fahren. Die Talis und die Flusslande warten auf euer Zeichen, um zu einer geordneten Zeit Richtung Königsmund aufzubrechen. Ja. Das Problem ist der Weg, ne? Ihr könnt natürlich im Norden ausheben, dort in Windeschanz, oder das Gebiet des Grünen Tals zum Wasser ziehen. Da habt ihr aber eine sehr lange Route nach Süden. Das wird, glaube ich, dann teurer. Die Frage ist, sind die Schiffe... Ich kenne ihn nur als Tywin Land ist da. Können die Talis direkt an dem Fluss gucken? Ich glaube nicht, dass die... Wo ist denn Möwenstadt nochmal? Verdammt nochmal. Vor allem muss bei den Flüssen darauf geachtet werden, wo ein Übergang tatsächlich auch ist. Das ist beim Trident vor allem sehr wichtig. Die Frage ist nur, ob sie vielleicht an ein paar Festungen die Verluste hinnehmen können, um an diesen vorbei zu marschieren, um nach Königsmund zu kommen. Oder sie starten schon mit Belagerungen dort. Wenn sie im Süden ausheben, meine ich. Oder wie seht ihr das? Der Weg ist relativ weit. Die sichere Route wäre die Nordroute. Das muss der Tully entscheiden. Über die... Über das Wasser, meint ihr? Ja, ja, ich denke übers Wasser. Also, nee, zu... Ach so. Ja, ich sehe gerade. Das ist doch gar nicht so weit. Genau, die südlichen Fluss landen nur Richtung Königsmund zu Maschinen. Es sind halt... Wir dürfen... Sind das fünf, sechs Festungen auf dem Weg? Ja, wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass vom Süden natürlich auch die Tyrells bereits Richtung Norden sich bewegen werden. Das ist die Gefahr tatsächlich, ja. Schwierig. Und die Tyrells sind uns in Anzahl und vielleicht auch Kraft tatsächlich überlegen. Ja, wenn ich die Targaryens wäre und sehen würde, da kommt die Tully-Armee alleine langmarschiert, würde ich erst mal gegen die gehen. Werden die Lannister dann jetzt direkt zu Beginn in den Krieg an unserer Seite mit einsteigen, Werther, John? Ja, meine Vögelchen sagen mir, dass sie gerade mit den Targaryens reden. Das wird auch nochmal interessant werden. Fürwahr, fürwahr. Dann kann ich nicht vertrauen. Auf unsere Seite stellen, dann können natürlich Lannister und Flusslande gemeinsam zusammenmarschieren und sind schlagkräftiger und sicherer und könnten dann nach Königsmund aufbrechen. Das ist wahr, aber damit würde ich jetzt tatsächlich nicht rechnen. Nun, wo möchtet ihr meine Armeen haben? Ich denke, die Truppen der Sturmlande sollten noch nicht ausgehoben werden. Erst wenn der Rest unserer Armeen in der Nähe von Königsmund ist, sonst sind sie ein leichtes Ziel für die Truppen aus Dorne und der Weite. Okay, ich werde... Es ist schlau, direkt nach Königsmund zu segeln, weil meine Variante wäre jetzt, dass wir alle in der Nähe von Sturmkopf-Cup landen und uns dann gemeinsam Richtung Königsmund vorbelagern. Das wäre auch eine Möglichkeit. Eine direkte Landung ist ein sehr riskantes Unterfangen. Das stimmt, wir könnten dort direkt von den Feinden abgefangen werden. Ja. Das ist auch vom Timing sehr schwierig. Wir könnten halt um Sturmkopf einfach erstmal in eine sichere Versorgungsposition gehen, unsere Armee verteilen und dann systematisch gemeinsam richten. Ich trinke mal gerade was anderes als... Ich habe keine Ahnung. Meine Weisheit und Erfahrung ist unübertroffen, werter Ziehvater. Ja, ihr habt recht. Ich glaube, das ist dann doch der bessere Weg. Und dann sehen wir, ob wir uns mit den Flusslanden, wenn es so weit ist, vereinen können, vorarbeiten können oder ob die Flusslande auch über das Wasser kommen müssen. Ja, und achtet auf euer Geld. Der Krieg ist teuer. Ich vermute, dass wir nur so 30, 40 Monate uns finanzieren können. Wie ist es denn, wenn wir das einfach zu unserem Vorteil nutzen, dass wir uns nicht mehr finanzieren können? Ich habe gehört, die Lannisters sind ziemlich reich und geben auch gerne ihr Geld an potenzielle Gewinner. Wie wäre es denn, wenn wir ihm einfach ein gutes Angebot der Rückzahlung machen? Es hängt jetzt sehr viel davon ab, wie die Lannisters nun wirklich stehen. Ich würde im Moment noch nicht mit ihnen rechnen. Damit könnte man sie mehr locken? Mit einem Kredit? Ich wollte gerade sagen, dass sie ihr Geld investieren, ist glaube ich nichts, Robert, wo wir Tywin Lannister locken können. Nur wenn er wirklich sehr viel dafür bekommen wird. Da scheint mir das Risiko tatsächlich etwas zu groß zu sein. Dann geben wir ihr in die Flusslande, wenn sie unbedingt wollen. Stimmt, im Notfall haben wir noch die eiserne Bank, wobei ich hörte, dass sie wohl recht schnell immer ihr Geld zurückhaben möchte und natürlich mit Zinsen. Ja, das ist ein Problem. Gut, also, das wird schon. Wir machen das so, wir machen dort diese kleine Schlacht, ich ziehe die Benagerung durch, ihr segelt dorthin und wenn alle dort sind, nach Durmkamp. Wir haben ein Haus vergessen, die Graufreuz. Ja, ich wollte mit euch sprechen, Robert. Aber, wie viele Männer können denn die Graufreuz ins Welde führen? 13, 14.000. 13 bis 14.000. Wir sollten sie vielleicht schon auf unsere Seite holen. Ja, die sprechen gerade mit Dorne. Das ist schlecht und sie haben schon vor längerer Zeit nach dir gefragt, Robert. Du solltest versuchen, noch schnellstmöglich mit ihnen zu sprechen. Kutscher bringt ihnen eine Nachricht, dass ich bereit bin, mit ihnen zu sprechen. Kurze Frage, könnt ihr eure Armeen meiner Angliedern dort bei Möwenstadt? Weil dann müsst ihr euch da um den Kram nicht kümmern oder so. Geht das? Ja, ankoppeln. Und nehmt euch eure guten Anführer raus? Weiß ich nicht. Das kriegen wir dann irgendwie anders hin. Das ist das Vertrauen, was ich von einem Feld her erwarte. Nein, ich meinte damit, Robert, seid im Sturmkapp und nicht hier oben. Das ist nicht euer Schlachtfeld hier. Dann braucht euch woanders viel dringender als bei dieser läppischen Belagerung. Ich werde euch Joramormon klicken. Einer meiner Fakes. Robert Baratheon, ich ziehe euch jetzt nach Pike um zu einem Gespräch mit dem Lord der Eiseninsel. Ja. Lord Graufreud, es ist mir eine Freude, euch zu sehen. Robert, der Rebellenanführer. Rebellenanführer ist vielleicht etwas hart formuliert. Jung und ambitioniert. Richtig? Diese Ambition ist nur, den Frieden über die sieben Königslande zu bringen und Unrecht, nicht Unrecht sein zu lassen. Frieden. Frieden, das wollte ich den Eiseninseln bringen. Meinem Volk bin den Wegen des Eisens nicht mehr gegangen. Aber Raubziege, habe eure, habe ganze Lande haben wir in Ruhe gelassen. Und was haben wir jetzt? Krieg. Robert, was ist da los? Was ist da los? Erkläre es mir. Der Grund für diesen Krieg, den du gerade eben erwähnst, ist der irre König, der in Königsmund sitzt, dir alles untersagt auf den Eiseninseln, dich an der kurzen Leine hält und der dort Unrecht weiterhin gelten lässt. Ist es das, wo du leben möchtest? Ist es das, dessen König du dienen möchtest? Dort möchtest du Vasall sein, das denke ich nicht. Quellon, soweit ich es bislang aus meiner junger Perspektive heraus beobachten konnte, bist du ebenfalls wie ich ein Krieger. Du möchtest auf dem Schlachtfeld stehen. Du möchtest dafür einstehen, was du bekommst. Und genau dort würde ich sehr, sehr gerne dich einmal genauer darüber sprechen, ob du vielleicht auch eine Person sein möchtest, die gegen diesen irren König vorgehen kann. Wir haben eine Allianz gebildet unter meiner Rebellion. Eine Allianz verschiedener Adelshäuser, die gemeinsam gegen Königsmund vorrückt und dort wieder die sieben Königslande zu dem macht, was sie einst waren. Auf dem Schlachtfeld, Robert, ich war jung. Und natürlich habe ich viele eiserne Preise bezahlt. Aber mein Alter, meine Axt in meiner Hand, ja, aber Balon, ich höre, ich höre, Balon war bei euch. Balon, Balon kam zu mir und meinte, ja, gehen wir und gehen zu Robert, gehen mit unseren Schiffen, unseren Männern und riskieren das Blut und das Salz, was dort fließt. ich habe so viel Blut vergießen erspart, um jetzt, jetzt das Blut vergießen wieder zu beginnen. Was wird mir versprochen vom Prinzen, der auch hier den König nicht mehr sehen will. aber die Eiseninseln, ja, die waren auch mal größer. In den Westlanden waren wir, in den Flusslanden waren wir. Schöne Zeiten wurde mir gesagt, aber wir sehen nicht. Sollten wir also wieder sehen, was ist es, was Robert den Eiseninseln bieten möchte, wenn wir entscheiden, unsere mächtigen Schiffe und Krieger gegen unseren König zu schicken. Lord Graufreud, ich kann euch jetzt noch keine Zugeständnisse machen. Das ist es, was ich euch hier ehrlicherweise sagen möchte, zwischen unseren beiden Häusern, die viele, viele Jahrhunderte an Tradition umfassen. Was ich euch allerdings definitiv sagen möchte, ist es, dass, wenn ihr mich unterstützt, ich versuchen werde, mich bestmöglich für euch einzusetzen. Ich kann nicht dafür sprechen, dass ihr Ländereien erhalten werdet, denn darüber kann ich nicht urteilen, außer ich würde irgendwann mal selber auf dem Thron sitzen. Ich möchte euch allerdings das Zugeständnis machen, dass, wenn ihr mich unterstützt, wieder euer Recht darauf bekommt, an der Küste Plündereien durchzuführen und euer Lebensunterhalt auf diese Weise zu verdienen. Balon! Balon! Ich höre Balon schon wieder. Du hast kein Erlaubnis gehabt, in diesem Gespräch dabei zu sein. Balon! Ich sehe doch, in dir dürstet es. In dir dürstet es doch, danach, Plünderfahrten zu unternehmen. In dir dürstet es doch, danach, auf dem Schlachtfeld zu stehen. Dürsten! Dürsten kann es nicht anders sein. Natürlich dürstet es mich und mein Vater alt und gebrechlich auf dem Thron. Robert, kommen Sie kurz, komm. Ja, Balon? Vater, ist es mir erlaubt, mit Robert zu sprechen? nicht erlaubt? Dann folg mir doch mit deinen alten Knochen! Robert, ich habe meinen Vater schon versucht zu überzeugen, dieser Rebellion beizutreten, die Eiseninseln. Frieden, keine Raubziege, keine. Verboten, mein Blut ist kracht, dieser Hurenbock! Ich hoffe, das wird in Zukunft anders sein. Versuchen Sie, meinen Vater doch zu überzeugen! Versuchen Sie, meinen Vater zu überzeugen! Balon, hör mir zu! Der Einzige, der deinen Vater überzeugen kann, bist du selbst! Du bist ein Fleisch, du bist ein Blut! Auf dich wird er eher hören, als irgendeine der hergelaufene Personen, die aus dem Südosten des Landes kommt. Ich kann dir nur sagen, Balon, irgendwann, irgendwann wirst du hier auf dem Thron sitzen, auf dem Thron der Eiseninseln. Und ich kann dir sagen, jene Personen, die sich in diesem Krieg gegen uns gestellt haben und auf Seite des Irre Königs agiert haben, sie verdienen mein Mitleid nicht. Und ich erlaube dir sämtliche Raubzüge an ihren Küsten, wer auch immer sich gegen uns stellen sollte. Daher, Balon, versuche deinen Vater zu überzeugen. Mehr kann ich für euch nicht tun. Ich kann euch das Schwert bieten, doch führen müsst ihr selbst. Ich will den eisernen Preis bezahlen, aber mein Vater, zumindest hat er nicht die sieben angenommen und den achten hinzugefügt. Das war eine Überlegung, könnt ihr euch das vorstellen, diesen, diese Schmach, diesen Schmach, die sieben anzunehmen und nur die Krakals achten zu sehen. Ein Ertrunkener werde ich bleiben, ein Ertrunkener werde ich sein und ein Ertrunkener war ich. Ich werde mich zurückziehen und wiederkommen und hoffe, gute Nachrichten zu hören. Ich vertraue auf euch, denn denkt da dran, in der Schlacht, dort findet ihr auch die Ehre. Ich möchte mich verabschieden bei euch mit eurem Spruch, was tot ist, kann niemals sterben. Aber jetzt muss ich mich auf den Weg machen. Auf den Weg, ich sehe. Mein Vater ruft die Wachen. Ich muss mich, ich muss gucken, was los ist. Ich muss mich vielleicht ein wenig von den Eiseninsen entfernen. Vielleicht werde ich einige Krieger mitnehmen. Tut dies. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ja? Ein Gespräch mit meinem Sohn. Ich weiß bestimmt, worum es ging. Bestimmt das Gleiche, was er mir schon die ganze Zeit sagte. Was haben sie ihm versprochen? Ich habe ihm gar nichts versprochen. Ich bin nicht in einer Position, Dinge zu versprechen. Ihr sitzt auf dem Thron der eisernen Inseln. Und mehr als mit euch zu reden und mit euch über mögliche Aktionen zu sprechen, kann ich nicht tun. Der Rest sind familiäre Angelegenheiten, in denen sie sich selber mit ihren Kindern unterhalten müssen. Ich kann ihnen nur sagen, ich kann ihnen Dinge anbieten, die sie sich von damals erhofft haben. Beispielsweise die Plünderei wieder einzuführen für euch. Ich habe es euch angeboten, ich kann nur noch einmal abschließend diesen Vorschlag erneut nennen. Und zwar jene, die sich gegen uns in der Rebellion stellen, dessen Küsten könnt ihr in Zukunft mit meinem Segen wieder plündern. Was ihr daraus tut, das ist eure Entscheidung. Ich werde mich nun wieder zurück begeben, denn ich habe einen Krieg zu gewinnen. Bitte teilt mir irgendwann eure Antwort mit. Haben sie schon mit Räger oder den Martells gesprochen? Mit Räger? Mit Räger? Räger Targaryen? Ja, mit Räger, deswegen frage ich... Mit Räger Targaryen. Er hat die Liebe meines Lebensgekidner. Er hat sie einfach mitgenommen und hält sie als Geisel. Mein Ziel ist es, Räger, zu töten. Das ist zu hören interessant. Ich kann Ihnen sagen, Räger war nicht hier. Er schickte Boten in Form von Martells. Und ich bin froh, dass Robert, du meinst, die Inseln hier persönlich zu besuchen. Ich nehme mir gerne Zeit für treue Freunde und hoffentlich bald treue Verbündete. Ich muss mit meinem Volk reden. Mein Volk, was viele Jahre auf mich gehört hat. Aber natürlich durch Balon immer weiter in alte Gefieder. Und ich bin nicht den siebten, den habe ich nicht angenommen. Und vielleicht wäre es der Weg des Ertrunkenen noch mein Weg weiter. Robert nimmt meine Galera Fahrt nach Hause und ich werde eine schicken mit einer Nachricht. Ich brauche aber etwas Zeit. Auf den alten Tagen funktioniert es nicht so schnell eine Antwort zu geben. Vielen Dank. Ich erwarte eure Antwort. Lord Graufreuth und verbleibe mit den Worten Was tot ist wird niemals sterben. Was tot ist wird niemals sterben. Auf bald mein Freund. Salz Brot und Salz gibt es mit. Danke. Nun bringe mich zurück. Ei ei mein Lord. Mutter war Lady Menisa. Ich bin zurück. Ja. Okay. Ich Was sagt ihr Robert? Was sagen die Graufreuz? Die Graufreuz sind gespalten in ihrem Inneren. Während der Sohn Balon Graufreuz sich uns händeringend anschließen möchte und in die Schlacht ziehen möchte, ist es eher so, dass Quellon persönlich noch etwas zurückhaltend ist. Er möchte uns demnächst über seine Entscheidung informieren, aber wahrscheinlich befinden wir uns zu diesem Zeitpunkt bereits im Krieg. Das heißt, er wird uns nur unterstützen können. Ob er von Anfang an teilnimmt, das kann ich nicht sagen. Ja, ähnlich sieht's ja aus bei den Lannisters. So, wir sind kriegsbereit, wisst ihr, wann? Wir sind auch kriegsbereit und zwar allemal. Epiphanie und Ismail, vielen lieben Dank für eure beiden Satz, die habe ich nicht vergessen, ich wollte nur nicht zwischendrin reingehen. Vielen, vielen lieben Dank dafür, bitte seht es mich böse an. Dankeschön. gewagt, nach mir zu verlangen und mit mir zu sprechen. Ich hatte die Hoffnung auf einen Frieden, in dem er Lyanna mir unbescholten übergibt und man Gespräche führt. Stattdessen wurde gesagt, dass er Lyanna niemals entführt hat, dass Lyanna doch am Königshofe, äh, am, am, am Hofe von Winterfell ist oder dass er nicht wisse, wo sie hingegangen ist. Dann wurde meine Familie beschimpft und die Targaryens über alle gestellt. Ich bin maßlos enttäuscht über, ich hatte den jungen Prinzen, ich dachte, er wäre anders als sein Vater, aber... Welch eine Anmaßung! Er war's, der sie gefangen genommen hat! Ja, und das werden wir auch rächen. Ja, wir müssen die Armeen endlich los. Ja, ich... Genug der Ich werde auch langsam umgeduldig, obwohl das gar nicht meinem Gemüt entspricht. Ja, für wahr. Ich glaube, es ging noch zuletzt um die Weite, die noch... Aber sie sollte jetzt wieder da sein. Vielleicht können die Kutscher sich einmal informieren und vielleicht können die Kutscher auch noch mitteilen, rein OOC, dass Lyanna Stark zwar offiziell aktuell im Spiel als Verlobte von Robert Baratheon und am Hofe von Winterfell angezeigt hat, aber dass das natürlich nicht der Wahrheit entspricht, dass das nur die Mods spielmechanisch ist sie auch woanders. Also, das regelt der Mod ein bisschen. Ich weiß, ich weiß, aber vielleicht kann das nochmal klargestellt werden, OOC. Ja, ich gebe Scheitssagen. Und dass wir alle bereit wären zu starten, natürlich, ja. Nun, ab mit seinem Kopf! Aber dieser Räger ist arrogant. Das wäre etwas Besseres. Ein typisches Dagarienverhalten. Tugendhaft und ehrenhaft, wie wir es im Norden kennen und gewohnt sind und wie du uns erzogen hast, John. insofern gut, dass es dieses Gespräch noch einmal gegeben hat, denn nun wissen wir wieder, warum wir kämpfen, falls wir es schon vielleicht nebenbei vergessen. Überwahr. Überwahr. Bei dem ganzen Warten. Das stimmt. Ja. Kurze Ansage, Dorne muss noch ein Gespräch führen, dann geht's los. Diese lästige Diplomatie, mein Kriegshammer wird müde. Aber apropos, wie waren die Gespräche mit den Graufreuds, Robert? Die Graufreuds sind im Inneren gespalten, sie wissen nicht genau, was sie möchten. Valon würde sich uns direkt anschließen, wenn er auf dem Thron sitzen würde. Ihm dürstet es, auf dem Schlachtfeld zu stehen und endlich wieder den Eiseninseln den Glanz zu verpassen, den sie eigentlich hatten. Aber Quellon ist sich noch unsicher. Er brachte Frieden über die Eiseninseln und diesen will er nun bewahren. Aber im Inneren ist er auch zerrüttet und trachtet nach der Vergangenheit der Eiseninseln. Er wird uns in naher Zukunft hoffentlich mitteilen, wie er sich entschieden hat über einen Boden. Aber endgültig ist er noch nicht dabei. Hm, ich verstehe. Solange sie nicht die Gunst der Stunde nutzen und unsere Küsten überfallen, werden unsere Truppen im Süden kämpfen. Ist mir das recht. Lasst uns erneut unsere Strategie einmal durchgehen. Wir werden die Möwen Stadt werden wir belagern. Das übernimmt in dem Fall John. Eddard, du wirst über die Ost, über die See im Osten hin zu mir runter nach Sturmkapp kommen. Und dort werden wir gemeinsam Richtung Königsmund marschieren. Und meine halbe Armee wird ebenfalls hinuntersegeln. Genau. Der Rest wird später nachkommen. Die Flusslande versammeln sich beim Pferdekopf und werden dem Trident folgen und Richtung Osten ebenfalls Richtung Sturmkapp sich bewegen. Dann sind wir nun perfekt vorbereitet, um den irren König zu stürzen. Was ist der Pferdekopf? Eine kleine Grafschaft im Herzen der Flusslande. Haben wir uns auch gerade gefragt. Das gehört Harrenhall, ne? Aber Harrenhall ist ja nicht im Krieg. Da müsste man eigentlich sauber durchziehen können, oder? Sollte möglich sein. Das ist ein guter Plan. Dann muss eigentlich nur Derry durchquert werden. Ich sehe Pferdekopf nicht. Ohne größere Verluste müsste es möglich sein. Und dann kommt man glaube ich schon auf See. Ja, womöglich kann ich sogar den Trident ja bereits nutzen. An dieser Stelle. Das müsst ihr austesten, ob die Schiffe muss erst erforscht werden. So ist es. So, liebe Leute, es ist ja bislang noch nicht so viel passiert. Aber wie gefällt es euch bislang? Bislang sind ja nur Gespräche passiert. Wie ist es? Ich kann euch übrigens auch davon berichten, dass der Weite ebenfalls am Rande dieses Gesprächs anwesend war. Irgendein Lied hat er zum Besten gegeben, während es doch eine so ernste Lage gerade ist. Ich weiß nicht, was ich von diesen Mace Tyrell halten soll. War es ein verhönendes Lied? Ich glaube nicht, dass das seine Absicht war. Ich glaube, er hat nicht sehr viel gedacht. Ich glaube, er wollte eigentlich nur die Gemüter wieder herunter bringen. aber so wie Räger geredet hat, glaube ich diesem Mann nicht viel, muss ich sagen. Ich möchte trotzdem einmal einen Denkanstoß geben, weil wir uns irgendwann über diesen Gedanken machen müssen. Natürlich werden wir diesen Krieg auch aus Liebe heraus oder aus Familiengründen herausführen. Aber was ist, wenn wir die Targaryens vom Eisernen Thron gestoßen haben? Dann werden wir uns zusammensetzen und einen König wählen unter all denen, die von Anfang an dieser Rebellion beigewohnt haben. Sollen wir dafür bestimmte Bedingungen aufstellen, wer König werden darf und wer nicht? Ich würde jetzt erstmal voraussetzungsfrei herangehen. Ich darf vielleicht an der Stelle einmal anmerken, dass unter allen, die sich hier aufhalten der edlen Geblüter unser werter Robert Baratheon noch am ehesten eine Verwandtschaft zu den Targaryens nachweisen kann. Das wird sicher ein gutes Argument sein. Das wollte ich so nicht anführen. Ich meine meine Großmutter war ebenfalls eine Targaryen. Die Zeit schreitet voran. Wenn auch nur kurz wie es scheint. Nun immerhin haben wir jetzt Bedenkpause in. Der hat gespielt. Zwei Sekunden. War auch ein schöner Abend. Danke fürs Dabeisein. Absolut. Ja, morgen 17.30 Uhr. Allein die Gespräche waren es doch schon geredet. Wir einen dritten Tag nur voranstellen müssen mit Gesprächen und Ränke spielen. Theoretisches Geblüter. Ramiz Babo einen wunderschönen Tag und für Dein Zapp. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Das wäre nochmal wichtig für die Strategie. Wenn wir diese erste Schlacht in der Möwenstadt geschlagen haben, ich vermute, es wird eine geben, dann empfehle ich dringend, dass ihr dort auch eure Sondertruppen abzieht, weil die Sondertruppen eure Armeen hervorragend sind. Das sind die besten Armeen, die wir haben. Ich habe hier unter anderem 600 schwere Flügelritter, die können jeden vom Schlachtfeld fegen. Ich glaube, ihr habt auch dort gute Armeen stehen. 600 beste Gruppen aus schwerem Fußvolk aus dem Norden, die besiegen durchaus auch fünf Südländer einhändig einhändig. Fünf. Sehr willkürlich gewählte Zahlen. Und Belagerungswaffen haben wir wenigstens 20 Stück ebenfalls schon dort. Aber ja, sobald eine mögliche Schlacht beim Wöbenstadt gestartet ist und ihr den Rest noch belagert, werden wir auch diese Truppen nach Sturmkapp aufbegehren. Meine Banner sammeln sich jetzt schon bei Weißwasser Hafen, um dann dort loszufahren. Nun, meine Truppen erfolgen euch sowieso schon, so wie ich euch ein Leben lang fast gefolgt bin. Ja, aber genau da, das, darauf bezog sich der Hinweis, wenn die erste Schlacht geschlagen ist, solltet ihr nicht mehr folgen, sondern mit den Truppen auch gern Süden segeln. Ich habe dann, ich hole dann einfach einfache Leute, das reicht für die Belagerung. Nun, ihr müsst wissen, ich bin nicht sehr intelligent. Robert, tut, was unser Ziehvater uns sagt, Robert, okay? Du tust das. Folgt eurem Herzen. Nein. Der Verstand ist manchmal auch wichtig. Ja, aber wenn die Person schon selbst anmerkt, es steht in der Biografie drin von Robert Baratheon. Es steht drin, ein wenig intelligenter Mensch. Hat der Kutscher eigentlich auch noch die andere Sache geklärt? Und Rabitzau Rabitzau ein. Vielen lieben Dank für den Verschenken es hat. Dankeschön. Viel mal. Da waren sie tatsächlich schon am beraten, als ich reinkam. Woran scheitert es jetzt gerade, dass die Zeit nicht voranschreit? Das frage ich mich auch. Es gibt ein letztes Gespräch und danach geht's wohl los. Scheinbar ein sehr großes, wenn man schaut. Ich denke, die Targaryens haben die Sonne angehalten. Es wäre ihnen zuzutrauen. Der nächste Grund. Sollte vielleicht nochmal jemand jetzt final erkunden, wie die Lannister sich entschieden haben und ob sie mit ihren Armeen auf unserer Seite marschieren, wäre das sinnvoll. Ja, das ist eine gute Idee, nutzen wir die Zeit. Bote bringt mich schnell nach Carstall in Stein, dort ist der einsame Tywin, den Rote Kutscher Rabe bringt Lord Arryn nach Carstall Stein. Ja, natürlich. Ich werde mal fragen, ob Waterdrop auch mal einen Geschmack herstellen kann mit Näh und Bein für solche Events lassen uns Waterdrop trinken. Kleiner Kutscher Streik. So, könnte vielleicht ein Kutscher noch mal freundlicherweise nachfragen, ob das andere Gespräch langsam zu einem Ende führt, da wir doch alle sicherlich die Schwerter gewetzt haben. JB Sohn, vielen lieben Dank. Ich versuche mein Bestes. Vielen Dank. Waterdrop ist so. So. Ja, jetzt müssen wir gerade mal warten, bis es dann weitergeht in dem Bereich. Ich bin vor allem auch gespannt, wie der Irre König und sein Sohn miteinander umgehen werden. Und Balon, auch an dich vielen lieben Dank für den Sub. Dankeschön. Nun, es wird eine spannende Schlacht, eine spannende Rebellion, aber ich hoffe, wir sind uns einig darüber. Es bleibt nur der Sieg für uns übrig. Ich bin zurück aus dem Süden, beziehungsweise von den Eiseninseln circa zwei bis drei Minuten. Von den Eiseninseln? Na gut. Das wird ein letztes Mal wahrscheinlich um die Eiseninseln gescharrt. Aber das bedeutet, dass wir uns weder auf die Lannisters noch auf die Eiseninseln verlassen können. Naja, mit den Lannister werden wir hoffentlich gleich eine Antwort haben. Wenn unser Ziehvater zurückkommt, Robert, vielleicht bringt er gute Neuigkeiten mit. Wir könnten sie brauchen, denn wie du sagst, eine Niederlage in diesem Krieg, du weißt, was das bedeuten könnte. Das Schicksal meines Vaters und meines Bruders könnte uns allen angehen. Wenn Wenn wir nicht geschafft haben, die Eiseninseln auf unsere Seite zu bringen und die Lannisters nicht auf unsere Seite zu bringen, haben wir 35.000 Männer, die noch gegen uns ins Felde ziehen. Ich weiß, deswegen brauchen wir die Lannister, verdammt nochmal. Vielleicht muss ihnen nochmal mehr angeboten werden. Ich weiß doch auch nicht, Robert. Ich bin kein, ich bin kein Diplomat. Ich bin ein Mann des Krieges, des Kampfes, der Ehre. Und deswegen, deswegen liebe ich dich wie ein Bruder, Eddard. Genau aus diesem Grund. Ich hoffe so sehr auf John. Ich hoffe, dass sein diplomatisches Geschick im vierten Monat auf Stufe 2. Vielen, vielen lieben Dank. Und ich hoffe nicht, dass die Eiseninseln die Chance nutzen, um uns zu überfallen, die unschuldigen Bürger des Nordens. Das würde Chaos stiften, das würde Zerstörung stiften. Aber hätten wir den Eiseninseln ein Angebot machen können? Ich habe Ihnen ein Angebot. Aber ein Angebot, das dir nicht gefallen wird. Was für eins, Robert? Ich habe Ihnen Ihren Anspruch zurückgegeben, wenn Sie sich uns anschließen. Ihren Anspruch darauf, Raubzüge durchzuführen. Was? Lass mich zu Ende reden. Nur jene, die sich in der Rebellion gegen uns stellen, dürfen als zukünftiges Ziel für ihre Raubzüge gewählt werden. Ich meine, diejenigen, die sich gegen uns stellen, die haben sowieso ihr Recht darauf verwirkt, irgendwie auch nur ansatzweise bei uns in den Königslanden eine Rolle zu spielen. Ich weiß, was du meinst und was deine Absicht ist. Und ich finde, dass die Lords, die sich die Seite dieses irren Königsstellens auf die falsche Seite, dass sie bestraft gehören. Aber mit deinem Vortlag, da bestrafst du nicht die reichen Lords, die sich gegen uns wenden, sondern das unschuldige Volk vor allem an der Küste. Menschen, die in ärmlichen Verhältnissen leben, die nicht ausgesucht haben, welchen Lords sie dienen, Robert. Es ist Krieg, Eddard. Es ist Krieg. Was erwartest du? Sollen wir auf jeden einzelnen Bauerntölpel Rücksicht hinterher nehmen? Das ist das Volk. Das Volk wird nicht durch Liebe geführt. Das Volk wird durch Hass und Tyrannei geführt. Egal, wer hinterher auf dem Thron sitzt. Es ist immer dasselbe. Immer. Also lass uns das wenigstens in der Situation, in der es um deine Familie geht, um meine Liebe geht und auch etwas um die Freiheit der sieben Königslande. Nun, ich meine, am Ende des Tages, du hast zu Recht, wenn wir verlieren, dann könnte das gesamte Volk auch noch Schlimmeres erwarten. Aber, verdammt. Eddard, sieh es so. Ich will nicht, dass wir alle unsere Prinzipien durch einen Krieg über Bord werfen. Das ist das Einzige, was ich noch sage. Das tun wir nicht. John ist zurück. John. Und er hat Besuch mitgebracht. Ich grüße euch. Oh, Lord Tywin. Wir haben einen neuen Mitstreiter. Das beruhigt mich, muss ich sagen. Alle offenen Fragen sind geklärt. Die Sache ist, ich glaube, ich darf für Tywin hier kurz sprechen, die Sache ist fest verabredet. Wie wir besprochen haben, wir haben keine Festlegung auf die Verteilung der Titel. Das werden wir gemeinsam klären. alle, die jetzt hier bei uns sind, alle, die jetzt hier bei uns sind, werden beteiligt werden, auf faire und gerechte Art und Weise, sowohl was den Königstitel betrifft, als auch was mögliche Ländereien als Entschädigung betrifft, als auch mögliche Hochzeiten untereinander, um unsere Bande enger zu schnüren. Und deswegen ist Tywin Lannister direkt in unseren Kriegsrat hier von mir eingeladen worden, weil er auch direkt an den Kampfhandlungen teilnehmen wird. Lord Arons Silberzunge konnte wahrlich glänzen. Doch will ich erneut betonen, dass dies aufgrund eurer Worte sehr klar einhergeht mit einer Erwartung, dass House Lannister die ihm angemessene Position erhalten wird in der neuen Ordnung, die wir hier nun gemeinsam schaffen werden. Und mir wurde auch bereits zugetragen, dass ich nach eurem Wissenstand keine Piraten von den Eiseninseln zu fürchten habe. Dies scheint mir ebenso in meinen Gesprächen der Fall zu sein. Doch ich fordere nicht nur, ich bringe euch auch frohe Kunde für den Fall, dass ihr euch noch nicht erreicht habt. Für sechs Monate im Voraus. Der Kampf wird einfacher, als ihr vielleicht denken mögt. Alter. Gaius, es kann losgehen und schadet auf Spiel 1. Sehr, sehr lieb. Wunderbar. Der Wind fährt fort. Krass, ey. Rhaegar plant als letzter Versuch, sein Haus zu retten, seinen Vater zu stürzen und sich selbst zum König zu krönen. Möglicherweise irgendwo ein schlauer Gedankengang, doch einer, der das Haus Targaryen noch weiter zerreißen wird und es schwächer und verwundbarer machen wird, als es ohnehin schon war. Hm. Der Sohn stellt sich also gegen seinen eigenen Vater. Wir werden das beobachten, ja. Dass dieser Konflikt uns die Möglichkeit gibt, den Sieg zu erringen. Nun sammelt die Truppen und mit vollem Herzen und Mut in die Schlacht, liebe Verbündete. Für wahr, die Truppen von euch, Lord Tywin, sollten vermutlich gemeinsam mit den Flusslanden sich vereinen, um nicht abgefangen zu werden von den Truppen des Südens, nicht wahr? Durch die Events gehen wir ein bisschen schneller durch, weil das Roleplay im Fokus steht, nur damit ihr es einmal wisst. Also wir nehmen dann zum Beispiel so ein Geld oder ähnliches mit. Der Süden ist wahrscheinlich gerade noch mit Wein beschäftigt, aber möglicherweise erhebt er sich ja doch. Und dann sollten wir bereit sein. Dann können wir die Strategie ändern. Die Tullys können dann tatsächlich über Land marschieren, wenn die Lannisters an ihrer Seite stehen. Nun denn, wir werden uns auch Landwege in Richtung Phoenixmund vorarbeiten. Was sich als sehr klug erweist, denn wir haben gerade festgestellt, es gibt keine Furt. Ihr seid ein cleverer, gewitzter Stratege, dem nichts entgeht. Der Fisch ist tatsächlich sehr gut, als euer Wappentier gewählt. Nun denn? Schwimmt doch durch den Fluss. Manchmal springen wir auch aus dem Fluss, um uns ein wenig umzusehen. Manchmal etwas zu spät. Hm. Interessante Wortwahl. Okay. Die Schlacht dort wird nicht stattfinden. Die Feinde sind geflohen. Insofern empfehle ich euch jetzt, eure guten Truppen dort abzuziehen. Und wir treffen uns im Sturmkapp, Eddard. Jawohl. Meine Truppen sind schon von Weißwasserhafen losgefahren. Doch Obacht, dort sind feindliche Truppen. Vor meinen Toren? Furchtbar. Vielleicht solltet ihr erst ausheben, wenn... Ich habe gerade ein Event, das keinen Text hat. Das müssen die Targaryen sein. Ja. Targaryen-Einfluss. Wird mich sehr viel Gold kosten. Kann da einer auch kurz bleiben, Robert? Ja. Oh. Obwohl, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, ich könnte es sogar mit meinen. Und sie sind auch geschwächt, wenn sie dort landen, die... Ja, ja. Das wollte ich gewinnen, ja. Robert. Quellon. Quellon. Es sind Dinge geschehen, die habe ich nicht vorhergesehen. Was ist passiert? Wir müssen sprechen. Ich habe König Ergis II. gesagt, wir müssen die Unabhängigkeit und... Wir werden das nicht so weiter... haben wollen. Und er hat uns die Unabhängigkeit gegeben. Somit wurden die Eiseninseln als das anerkannt, was sie sind. Ein starkes eigenes Volk. Was bedeutet das? Die Frage ist... Was bedeutet... Eigentlich habe ich ja gedacht, dass euer Anliegen hier sehr interessant ist. Aber verpflichtet... bin ich aus Gesetzgründen nicht. Und ich sehe Balon schon. Balon hat macht die Schiffe klar. Er hat ja mit dir gesprochen. Und... Die Frage ist natürlich... Die Eisenwege sind die Wege des Plünderers. Ich selber bin eigentlich auch ein guter Plünderer. Und... mehr sind mit solchen neuen Wegen plötzlich die Augen geöffnet worden. Warum nicht ausnutzen, dass ein Eisenmann den Frieden selber bringen kann? Aber natürlich, vielleicht... hilft ja vorher was und wird dafür auch was kriegen in der Zukunft. Also werdet ihr auf Seiten des irren Königs agieren? Ich bin nicht der irre König. Der hat mich losgesandt. Ich meinte nur... Ich habe euer Anliegen gut gefunden. Der Prinz Räger, der Verräter, der seinen eigenen Vater umbringen will und dann auch bezichtigt. Ich sehe hier dort... Ich sehe hier keine Schwester. Ich sehe sie nicht. Von daher glaube ich dort kein Wort. Und... Wo soll meine Armee plündern gehen? Ich könnte helfen und mich selber daran bereichern. Ich zahle den eisernen Preis. Nun, ähm... Er hat diesen Mann in... Robert! Robert! Am 20. des ersten Mondes erhalte ich eine Anfrage. Das ist aber interessant, Robert. Richtig ist das eigentlich richtig, dass im Hintergrund sich die Welt geändert hat, weil da ist die Welt und Flussweg und Weitblick etc.? Ja, ja, für wahr. Es ist so, dass der irre König jetzt gegen seinen Sohn, wie es scheint, in offenem Krieg ist und dementsprechend haben wir kaum noch Feinde. Wir könnten die Chance nutzen, um direkt nach Königsmund zu marschieren. Marschiert vor, Richtung Königsmund! Ich habe jetzt schon 50 Fenster weggelegt. Achso, und es ist quasi ein neuer großer Krieg gerade ausgebrochen? Genau, ja. Wegen Regner. Also marschiert vor auf Königsmund. Dann können wir diesen Krieg schnell beenden. Naja, diese Targaryen Armee, die ist hier oben. Also ich besiege sie gerade. Es waren dann wie so 15.000. Oh! Maurice! Ja? Klicke einfach 5.000 Mal drauf! Dann ist es weg! Ey, es ist tatsächlich, es ist weg! Oh, perfekt! Ich habe 50 Fenster weggeklickt! Gut, dann! Dann könnt ihr ja jetzt für jeden einzelnen Charakter rufen. So, wenn ihr, während ihr klickt, werden hier Schlachten gewonnen. Der Sieg ist näher. Ich verstehe nicht mehr, was überhaupt los ist, aber mein Kriegshammer führt mich schon. Ich bin auch sehr verwirrt, aber Robert, wir sind Seite an Seite. Auf nach Königsmund! So soll es sein! Die Flüsse werden nicht anschließen. Und die heißen Inseln sind unabhängig und nicht im Krieg. Dann komm nach Königsmund. Stürze den, ihren König mit. Oder ich gehe einfach in den Süden, Südwesten und bereichere mich und dann werden die ärmer und verlieren ihr Volk. Ach, die Möwenstadt greift jetzt auch Eris an. Ach so, sie hat sich auf... Okay, deswegen ist die Belagung beendet. Die hat sich auf die Seite von Rega gestellt. Wie skurril. Robert, genau. Wir sollten südlich dieser ganzen Festungen hier marschieren. Ja. Keine unnötigen Verluste haben. Das ist wohl wahr. Und dann direkt zum Roten Bergfried. Um Lyana zu befreien. Das ist aber eine schlechte Entwicklung. Das ist ja das reine Chaos. Aber wir wissen, Chaos ist eine Leiter. Aber dennoch, die Möwenstadt sollte zurück zum Grünen Tal. Das funktioniert jetzt nicht so. Aber ihr gewinnt die Schlacht gegen die Targaryens. Jaja, das machen wir. Und so wurde Jon Ahrenkönig. Ich schließe mich der ganzen Angelegenheit an, weil durch diese veränderten Zustände habe ich Harrenhal verloren. Harrenhal. Harrenhal war vorher schon unabhängig. Glaubt mir, sobald dieser ganze Krieg vorbei ist, wird sich alles wieder in geordnete Bahnen lenken. Also, dann lassen wir hier durchgehen. Und Riesa ist schwanger. Gute Nachrichten. Das freut mich, das freut mich sehr. Was passiert hier? Kettlin ist schwanger. Kettlin ist auch schwanger. Ich werde Opa. Ich gebe zu, dass Lord Tywin Lannister Schild des Westens gerade dezent überfordert ist. Aber ich habe jetzt alles weggeklickt. So, jetzt kann ich Sachen machen. Gute zu Oce-Anmerkung, was den Krieg der Targaryens jetzt betrifft. Es kommt ganz drauf an, wer jetzt zuerst den jeweiligen Krieg gegen Iris gewinnt, wie sich das jetzt entwickelt. Wenn Räger gewinnt, dann kämpfen wir gegen Räger sozusagen wieder. Gegen den Rest, den der Räger folgt. Ja, genau. Zumindest ist das meistens so. Wenn wir jetzt gewinnen, Oce-Anmerkung sagt... Irgendwer spielt gerade richtig laute Musik rein, oder ist das bei mir? Ich höre nicht. Achso, das ist die Ingame-Musik, Maurice. Immer wenn es die schöne Game of Thrones-Musik ist, musst du ein bisschen leiser machen. Die ist leider übersteuert, ja. Meine Truppen befinden sich in Königsmund. Und wenn ihr nun unterstützen möchtet, dann wäre die richtige Zeit gekommen. Die Hohenturms scheinen gegen uns dort zu kommen. Die Stark-Truppen sind auf dem Weg, Robert. Wir sind südlich von Königsmund. Okay, ich habe nur elf Jahre und ich habe die Stadt erobert. Was für ein totales Chaos. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich auch nicht. Ich dachte, das würde jetzt ein geordneter, schöner... Wo seid ihr alle? In Königsmund. In Königsmund. Mit 15.000. Hauptsache, wir sprechen zwei Stunden. Ja, wirklich. Wie wir das Ganze angehen. Und dann entscheidet einfach ein kurzer Moment, nein. Und Robert, ich und auch John, ich erhalte gerade einen Raben. Einen Raben aus Winterfell. Es scheint so, dass Catelyn mir einen Erben während des Krieges geboren hat. Ein Sohn. Und ich nenne ihn Rob. Ich nenne ihn Rob. Während des Krieges. Während des Krieges. Meine Frau ist noch schwanger. Wir sind doch gleichzeitig... Nein, nein. Die Nachricht des Rabens kam schon deutlich früher. Ich wollte nur unsere Kriegstaktiken nicht damit... Ja, Rega hat sich gegen Eris gestellt. Und unterbrechen. Also es ist schon deutlich länger her, dass der Rabe der Schwangerschaft mich erreichte. Dürfte ich daran erinnern, dass ich als Vater der werdenden Mütter eventuell auch mit ein Anrecht habe bei der Bezeichnung der Kinder. Ist das so? Äh. Also mein Vater hat mich das so gelehrt, dass der direkte Vater das entscheiden darf. So ist das Tradition auch im Norden. Hm. Hm. So, ihr macht das da in Königsmund. Ich mach Katz und Maus hier mit der ersten Armee von Königsmund. Es sind nur noch sieben Jahre und dann gehört Königsmund uns. Wir müssen noch einen Festungsring glaube ich ebenfalls belagern. Ich bin mir noch nicht sicher. Dort marschieren Truppen. Ich weiß nicht, wessen Truppen, aber ihr werdet es machen. Die aus dem Norden kommen Feinde auf jeden Fall. Ich hab... Aus Jungfernteich. Aus Jungfernteich. hier machen nix. Alter, ich blick überhaupt nicht in diesen Rebellionskrieg gerade. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich blick da überhaupt nix. In meinem schwarzen... ...Kronen. Mein Erd ist gestorben. Oh je. Oh nein. Okay, ich pfeife jetzt auf diese paar Plünderer. Wir müssen doch hier... Keine Angst, John. Ich werde dein Land beerben zur Not. Mein Lord Tywin Lannister, ich erhielt gerade einen Rahmen. Die Targaryen, würden sie gerne sprechen. Was soll ich antworten? Ich habe Wichtigeres zu tun. Sie haben ja schon gesehen, wie der Würfel gefallen ist. Nun denn. Ich schicke einen Rahmen los, dass sie was Besseres zu tun haben. Ja. Wo befindet sich denn gerade die Armee der Lannister? Sie ist auf dem Weg. Sie hat die Westlande verlassen, nachdem ich 50 Schriftrollen noch signieren musste. Aus irgendeinem Grund war es spontan. Sehr wichtig, dass ich 50 Schriftrollen in Kasterlistein persönlich mein Siegel aufdrücke. Die Armee ist nun gemustert und wird der Belagerung nach allen Regeln des Kriegsrechts werden wir zivil und elegant und ohne unnötiges Blutvergießen die Stadt einnehmen, wie es ein Lannister zu tun pflegt. Ich hätte vorher... Ich hätte die Targaryen splitten sollen. Ich hätte hier eine Plünderung... Sorry. Ich habe eine ganze Armee und bin nur rein. Moment, ich bin... So, ich möchte darauf hinweisen, dass der Krieg stand... Ich bin im falschen Krieg. Moment. Wie bitte, was? Das war wegen den 50... Warum konnte ich da überhaupt mit rein? Ich habe so viele Fenster. Ich bin in dem Rega-Krieg drin. Du bist tatsächlich im Krieg auf der Seite von Rega gegen Eris. Oh Gott. Das kann bei der Bürokratie schon mal verlieren, nicht wahr? Nennen wir dies doch Webern. Ich hatte halt 50 Fenster am Anfang und ich dachte halt... Ich habe nicht gecheckt, dass es eine zweite Rebellion gibt. Ich glaube, der Grund war, weil du noch nicht im Krieg gegen Eris warst, sonst wärst du nicht gefragt worden. Weil ich wurde nicht gefragt worden. Ja, aber ich hatte am Anfang kriegst du als Teil, dass ich nur das Event abwarten oder dich Eris anschließen. Das Rebellen-Event habe ich dann gar nicht bekommen. Und dann kam ein zweites Fenster, das gesagt hat, sind die Rebellen toll. Warte, ist der Maurice jetzt bei einem anderen Krieg dabei? Oh nein. Ja, weil das passiert... Und ich hatte halt einen, oder? Einfach mit dem falschen Krieg mehr oder weniger... Ja gut, aber kann ich da jetzt raus? Oder... Warum kann ich das denn nicht mehr anklicken? Kannst du dich noch dem anderen Krieg anschließen? Ist das denn? Glaub nicht. Vermute mal nicht, oder? Okay. Also wenn man Kriegshopping betreiben könnte, fände ich das sehr merkwürdig. Das geht noch nicht. Nee. Okay, das ist halt natürlich richtig scheiße. Also das lag jetzt an diesen Fenstern. Das macht jetzt mein ganzes Roleplay natürlich komplett weg. Aber kann man jetzt nichts mehr machen. Mein Lord, soll ich einen weiteren Rahmen schicken? Lord Tywin Lannister, ihr könntet uns, die wir hier mit vielen Truppen und Verlusten kämpfen, Goldmittel übersenden, um dadurch euren Beitrag zu gewährleisten. Ich kann ja sonst trotzdem, ich kann ja trotzdem Eris Truppen weghauen. Das stimmt. Ich krieg halt jetzt spielmechanisch dann natürlich keinen Beitrag zu dem Krieg. Also wenn es dann Prestige und sowas geht, das ist halt ein bisschen doof. Braucht ihr noch einen? Nein. Katapulte. Wir bräuchten dringend Belagerungswaffen in Königsmund. Okay. Dafür kann ich sorgen. Dann schick ich die Bauern erstmal wieder nach Hause. Ich möchte auch hinweisen, dass er... Kann vielleicht jemand OOC, also muss man jetzt irgendwie ihr sagen, dass ich eigentlich auf Rebellenseite bin bei Pia und mich verklickt habe, weil sie denkt ja jetzt wahrscheinlich, wie machen wir das jetzt am besten? Dann möge ein Kutscher das bitte so ausrichten. Ich hatte halt, wie gesagt, sagt ihr gerne, ich hatte 50 Pop-Ups, das war jetzt keine beabsichtigte Verwirrung. Das ist jetzt einfach wirklich blöd gelaufen. Es wird ausgerichtet, ja. Ja, jawohl. Wo ist denn hier dieser Festungsring? Es gibt irgendwo noch einen Festungsring, dachte ich, den man vorher belagern müsste, aber ich finde den nicht. Ich ereilt eine Nachricht aus der Zitadelle. Es wurde ein neues Wort geschaffen. Webern. Lasst uns dies doch in die Annalen mit aufnehmen. In dem Fall bin ich wirklich unschuldig. Ich hatte so viele Pop-Ups auf einmal. Der Chat kann es bezeugen. Das war ja wohl die Hölle. Aber ja, es ist natürlich typisch. Es ist typisch. Warum? Ich schwöre, ich kann es nicht. Ich will jetzt was töten. Kommt ihr, ihr komischen Altsas-Truppen. Jetzt verreckt. Das ist gleich hier, oder? Oh, yes. Die Hohenturms waren hier schon bedrohlich nahe Königsmund mit ihren Truppen. Ja, die haben keine Chance. Aber die Pilarions, die stoßen auch noch in die Schlacht, wie wir hörten dort. Seht, wie die Lannisters ihren Teil tun. Welch eine grandiose Armee. Wenn ihr nun noch gewinnen würdet damit. wurde eine grüne Flagge angezeigt. Ich habe auch den besseren Kommandant. Eigentlich sollte ich das so werden. Lord John Arryn, ich glaube, wir könnten wahrscheinlich trotzdem in den Königsmund alle Truppen brauchen. Denn, wenn natürlich Räger mit seinen Truppen dort angreift, kann er natürlich genauso gegen unsere Armeen kämpfen. auch wenn er nicht mit uns offiziell im Krieg ist. Okay. Dann schicke ich die Truppen, die dort hinunter, die... Begreifen wir die für den... Ja, die Initiative. Wir belagern schon. Viel mehr Truppen. Fahne ist Messi bei mehreren Einheiten. Gut, aber sie werden Verluste... Ja, die gibt es auch deutschmod. Wie gesagt, ich kann mich jetzt wirklich blöderweise nicht sinnvoll an dem ganzen Zeugs beteiligen. Das ist halt super dumm. Ich kann mich nicht mit euch zusammenschließen. Irritierend. Alles gut, das wird auch so funktionieren. Hier vernichtet einfach alle andere, die sich Königsmund lehren. Die Sache ist die, dass Königsmund allein uns vielleicht nicht den Sieg bringt. Wir werden auch noch weitere Festungen und Ähnliches belagern müssen. Wenn wir diesen komischen König getötet haben, ist alles vorbei. Wenn wir ihn bekommen, wenn er nicht davonläuft wie ein Feigling. Ob die Lannister diese Schlacht noch gewinnen werden? Nee, es wird knapp. Ich glaube nicht, dass die Lannisters das gewinnen werden, weil sie nur mit Reitern kämpfen und nicht mit Bogenschützen etc. Ja. Ja, ich wie gesagt, äh, als ich meine 50 Pop-Ups weggeklickt habe, habt ihr gesagt, ihr seid schon im Königsmund. Ich dachte, okay, schnell dahin. Äh, äh, aber ihr könnt die jetzt danach aufwischen, denke ich. Die haben trotzdem ganz gut Verluste. Na ja, gerade mal, da kommen wir ziemlich viele Truppen im Süden. Das sind natürlich unsere Gegner. Okay, spannend. Aber die wollen, glaube ich, dir helfen. Nun. Stimmt's, ich wollte dir helfen. Ja, das stimmt, das sind ja meine Verstärkungen, ja. Lannister. Das ist so dumm alles. Vor allem, wie spielt er das in der P aus? Kann mir, kann mir der Maester nicht einfach mal sagen, wer gerade mit wem wie im Krieg ist? Chaos auf dem Schlachtfeld. Aber das sind ziemlich viele feindliche Truppen im Süden. Das kann auch noch ein Problem werden. Ähm, wo befindet sich Rega? Ich, bei mir vielleicht? Ich weiß es nicht. Ne, das ist Robert. Es wäre nämlich äußerst gefährlich. Wenn Rega in meine Nähe kommt, werde ich ihn nämlich erschlagen. So. Das sollte er bei Rega auch. ich habe jetzt diese Schlacht hier gewonnen, ähm, im Sinne von verloren. äh, wem gehört denn dann Old Town, wenn ich dagegen kämpfen kann und die Rebellen? Ach, das ist eine komplett königstreue Truppe, oder wie? Ja, auf der Seite die leeres Tragarien, die Hohenturms. So, die Feinde kommen aus dem Süden. Ich weiß nicht, ob sie in eine Schlacht starten wollen. Äh, also, ähm, vielleicht sollte, äh, ja, mal OOC, also wenn jetzt hier der, ähm, Ringer mit reinläuft, dann killt für einen von beiden. Jaja, aber das, sowohl Shuyuka als auch du wurden vorher darüber informiert, dann ist das, äh, die Entscheidung des Spielers, oder muss beachtet werden, also es ist, ich würde es nur gesagt haben, weil ich kann ja jetzt nicht wegrennen. Also, das ist, die ziehen aber südwärts. Ja, wir hätten eine Nachricht von den Targaryens für sie. Ach, wir wussten ja nochmal die Sachen, ja. Sie hoffen, äh, sie hoffen, dass die Rettung ihnen als gute Geste in Kauf gestellt wird. Möchten sie ihrem Familienmotto nach ja daran erinnern, ein Lannister begleicht stets seine Schuld. Das ist alles, das ist das Dimmste, was hätte passieren können. Ich glaube, er hört jemanden mal jemand was brüllen. Apropos brüllen, mich erreicht ein Rabe, dass irgendwelche Eisenmänner den Norden überfallen. Was? Den Norden? Ich bin im Süden. Die Graufreuz? Warum? Die Harlaus von den Eiseninseln, wenn ich mich nicht täusche, oder? Nein, ich bin im Süden. Es ist einer eurer Vassallen, dann pfeift ihn zurück, verdammt nochmal. Wie soll ich denn meine Vassallen zurückpfeifen, wenn die plündern? Die Plünderungen sind wieder erlaubt. Der König hat uns die Unabhängigkeit erklärt. Der König wird hier bald nicht mehr scheiden. Der König ist nicht mehr. Warum sind die Graufreuz in unserem Kriegsrat, frage ich hier einfach mal. König, du redest nur nicht. Was findet der Fuscher sollte die Graufreuz aus dem Kriegsrat entfernen, und zwar sofort? Außer es wird die Rebellion noch. Die Graufreuz. Ich helfe euch doch in der Re... Ich bin gerade... Hä? Ihr helft euch in der Rebellion? Nun, ich bin grundsätzlich für jede Schlacht zu haben, aber da sich nun zwischen zwei verschiedenen Armeen... Warte mal, man sollte ihn aber jetzt auch nicht zu sehr verärgern. Vielleicht sollten wir ihn kurz zurückholen. Wohlgesprochen, John, als wäre die ein echter Diplomat. Herr Eddard, ich helfe doch im Süden. Ich leiste meinen Beitrag, wie ich Robert versprochen habe. Im Süden bin ich dabei. Ihr tötet Feinde im Süden. Chaos ist eine Leiter. Nun gut, nun gut. Geist jetzt König. Und du redest mit einem König, vergisst das nicht. Ich sehe nur die Truppen der Hohenturms, die gerade nördlich von Königsmund um uns herum schlabenchen, wenn man das ich sagen möchte. Das beunruhigt. Ich möchte gerne einmal meine Verbündeten fragen. Diejenigen, die direkt im Krieg sind. Wo sind die Flusslande und wo sind die... Ja, das ist das Grünetal. Wo findet ihr euch alle? Das ist auf dem Weg. Das Grünetal ist nördlich. Das ist alles voller Truppenstärke direkt neben euch. Wie auch die Starks. Mein Helm hat einen sehr verringerten Seeschlitz. Da kann ich schlecht durchschauen. Man möge es fast nicht glauben, aber der Weg von Flusslande nach Königsmund ist ein durchaus sehr unwegsamer, weswegen unsere Ankunft auch etwas länger dauert als geplant. Aber wir sind auf dem Wege. Nehmt doch das Meer. Da sind wir gerade dabei. Ah, okay. Es ist kein Meeresfisch auf ihrem Wappen, es ist ein Flussfisch. Natürlich, natürlich. So, der Feind zieht ab. Ich belage hier einfach mal die nächste Festung. Ja. Um dich nichts zu machen. Ach, nee. Wenn wir noch länger diese... Wenn wir noch länger Königsmund belagern, stirbt der König an Altersschwäche. Wie war's? Es dauert wohl noch vier Jahre, bis Königsmund und der Rote Bergfried fällt. Wir werden auch... Das ist ja quasi gar nichts. Nun, König... Eris II. ist aber auch erst 41 Jahre alt. Wer hält das noch aus? Da sieht man ihn ja auch an. Man sieht es ihm nur nicht an. Gut gealtert. Gut gealtert. Ist es sehr ironisch, wenn ich als Tywin ein Regiment Armbrustschützen aushebe? Das ist nicht mehr schlecht gealtert, wenn er mit 40 aussieht wie 80. Das ist eine Frage der Perspektive. Eine Frage, die nicht in einem Kriegsrat zu debattieren ist. Aber wie ich sehe, kommen die Flusslande. Wir sind eigentlich endlich. Aber sie haben keine Antapolze dabei. Sowas bestitzen die Flusslande nicht. Lord Tywin, eure Truppen könnten sich nördlich von Königsmund als nützlich zeigen. Dort befindet sich eine Truppenzahl der Hohentums und der Velaryons, die ihr besiegen könntet. Aha, dann werde ich aufbrechen. Bin tatsächlich zum Regenerieren gegangen. Liebe Moderatoren. Moderatoren in meinen Schlachtreihen, meine ich natürlich. Die sämtliche mit einem Bannhammer in der Schlacht schlagen. Liebe Moderatoren, mal bitte vom Prometheus den Command. Das ist sehr schnell sehr unseriös geworden hier. Ich möchte das nur anmerken. Also vor der Memes ist das super, was hier passiert. Ist gerade ein Moderator da? Das Problem ist jetzt, die Stark-Turken wollten auch gerade wieder eine Festung im Norden belagern, aber ich habe die Sorge, dass dann die Hohentums und Velaryons dort direkt angreifen. Ja, ich habe bei meiner Belagung gesehen, das dauert fünf Jahre, da wo jetzt die Talies stehen. Es macht keinen Sinn da zu belagern. Absolut nicht. Es gibt noch westlich von Königsmund vielleicht eine kleinere Festung, aber dort sind auch feindliche Truppen. Wir müssen einfach auf Königsmund hoffen, dass uns das, ja. Meine Werte verbündet nicht, möchte nur einmal daran erinnern. Es ist ja schön und gut, wenn wir den eisernen Thron haben, aber mich interessiert Rega. Mich interessiert vor allem Liana. Ich hoffe sehr, dass sie dort im Roten Bergfried zu finden ist. Werter Robert, das Problem ist, wir kamen hier keinen großen Bewegungsspielraum. Wir erleiden halt massive Verluste, wenn wir jetzt hier weiter ins Lande ins Indere vorstoßen. Bleibt in der Nähe hier von Königsmund und nehmt stattdessen die Dörfer und Festungen drumherum ein. Das sollte ausreichend sein. Ja, die sind leider auch erstaunlich gut befestigt. Gut geschützt, ja. Und das Problem ist, dass alle unsere Katapulte in Königsmund stehen und es immer noch nicht reicht, um diese verdammten, entschuldige diese Wortwahl, Festungsmauern irgendwie anzuklatzen. Ja, der rote Berg ist so stark. Der Krieg macht aus euch wirklich etwas Wildes. Ein Monster. Ein Monster. Ein Monster. Auf das es unseren Zielen gütlich kommt. Nun, es kann doch nicht sein, sind unsere Katapulte mit Wattebäuschen beladen. Ja, ich fürchte. Sie sind wirklich veraltet, kann man sagen. Ah, wir haben hier nur fünf Monate in Island Flank. Das werden wir belagern. Ah, das ist gut. Und in Briansford 18 Monate. Das ist noch akzeptabel. Dann belagern wir dort, aber wir müssen aufpassen, dass dort keine feindlichen Truppen uns angreifen. Im Westen sind große Targaryen-Verbände. Fast 40.000 Truppen westlich von Königsmund. Wenn die jetzt nach Osten marschieren. Ja, Achtung. Zusammenziehen. 40.000 Truppen. Aber die sind geschlagen worden. Ich glaube, sie wollen uns nicht angreifen. Das sind nur die Hohenturms, die hier kommen. Aber die Targaryens haben dort auch noch 30.000 bis 40.000 Mann. Wo seht ihr diese? Die bleibt man nur bei der einen Festung, die fünf Monate braucht. Mit beiden Truppen, sicherheitshalber. Das ist natürlich lustig, denn können. Wenn ich zur Unterstützung eile nach Eilenflank. Wir werden auch tatsächlich in Kürze gegen Räger kämpfen. So hat mir ein Rabe berichtet, dass er kurz davor ist, den Sieg gegen seinen Vater davon zu tragen. Und dann dürfen wir hier gegen all diese Feinde kämpfen, die westlich von Königsmund sind. Ach, du Schreck. Okay, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht tatsächlich. Nun. Und dann kämpfen auch die Lannisters gegen uns? Nun, das werden sie ja sicherlich nicht tun, nicht wahr? Nein. Das hoffe ich auch. Sie können halt nur auch nicht mit euch kämpfen, das ist das Problem. Ja, das geht leider nicht, aber wir hoffen, dass ihr gegen die Hohenturms und Velaryons vielleicht kämpft, weil sie noch Probleme bereiten. Ich würde ja gerne schneller die Tore stürmen. Südlich von Königsmund gerade. Das verkürzt ja auch den Krieg der Targaryens, wenn die noch schwächer werden. Ja, nee, ja, schwierig. Ich habe das Gefühl, dass meine Leute den Sinn eines Katapults nicht verstanden haben und es einfach die ganze Zeit gegen die Wand fahren lassen. Wir können, ich meinte, es ist halt eine Geldfrage, ne? Man kann natürlich noch was ausheben. Ich könnte mir vielleicht noch eine Truppe leisten. Vielleicht eine Überlegung. Ist Zukuka sonst gerade da? Ja, wir haben natürlich bald kein Gold mehr. Flusslande ist, die Kasten der Flusslande sind leer. Ja, ich kann vielleicht noch einmal blieben. Die eisernen Inseln können dann vielleicht demnächst mal helfen. Wir erfüllen gerade unsere Kasse mächtig mit euren Schatzkammern der Feinde. Nun, ich sage mal so, es wäre auch nur rechtens, wenn wir die geplünderten Güter, die euer Vassall im Norden geplündert hat, dem Volke wieder zurückgeben können. Ich sehe die... Also, das ist... Ist das ein wildes durcheinander? Warte mal, 84 Prozent. Ja, dem Volke. Wir sind wirklich nah da dran zu gewinnen. Dafür stehe ich als König. Wir können ja vielleicht jetzt auch mal wagen, die Geschwindigkeit ein bisschen anzuheben. Bei der Schnelllebigkeit, wenn feindliche Armeen marschieren, die marschieren ja in dieser Mod tatsächlich relativ schnell. Ach so? Sind die schneller? Ja, ja, die sind normalerweise, also wenn es sich nicht nochmal verändert hat, ein bisschen schneller als im klassischen. Ich wurde teilweise richtig übel erwischt in dieser Mod. Man muss aufpassen, tatsächlich. Das ist, weil die Karte größer ist. Ja, ja, genau. Also es gibt wirklich Momente, wo du, also ich habe meine ersten Runden habe ich drei hintereinander verloren, weil ich so kurz gewinselt habe. Und dann meine super Armee einfach von Robert erwischt und mit dem Hammer weggehauen wurde. Weil ich kurz nicht geschaut habe in Storms End. Wir haben viele Feinde südlich von uns, also wir müssen jetzt sehr, glaube ich, vorsichtig sein. Und ich habe gleich die Belagerung gewonnen, jawohl. Island Flank, die kleine... Wunderbar, zwei Prozent mehr erhalten. Der Sieg ist uns nach. Ja, es war nur eine kleine Schenke auf einem Hügel, leider. Es tut mir leid, Robert. Und da seid ihr lange versackt? Das kann ich verstehen. Ich doch niemals, aber ich begebe mich jetzt nach Brains fort. Ich unterstütze. So, wir sehen 10.000 Truppen der Weite im Süden. Der Schwarzwisch schließt sich euch an. Bevor ich meinen Hammerfall schwinge, sind wir auch gegen Rega im Krieg? Ja, oder? Noch nicht. Noch nicht direkt. Nein, noch nicht. Das heißt, unsere Truppen können nicht und werden nicht gegeneinander kämpfen, wenn sie ineinander geraten. Doch, okay. Doch, ich glaube schon, oder? Doch, doch. Ich glaube, weil wir beide denselben Anspruch erheben, gelten wir als Konkurrenten. Genau, also wir könnten auf dem Schlachtfeld tatsächlich gegeneinander treten. Werte Lannister, ist euch bewusst, wenn ihr hier eine Belagerung macht, dann helft ihr Rega damit. Ah. Ja, Mist. Aber, also im Osten waren gerade die Hohenturms, die sind jetzt irgendwo im Meer nach Osten gefahren. Ja, die DT sind wieder abgehauen. Die Hohenturms haben auch nur noch 7000 Mann. Ich glaube, das wird nicht mehr wirklich viel. Funny Red Eye. Vielen Dank für deinen Sub im neunten Monat. Dankeschön. Damit haben wir einen Twitch, Baby. Vielen, vielen lieben Dank. Absolut richtig. Ja, dann kann ich literally nichts machen, glaube ich. Der Command ist noch nicht drin. Wir müssen dann einstehen. Ich glaube, die anderen haben gerade keinen Zugriff auf dem Bot. Das tolle ist, das gilt ja jetzt als mein verbündetes Gebiet hier zum Teil. Ich kann mich da reinforcen, glaube ich. So albern es ist. Wir werden darauf zurückkommen. Schön. Der wird gerade hinzugefügt. Der wird gerade hinzugefügt. Der Rote Berg muss zeigen. Aber wie gesagt, um darauf vielleicht jetzt schon zurückzukommen, Lord Tibwin, ihr könntet euren Kriegsbeitrag ja durch eine Form von Gold-Unterstützung liefern. Ich habe Kriegsvolk ausgehoben, weil ich vorher so verloren habe. Gegen die gegen die hohen Turms. Die Länder haben kein Gold mehr. Wollt ihr das wirklich verkünden in aller Welt? Nee, das habe ich natürlich nicht in meiner Rollenspielstimme gesagt. Entsprechend wurde es nie öffentlich. Ich verstehe. John, möchtet ihr euch unsere Armeen anschließen vor den Toren von Königsmund? Vielleicht sind wir dann etwas schneller als in den nächsten vier Jahren durch diese dicken Mauern durchgebrochen. Ich glaube, er ist etwas schwerhörig. John ist auch schon etwas älter. Deswegen nenne ich ihn heimlich oft Vater, damit er es nicht hört. Ah, ich beaufsichtige gerade die Aufstellung von hochmodernen Blieben. Worum ging es? Möchtet ihr euch vielleicht vor den Toren mit unseren Armeen treffen? Vielleicht sind wir dann schneller durch die Mauern durch als in den nächsten vier Jahren. Meint ihr, dass ändert was ohne Blieben? Nee, warte mal. Warum kriege ich da Zentrum? Ich hoffe, dass es etwas bringt. Wir prüfen das mal. Ansonsten könnte es durchaus sein, dass ich an alter Schwäche sterbe. Das hoffen wir nicht. In sechs Monaten fällt auf jeden Fall Brian's fort, westlich von Königsmund. Aber wie gesagt, der Krieg, den Räger führt, es fehlt nicht mehr allzu viel, dass er diesen gewinnt. Und Tywin, ihr könnt nicht aus diesem Kriege zurückziehen. Das ist richtig, nicht wahr? Ich glaube, ich kann nur... Nee, also man kann ja kapitulieren, aber das muss halt der Anführer machen. Genau, als Kriegsteilnehmer könnt ihr da nichts. nur wenn der falsche Prinz sich zurückzieht. Ich möchte zumindest an dieser Stelle anmerken, dass dieser Krieg auch etwas Positives in sich trägt, nämlich dass wir hier vereint dem einen Ziel entgegenwirken und vor allem sämtliche kriegerische Handlungen fern der Flusslande abhalten. Unser Gegner landet. Ich würde sagen, ich ziehe meine Truppen direkt mal wieder weg. Um eher die hohen Turms. Wer hat den Talib diesen Krieg geholt? Wer hat Kutscher, könntet ihr mir mal eine Audienz mit dem falschen Prinzen gewähren, ob ich irgendwie aus diesem Verwaltungsfehler rauskomme? Mir ist gerade noch, vielleicht bevor du dorthin gehst, aufgefallen, in meinem Krieg kann ich auf kapitulieren klicken. Das kannst du nicht. Nee, weil ich ihm beigetreten bin später. Also der ist ausgegraut. Okay, na gut. Also mein Lord, wenn ich das richtig verstanden habe, soll ich fragen, ob sie aus dem Krieg noch wieder rauskommt? Na, ich möchte eine Audienz mit dem Prinzen. Ich glaube, wir müssen das mal besprechen. André, dass der Chaotisch verstanden ist. André, vielen lieben Dank der Eris Eris erstochen wird von Jamie. Nein. Ist das... Das kommt in der Regel nur, wenn Tibin mit seiner Armee in Königsmund steht und wenn er auf der Seite der von Eris ist und sich dann gegen ihn entscheidet. Meine ich. Oder da auf jeden Fall, glaube ich. Oder sehr wahrscheinlich. Okay. Ob es anders noch kommen kann, das ist auch möglich. Es gibt sehr viele Varianten. Ich glaube, es triggert genauso. Du musst halt eigentlich beim König sein und kannst ihn dann hintergehen, weil das ist wirklich so wie im Echten. Ja. Kündige an, dass sich gleich die Belagerung sehr verkürzen wird. Sehr gut. Wir sind jetzt schon bei drei Jahren und nicht mehr vier Jahren. Das ist schon mal ein Fortschritt und dann in Kürze haben wir es verpasst. Natürlich, die Zeit vergeht ja auch, Werther Eddard. Aber laut in Kasselstein wartet der Prinz. Badax, danke schön für deinen Sub. Jawohl, danke dir vielmals sehr, sehr lieb. Also für den Wechsel des Sub. Wir sind gespannt. Sind sie auf dem, auf dem, ah ja, hier sind sie auf dem Weg. Wir hörten von ihnen. Sie kommen aus dem Osten. Man kann es in der Ferne bereits sehen. Irre König. Seht ihr ihn, wie er auf seiner Mauer dort oben lacht, uns auslacht und das Seefeuer bereit macht, seine eigene Stadt eventuell mit diesem Seefeuer vernichten will? Wir müssen da rechtzeitig durchbrechen. Ich schlage mit meinem Hammer schon selbst auf die Mauer drauf. Nur nicht weh dabei. Du war. Nehmt den Tali von mir weg. Was die neuen Belagerungswaffen bringen werden. Wir zählen darauf. Und Freake sollte auch an dich vielen nehmen. Ich habe im elften Monat mittlerweile vielen lieben Dank. 17 Monate, durchaus. Jawohl, jawohl. Nicht viel zu versprochen. Sehr gut, Lord John. John, ich wusste immer, dass ich mich auf euch verlassen kann. Ja, wir haben eine Tochter und ein weiterer Erbe ist auf den Weg. Wir haben eine Tochter, das freut mich sehr. Freut mich. Sehr schön. Das freut mich sehr. Wann kann ich meine Enki das erste Mal selbst Ich sehe das leider nicht in der nächsten Zeit. Wenn der Krieg vorbei ist, ja. Muss ich nochmal ausrechnen. Das dauert ja noch so lange. Könnte aber auch die ersten zwei Jahre von Rob nicht miterlebt. Bin gespannt. Ja, aber ein Krieg dauert. Also stimmt, das ist ja auch ein Enkel. So, da unten geht es zur Sache. Wie ist denn da der Kriegstand? Das ist ja... Oh. 100 Prozent. Verdammt. Rega. Scheiße. Er ist in der Hand von Rega. Wir sind jetzt offiziell glaube ich im Krieg mit Rega Tagari. Welche Entscheidung muss ich treffen? Bevor ich die falsche nehme. Welche hast du denn? Mein Ziel ist immer noch dasselbe. Der Krieg tobt weiter oder dieses nicht länger die beste Vorgehensweise Krieg, das ist eine Pathos-Entscheidung. Wenn du es nicht länger machst, dann würde das bedeuten, dass Rega jetzt König wird und du bist Vassal unter Rega. Also aus deiner Sicht der Krieg tobt weiter gegen Rega, oder? Okay, aber das kann ich machen und am Ende wird auf jeden Fall nicht komplett Tagari durch mich ausgelöscht werden. Das ist richtig. Wir können es noch dann so handhaben, dass der Sohn von Rega Geisel werden kann. Aber ja, es macht im Roleplay nur Sinn. Du gibst ja jetzt nicht auf. Also ja. Okay, mein Ziel ist immer noch dasselbe. Mach ich. Ja, genau. So, ich glaube Shuyoka muss was klären. Wobei vielleicht wäre es gut gewesen zu warten. Ich weiß nicht, ob Shuyoka vielleicht doch mal... Ja gut. Ich meinte nur, vielleicht will sie im Roleplay ein Gespräch suchen. Das wäre jetzt natürlich noch eine gute Chance gewesen. Ach so, ja okay. Ah, jetzt ist es zu spät. Egal. Wie sieht es jetzt mit Lannisters aus? Wir sind jetzt Teil der Siebenkönigslande. Und wahrscheinlich auf der Gegnerseite? Auf der Gegnerseite sehe ich nur Lord Raimund aktuell. Ja, das Problem ist, wenn ich Tagari auslöschen möchte, dann gibt es einen Spieler komplett raus. Shuyoka-Events, die hätten vielleicht erst durchlaufen müssen. Shuyoka komplett raus. Ich glaube nämlich, dass das erst wirklich jetzt folgen würde. Jetzt ist es Sorge für Stabilität. Ich werde mal kurz sagen, dass sie vielleicht wenigstens ein paar Tage durchlaufen lassen sollten. Mal speichern. Das können wir auch selber machen, aber nee, müsste der Host, wäre noch besser, wenn der Host speichert. Shuyoka scheint Events dran. Ja, klar. Jetzt werden alle, alle, die nicht im Krieg sind und Teil der Königslande sind, werden jetzt, glaube ich, gefragt auch wieder, ne? Wobei, warum wurde Robert gefragt und ich nicht? Weil Robert der Kriegsführer ist. Ja. Ach so. Ist ja Roberts Rebellion, nicht Johns Rebellion. Auch wenn ich dich immer als Vater sehen werde. Aber ist es eigentlich Johns Rebellion, weil er sich verweigert hat, euch auszuliefern? Das stimmt, aber mein Targaryen-Blut ermächtigt mich, diesen Krieg zu führen. Richtig, richtig, ja. Targaryens dürfen nur unter... Fütchen, danke schön für deine 100-Pits. Sehr, sehr lieb. Danke. Jetzt geht's auch. Ausrufezeichen B-Bahn. Funktioniert jetzt auch bei uns. Das ist natürlich jetzt sehr spannend, was da passiert bei den Targaryens. Ich weiß auch, wie es so gerade Pause ist. Also das Event kenne ich auch. Das ist dasselbe, was du dann auch haben könntest, Stranger, falls du gewinnen würdest. Und zwar darf Rhaegar Targaryen jetzt alle Verräter über sie urteilen. Also ob sie Land verlieren, ob sie hingerichtet werden, ob sie verbannt werden, sozusagen zu all denen, die ehres treu waren. Das sind jetzt aber, das sollten nicht so viele sein. Also sowas wie die Hohenturms und so. Darüber muss gerade in jedem Event einzelnen Urteile gefüllt werden, geführt werden, sozusagen. Es gibt auch einen wahren, der einzig wahre Verräter ist ja wieder hier, Tivin, ne? Der jetzt ja wirklich als Verräter, Verräter, Wiederverräter ist. Einfach Verräter. Eigentlich müsste Shoryoka bei ihm aber eine andere Entscheidung klären, weil er ja de facto nie auf ihrer Seite war. Er kann ja nicht über Tivin, also sie kann ja nicht über Tivin entscheiden normalerweise. Sie kann normal nur gegen die Lords, die er es gedient haben, entscheiden. Das sind ja nur unbedeutende KI-Charaktere. Ich möchte aber anmerken, dass wir diesen Krieg gewinnen können. Also wir sind mit doppelter Stärke deutlich überlegen. Bist du dir sicher? Denn, Robert, noch sind, glaube ich, die ganzen Anhänger der Targaryens nicht offiziell auf der Targaryen-Seite, meine ich jedenfalls. Ich glaube nämlich auch, dass das erst ausgelöst wird, wenn die anderen Events abgearbeitet sind. Genau, richtig. Die werden alle noch, also die Weite, Dorne und wahrscheinlich die Lannister Wir werden gewinnen. Aber natürlich wir müssen gewinnen, Robert. Juliana. Wir müssen gewinnen. Und das ist ja jetzt seit kurz, Königsmund ist ja noch ein Jahr. Hoffentlich kriegen wir, ja, wen kriegen wir denn dann? Dann kriegen wir Eres nicht mehr. Also das ist aber ein wildes Gugel. Der ist wahrscheinlich jetzt im Kerker seines Sohnes. Ja, mutlich. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass ich mal einen Satz bewahrheiten könnte. Hoffentlich kriegen wir die Rebellion heute noch durch. Ja, die Rebellion kann eine halbe Stunde dauern, sie kann aber auch vier Stunden dauern. Das ist alles möglich tatsächlich. Man muss an der Stelle auch anmerken, dass die Rebellion ja auch etwas gespalten wurde durch ein zweites Ereignis, was ja so nicht beabsichtigt war. oder beziehungsweise nicht. Naja, aber es ist realistisch, dass Reger das macht. Ich finde es eine sehr interessante eigentlich Entscheidung. Absolut. Muss man sagen. Also damit hatten wir auch eher gerechnet. Wir hatten nur gedacht vielleicht, dass Robert vielleicht den Krieg gewinnt, bevor der Krieg zwischen Eres und Reger vorbei ist. Das wäre so der beste Ausgang für die Targarins gewesen. Dann hätten auf jeden Fall die Targarins überlebt. Aber schauen wir mal, was passiert. Ich dachte, ihr meint das Leben. Wenn man aufs Ganze spielt, dann kann man gewinnen oder verlieren. Ja, aber ich glaube, einen anderen Weg hätte es nicht gegeben für uns, weil wir haben ja schon die Hauptstadtbelage und es waren vier Jahre und alle anderen Provinzen drumherum ebenfalls. Das ist ja vollkommen richtig, genau. Ich freue mich auf den Tag, wenn wir Targons Kopf er ist da. Der Kutsch hat sich verfahren im Kreis. Das darf ruhig hören. Kein Problem. So, wir haben aber ein kleines Problem. Schaut euch mal das Kräfteverhältnis an. Also damit sieht es jetzt nicht sehr gut für uns aus. Das ist leider richtig. Die Graufreuds, gibt es eine Möglichkeit, dass die Graufreuds noch offiziell in diesen Krieg einsteigen? Werter Lord Graufreud. Lord Graufreud König Graufreud schickt schon seine Männer erstmal gerade nach Casterly Casterly Shrug um dort zu plündern. Das ist meine derzeitige wird direkt aus den anderen Ländern rein werden die direkt zu den Lannisters geschickt. Das wird natürlich unseren Kriegsbemühungen nicht direkt Er wird seine komplette Armee dorthin schicken müssen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Lord Tivin Lannister ist so eiskalt abgebrüht, dass er vielleicht sogar den Stammsitz aufgibt für den Sieg und die Machtposition, die er dadurch bekommt. Da bin ich mir nicht sicher, ob er wirklich Casterly Steiner vorhergibt. Das glaube ich auch fast nicht. Casterly Steiner ist aber auch nicht so einfach auch durch die Graufreud zu erobern. Das könnte so lange Königsmund dauern. Ich habe nicht erobern, ich plündere nur. Wichtig ist jetzt allerdings zu besprechen, wie wir weiter vorgehen möchten, nachdem ein solches Ungleichgewicht gekommen ist. Ich habe drei Söhne gekriegt, das möchte ich vielleicht nochmal erwähnen. Wir sollten versuchen, noch wenigstens zu erobern, meiner Ansicht nach. Vielleicht haben wir das Glück, noch einen wichtigen Targaryen gefangen zu nehmen, um doch noch einen Trumpf in diesem schwieriger werdenden Krieg zu erringen. Wir müssen jetzt die Belagerung erstmal weiterziehen. Es wird vielleicht eine große Schlacht geben und wenn wir dann verlieren, dann müssen wir neu umsetzen. Wir rennen ja Lord Robert. Könnte ein Kutscher bitte dafür sorgen, dass das Rad der Zeit weiterdreht? Lord Robert? Maurice hat die sein Gewicht. Natürlich. Ja. Ich sehe Mia. Sie sehen ihre Tochter. Bitte? Mia, sie haben eine Tochter. Robert, du hast eine Tochter. Überraschung. Eine Stein. Ich habe eine Tochter. Du hast eine Tochter, ich habe mehrere Söhne. Während meine Verlobte im Gefängnis war. Ja, das ist ja Robert, wir alle wissen, müssen wir es beim Namen nennen, Robert. Du weißt doch, du weißt doch selbst. Ich weiß nicht mal, was ich gestern Nacht gemacht habe. Ja, genau. Robert hat vor allem ein Problem, er hat kein Gold mehr und das ist für den Krieg jetzt eigentlich sehr schlecht. Ich habe leider wirklich nicht gehört. Aber dann reden wir uns jetzt bitte auch das Wichtige. Wir müssen die Belagerung wirklich schnellstmöglichst abschließen. Unser Vorteil könnte es sein, dass vor allem die Lannister doch einen breiteren Weg zurücklegen. Was sind die Lannister Truppen aktuell? Ich sehe sie nirgends. 13 Monate dauert es noch. Wir müssen diese 13 Monate strecken und vor allem, wenn ich das jetzt so richtig überlege, es ist eine 1 zu 1 Schlacht, die stattfinden muss. Das heißt, auch der Feind muss gesammelt in den Krieg ziehen und so ermöglicht uns der Zuzug feindlicher Truppen eventuell keinen zeitlichen Spielraum. Das Problem ist, dass das Königsmond jetzt nicht mehr so viel Kriegstand geben wird, weil das nicht mehr die Hauptstadt ist. Das ist leider richtig. Wir müssen danach wieder hochschneiden. Ja, natürlich. Viel Spaß. Eine sehr eisene Bank von Pike zu fragen, Robert Baratheon. Eine Frage, die ich im Vorfeld erst mal stellen muss, ist, dass mir mitgeteilt wurde, dass wir 60.000 Truppen ins Felde führen. Wo befindet sich denn die andere Hälfte unserer Truppen? Wir haben 50.000 sind stehenden Königsmond. Richtig. Aber Robert war schon immer schwach in Mathematik. John, ich dachte, du reitest nicht mehr darauf rum, wie es um meine Intelligenz steht. Dafür habe ich kräftige Arme und ein mächtiges Scepter. Äh, den Kriegshammer. Das stimmt. In einem Kampf habe ich doch immer den Kürzeren gegen dich gezogen, Robert. Aber ja, unsere Truppen müssten, ja, 50.000 sind in Königsmond versammelt. Und wo sind die anderen 9.000? Das ist eine sehr gute Frage. Die Truppen der Stark sind alle hier, über 20.000. Die Truppen der Targaryen sammeln sich unten. Es sind nun fast 100.000 Mann, die gegen uns zu Felde ziehen. Was? Ja. Das rechtlich. Oh mein Gott. Nun, also auch wenn ich mir selber ein großes Kriegsgeschick anmaße, ist das doch etwas viel. Denn, John, vielleicht könnt ihr mir noch einmal helfen. 100.000 waren mehr als 60.000, oder? Ja, langsam passt das mit dem Doppelt. Sehr schön. Lord Robert, ich habe eine Frage. Warum ist der Lehnsherr ihrer Tochter Lord John Arryn? Wir sind eng miteinander verbunden über familiäre Bünde. Ich, ja. Ja. ich wollte, dachte ich kann den Krieg so beitreten und ja, okay. Vielleicht bringen wir sie aus? Ihr könnt den Krieg noch beitreten dann. Ihr könnt euch noch für den Krieg entscheiden. Die eigene Bank von Pike bietet das auch an für diese Hochzeit. Ich habe ein weiterer Hochzeit. Für diese Hochzeit. Und wen soll sie ehrlichen? Meinen Sohn. Lord Urigon Graufreud. Urigon, der Viertgeborene einer Dynastie? Das ist ja gleichbedeutend mit Für einen eisernen Thron ist das günstig. Für einen eisernen Thron? Nein, das ist nicht dafür günstig. Das ist der Viertgeborene. Das ist die Erben der Sieben Königslande, nachdem wir gewonnen haben. Und für Geld aus der eisernen Bank von Pike. Ich werde doch meine Tochter nicht verkaufen. So. Außer der Preis ist hoch genug. Es sind alle Eisenmänner auf der Seite. Das ist der Preis. Nun, das kann ich jetzt nicht benutzen, weil ich es geschrieben hat. Ach, ich weiß, warum die Tochter auf hohen R ist. Weil Robert, naja, Robert ist kein Kostverächter. Und auf hohen R hat er offenbar eine Hofdame getroffen. Die Schlacht steht bevor. Das ist ja eine Beauftung. werten Lords, die Schwerter müssen gezogen werden, die Targaryens marschieren gegen uns. Es wird eine Entscheidungsschlacht bei Königsmund geben. Leute, nehmt eure besten Befehlshaber. Ich bin selbst der Befehlshaber. Ja, natürlich. Ist die Frage, wer führt diese Schlacht an? Meine Wenigkeit. Das werden wir sehen. Möglicherweise schaffe ich es ja. diesen regaligen Kampf niederzustrecken. Seite an Seite stehen wir hier. Wir werden gewinnen. Der Feigling. Auf zum Sie. Lord Mark Heindorf schickt er. Wer ist das denn? So, was sie nicht ausführen. Ihr könnt eins sagen, wenn Lord Tywin diesen Krieg weiter kämpft, ich habe Lord Tyrion. Ich habe Lord Tyrion gefangen genommen. Ich glaube nicht, dass ihn das so sehr interessieren wird. Tyrion ist doch der halbwüßige. Lannister und vielleicht interessiert ihn dann sein Bruder. Ja, ich denke, das ist ein schöner Faustpfand. Bitte übermittelt ihm das werter Lord Graufreud, dass er sofort die Kriegshandlung einstellt. Ich denke nicht, dass er darauf reagieren wird. Ich kann auch einfach einen Kutscher übermitteln. Sammelt euch! So, was hier? Sofort zu Tyrion. Oh mein Gott. Die Schlacht. Bildet ein Kreis! Die Übermacht ist zu groß. Stirbt jemand vor euch! Schmeißt ihn als Deckung vor euch! Oh nein, der Schwarzwisch ist von uns gegangen. Früenten Tally. Er starb ehrenhaft in der Schlacht. Wir müssen... Oh mein Gott, sie umringen uns. Oh mein Gott, es sind zu viele. Ich lebe noch! Mein Hammer schwingt! soll rausgehen! Um Gottes Willen! Jemand hat ihr beingestellt! Ich habe es genau gesehen! Nur so konnten sie mich bezwingen! Das Schlimme ist, wir werden uns nur westlich von Königsmund zurückziehen. Eine Depeche von Lannisters, es ist kein Sohn von ihm, deswegen wird er weiterhin die Kriegshandlungen fortführen. Und sein Bruder ist ihm egal? So war es der Wort Lord, ja. Sein Bruder und sein Sohn. Jamie Lannister ist im Gefängnis von Lord John Arryn übermittelt ihm das, das ist sein Sohn, sein ältester Sohn. Sofort. Oh, ho, ho, Kutcher, sofort, geht. Ihr habt also jetzt den Sohn von Lord Lannister ist im Kerker von John Arryn. Ja, und erinnert ihn an das Mondtor, Geschichten hat er sicher gehört davon. Richtig. Nell, er darf keinen Kampf mehr durchführen. Wir müssen weiterkämpfen. Wir müssen uns über den Flusslanden zurückziehen. Nein, wir müssen uns zurückziehen, ja, genau. Diese Schmerzen bringen uns dazu, weiterkämpfen zu können. Wir können uns nicht zurückziehen. Wir müssen. Wir müssen. Wir müssen sterben, das ist das Einzige. Ich führe mein Heer weiter. Wenn die Lannister uns weiter angreifen, nachdem ihnen das übermittelt wurde, nicht wahr? Schaffe ich das zeitlich, aufs Meer zu gehen? Das glaube ich kaum. Na? Vielleicht? Die große Flucht, oh mein Gott. Geschafft oder nicht geschafft? Wird John sterben? Möglicherweise am Strand hier? Das wäre ein unnötiges Ende für ihn. Es geht nicht aus. John! Noch einen Tag, ja, sehr gut. Fluchtes verloren, oh mein Gott. Von der anderen Partei, Sie wünschen einen kurzen Waffenschnittstatt um die Klärung der Gefangenaustausche. Es gibt keinen Gefangenaustausch, aber wir müssen mit Lord Timbalanister sprechen, nicht wahr? Ja, genau. Aber wir sollten ganz kurz, also kurze Waffenpause finde ich ganz gut, ja. Eine Waffenpause für Schwächlinge ist das? Nein, was haltet ihr davon? Wir schlagen vor einen weißen Frieden gegen die Rückgabe von Jamie. Was? Das ist eine gute Idee. Liana! Ja, und Liana muss natürlich auch zurück nach Winterfell kommen. Das sollte auch befreit werden, ja, klar. Danke schon. Ich wusste schon immer, euch liegt viel an meinem Herzen. für einen weißen Frieden wären Liana und die Rückgabe des Lannisters. Wir rufen, wir rufen, falls das natürlich jetzt schon geht, wir rufen den Rat des Königs ein in diesem Saal. Einen großen Kriegsrat. Einen großen Kriegsrat. Das ist eine gute Idee, ja. Das heißt, wir verschieben alle nach in den Rat des Königs. Ja, und pausiert bitte dann, ne? Ja, genau. Gut, ich verschiebe da mal. Okay, ich führe unsere Angriffsstrategie. Was führst du für eine Strategie? Unsere Angriffsstrategie. Wir sind schon im Rat des Königs. sind wir. Die Verwirrung. Wir sind am Leben im Rat des Königs. Ich höre es noch blicken. Es wurde ein großer Kriegsrat einberufen, um über die aktuelle Lage in Westeros zu sprechen, bevor hier einzelne Booten hin und her gehen und eines dem anderen nun überwringen nimmt. Ich hoffe, dass alle Beteiligten da mit einfach passieren. Der natürlich nicht Teil des Kriegsrats sein möchte, kann den jederzeit verlassen. Sorry. Bin durch ein Hinweis, man hört dann Gamesound irgendwie. Daher kam das Bedingen. Ja, sorry. Gut, wenn dann einverstanden sind, würde ich kurz unseren Vorschlag einbringen. Wir bitten darum. Der Vorschlag ist kurz und knapp und eindeutig. Wir bieten an, Jaime Lannister freizulassen. Im Gegenzug wünschen mir die Freilassung von der Gefangenen, Königstochter, Lordstochter, Ja, Frau Stark und ein weißer Frieden kann geschlossen werden. Im Angesicht eures Verlustes bietet ihr mir an, wen zu befreien und fordert jemanden, den ich nicht habe, um dann einen weißen Frieden einzufordern, obwohl ihr erst meinen Vater und dann mich hintergangen habe. Ich habe ein Gegenangebot. Ich möchte den Kopf von Eddard Stark und ich möchte den Kopf von Robert Baratheon. Sie müssen nicht sterben. Die beiden werden zur Mauer entsandt. Dann dürfen die restlichen Häuser alle ihre Bereiche behalten und werden keiner weiteren Strafe vorgeführt. Ist das denn auch die Meinung von Tyrion Lannister? Ich weise darauf hin, dass wenn das wenn wir hier nicht zu einer Einigung kommen wird, Jaime Lannister das Mondtor kennenlernen wird. Nun zeigt ihr also euer wahres Gesicht. Was heißt das? Das sagt Lannister. Ihr droht mit der Hinrichtung einer Geisel schäbigst. Doch sagt mir, wenn ihr jenes tut, wie denkt ihr wird es dann für euch weitergehen? Ja, weil wir gewinnen gerade und ihr verliert. Das spielt in diesem Moment keine Rolle. Die Frage ist, opfert Tywin Lannister seinen Sohn? Ich möchte gerne auch nochmal etwas einbringen. Während der Kopf von Eddard und mir gefordert wird, wird uns vorgeworfen, wir hätten uns erst gegen den Vater und dann gegen den Sohn gestellt, während der Sohn selber rebellierte im selben Atemzug. Das halte ich für eine Farce. Der Sohn hat nicht rebelliert. Ich bin Rega Targaryen, der einzig wahre Drache und ich wurde erzogen, um zu herrschen über meinen Thron. Es ist meine Pflicht und meine Aufgabe, die Bevölkerung von Westeros zu schützen, wenn notwendig dann auch gegen einen falschen Drachen, der im Angesicht der Macht und des Feuers den Verstand verloren hat. Ich habe meine Aufgabe als Regent erfüllt. Wie könnt ihr das wagen, das Tyrannei zu nennen? Genau, das haben wir ja auch getan. Das ist nicht richtig. In mir fließt Targaryen Blut. ist richtig. Robert Baratheon hat Targaryen Blut in seinen Adern. Und das sagt ihr mir einem wahren Drachen? Vermischtes Blut mit Wild wird aufgewiegelt neben wahren Blut eines reinen Drachen? Was ist das denn für Tjölpel, was hier gesprochen wird? Doch lasst mich ein Wort ein werfen. Müssen wir denn wahrlich allesamt Feinde sein? Ist nicht der Konflikt gestartet worden? Beide Konflikte von einem König, der nun abgesetzt wurde? Ist nicht die rechtmäßige Ordnung unter einem Neuen, einem Vielversprechenden, einem Prinzen, der sich nicht mehr zur Schulde hat kommen lassen, als das Ziel unbeweisbarer Gerüchte geworden zu sein? Ist dies nicht ein Königreich unter dem wir alle gemeinsam wieder Frieden finden könnten? Frieden und Wohlstand? Wohl gesprochen, aber denkt daran, dass der Konflikt ausgelöst wurde durch eine Entführung. Das stimmt. Eine Entführung des Mannes, der jetzt hier herrscht und hier mit uns am Tisch sitzt. Das heißt, dieser Punkt muss schon aus dem Weg geräumt werden. Diana ist immer noch unauffindbar. Ich kann nicht zurückgeben, was ich nicht gestohlen habe. Es sind nichts als Lügen, die hier eingefragen werden. Ich weiß nicht, wo Lianna Stark ist. Meine einzig wahre Liebe ist Elia aus dem Hause Mattel, weil ein Drache liebt die Frauen der Sonne und nicht des kalten Winters. Lügen werden hier gesprochen und niemand sagt etwas dagegen. Gibt es denn auch nur einen einzigen handfesten Beweis für die Entführung, auf die sich dieser Krieg zu gründen scheint? Denn mir scheint, der wahre Auslöser war das Verbrechen, welches der irre König an der Dynastie des Hauses Stark beging und der irre König wurde bestraft für jene Taten. Alles weitere sind Behauptungen, oder habt ihr mehr vorzuweisen? Nun, wenn wir Liana finden, dann können wir sie ja befragen. Die Frage ist nur, wo sie sich befindet und ich meine nach wie vor, dass die beste Antwort Räger kennen sollte. Doch er bestreitet es. Was soll ich glauben? Wo ist meine Schwester? Aber Lord Stark, seid ihr nicht ein Mann, dem das Wohlergehen eurer Untertanen am Herzen liegt? Auf den reinen Verdacht, dass sie im Kerker des Prinzen sitzen möge, für den es keine Beweise gibt? Wollt ihr tausende Leben verheeren und diesen Krieg fortführen? Und Lord Tywin, seid ihr nicht ein Lannister, der so ziemlich die halbe Familie im Kerker hat? Jowlinger grüßt dich. Was mache ich im des Königs? Ich habe Tyrion und den Bruder von dem Werten Tywin Lannister, nachdem er mich verraten hat, nachdem er mich verraten hat und gesagt hat, an der Seite wird er gegen den Prinzen kämpfen und das hat er uns verraten und somit bin ich nach Karsel die Stein, habe seinen Sohn Tyrion Lannister und auch seinen jüngsten Brüder gefangen genommen. Wollte dich auch mal daran erinnern, dass das ein wichtiger Entscheidungspunkt sein könnte, wie es der Familie ergeht. Welch ein Hohn, wenn ihr von Verrat spricht, während ihr euer Schwert gegen den einzig wahren Thronerben erhebt. Ich habe mein Schwert gegen den Thronerben gehoben, ich Verwinderungsrecht gegeben hat. Somit habe ich nur vollends das getan, was den Eisenmännern zusteht und den eisernen Preis bezahlt. Du hast die Schwäche eines wahnsinnigen Königs ausgenutzt. Also ich bezweifle, dass das hier eine Tragweite hat. Für die Konsequenzen eures Verrates werdet ihr noch böse und Grauf Leute. Worauf strebt ihr ab? Was ist euer Ziel? Mein Ziel ist natürlich der Frieden und ich möchte, dass der Frieden gegeben wird und an alle und eventuell sollte dort drüber gesprochen werden, was vielleicht durch Verrat erlangt wird, nicht der richtige Weg ist. Wir sind uns einiger als ihr glauben mögt. Wir haben den Weißen Frieden vorgeschlagen. Bedingung des Königs ist der Kopf von Eddard und Robert. Das ist euer Frieden? Da bin ich mir entgegen. Versteht den König Er hatte gesagt, statt die Köpfe dieser beiden Verräte zu fordern, reicht es ihnen aus, sie an die Mauer zu schicken, um dort ihre Missetaten büßen zu lassen. Welche Missetaten möchtet ihr von uns denn? Welche werden uns angehaftet, dass wir gegen denselben König gekämpft habt, gegen den ihr gekämpft habt, die eine Rebellion ebenfalls geführt habt? Wir waren ja mehr im Recht, weil also Wer ist dieser Junge? Mein Name ist Meister Rell und ich bin sehr interessiert daran, dass wir uns alle vertragen. Doch sagt mir, Lord Edward, Lord Robert, gesetzt den Fall der Prinz wäre zur Milde geneigt und würde anerkennen, dass auch ihr das Reich nur von einem falschen König befreien wolltet, wie es der Prinz einfach vor euch tat. Wärt ihr denn bereit, das Knie vor dem Prinzen zu beugen? Nun, für mich hängt vieles vom Schicksal von Lyanna ab und was gedenkt der was gedenkt Räger Targaryen mit seinem Vater Eris zu tun oder wurde von einer Strafe verhängt? Mein Vater Prinz Eris Targaryen der Irre König wurde zur Mauer entsandt er wurde all seinen Titeln enthoben und wird nie wieder regieren er hat das schwarz angelegt um dort für seine Missetaten zu büßen und seine Ehre wiederherstellen zu dürfen indem er die Südlande und alles darunter vor dem Norden beschützt mit seinem Schwert und mit dem Rest der von seinem Verstand noch übrig ist Ihr seht also Gerechtigkeit wurde bereits getan denn der Prinz ist weise und gütig Uns geht es nicht um den Thron Uns geht es darum dass das Unrecht was uns gegenüber widerfahren ist in dem Form dass Liana von uns genommen worden ist wieder erfüllt wird und wie sie zurück bekommen Der Rest ist uns egal Liana eigentlich ich hab die noch nie gesehen kann meiner den Jungen rausschaffen nehmt mal noch einen Schluck Wein ihr dort hinten wenn Liana reger behauptet er hat sie nicht entführt nehmen wir das mal als eventuelle Wahrheit hin wenn geholfen wird Liana ohne dass ihr ein Haar gekrümmt wurde zurück in meine und die Hände von Robert zu bringen wäre wenigstens ich gesprächsbereit sodass dem Norden und meiner Familie nichts schlimmeres widerfährt aber es hängt vieles von Liana ab Werte Lords Werte Ladies ihr hört hier spricht ein Mann des Nordens der nach wie vor in der Lage ist von Vernunft zu sprechen während der Hirsch im Süden nur Schaum und Galle sprüht ich weiß nicht wie ich Frieden in die Königslande bringen kann wenn unter mir ein Mann herrscht der sich nicht unter Kontrolle hat und sich nicht zügeln lässt mein letztes Angebot ich biete Frieden Frieden für alle ich biete Wohlstand und Feierlichkeiten wenn ihr mir helft Robert Baratheon an die Mauer zu schicken werde ich helfen Eddard Stark und allen anderen bei der Suche nach Liana Stark dessen Verbleib bis nach wie vor ungeklärt ist das erschließt sich mir jetzt nicht ganz eure dortige Verhandlungsstrategie denn mir geht es ebenfalls um Liana sie können von mir aus Ewigkeiten auf dem Thron sitzen als Targaryen mir geht es nur darum meine Verlobte wieder zu bekommen ich weiß nicht wo sie ist und das ist der Irrsinn der hier spricht ich bin euer König und ihr sprecht mit mir wie mit einem Bauern ist das Respekt ist das die Treue die ihr mir geschworen habt oder ist das Verrat nun noch hat er euch keine Treue geschworen werter Räger Targaryen aber ich glaube die Möglichkeit auch wenn sie so klein scheint wie sie gerade ist ist noch nicht davon geschwunden wenn ihr von eurem Vorhaben ihm zur Mauer zu schicken ab seht und rechtmäßig anerkennt dass er der als ältester Sohn der Baratheons der rechtmäßige Lord der Sturmlande ist und Liana wie es ihm versprochen wurde nach Sturmkapp schließlich für die Heirat kommt dann könnte ich mir vorstellen dass es sowohl von Robert als auch von mir einen Treueschwur geben könnte um die Einheit und die Stabilität dieses Reiches wieder herzustellen und nicht in endlosen Streitigkeiten und Kriegen auszuarten wenn ihr aber Robert zur Mauer schickt der jedoch nur der Gerechtigkeit willen für meine Schwester eingetreten ist der an meiner Seite für Gerechtigkeit für meinen Vater und für meinen Bruder eingetreten ist wenn ihr ihn deswegen bestraft so kann ich dies nicht als ein gerechtes Urteil akzeptieren von einem König von dem ich schon einst hoffte dass er ein guter König werden würde nach seinem Vater und von dem ich eigentlich viel erwartet hatte und aber wäre nicht wäre nicht also ein Frieden und eine gemeinsame Beeinkunft dass wir alle gemeinsam Liana Stark suchen und ihrem rechtmäßig angetrauten Robert den sie bestimmt schon kaum erwarten kann wieder in die Arme zu schließen zu finden wäre dies nicht im Interesse aller hier an diesem Tisch durchaus wie soll ich an einem ruhigen Tisch mit den zwei Verrätern sitzen die Krieg gegen mich führen wollen indem ihr euch sicher seid mein Prinz dass ihr sie nicht fürchten müsst denn ihr habt bereits die größere Macht auf eurer Seite ihr seht doch wie der Krieg verläuft sollten sie ihn jemals wieder vom Zaun brechen wollen mein Prinz ist doch relativ eindeutig dass dies nicht zum Glück gekrönt wäre das Bindnis des Prinzen des Königs einmal für eigene Beratungen zurückzieht wir haben das Angebot des Nordens gehört und ich würde ganz gerne mit etwa weniger Augen mit meinem König darüber sprechen ich klage vor ich möchte den Worten des Hauses Baratheon und des Hauses Stark ich habe das Haus Arden gehört wie sehen die anderen Lords das seid ihr bereit einen potenziellen Krieg für fremde Angelegenheiten zu riskieren hier Haus der Tali aus den Flusslanden seit jeher sind wir eng verbunden mit unserer Familie aus dem Norden mit den Starks als auch dass wir verbündet sind mit unseren ehrwerten Nachbarn aus dem Grünen Tal nun ich teile die Sorgen und Ängste aller der hier Anwesenden möchte an dieser Stelle allerdings auch anmerken dass keiner von uns Interesse hat gegen euch gegen das Hause Targaryen nun vorzugehen da unser Kriegsziel einerseits mit der Absetzung des Irrenkönigs durchaus erfolgreich war wenngleich auch ihr uns dabei unterstützt habt auf eine etwas überraschende Art und Weise auf der anderen Seite ist es natürlich nach wie vor schwierig herauszufinden wo denn nun die zugesagte von Herrn Robert Paration verblieben ist und daher möchte ich an dieser Stelle noch ein weiteres Angebot machen weil auch mir dem Hause Tali Allgemein sehr 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 viel wert ist wir haben eine Geschichte voller Blut Leid und großer Beschwernisse in den Flusslanden deswegen biete ich mich an als sozusagen Informant und auch Beauftragter um herauszufinden wo denn nun Liana tatsächlich verblieben ist und ich werde nicht eher ruhen um es herauszufinden und sie zurückzuschicken das ist mein Angebot und ich möchte als Gegenleistung dass in ganz Westeros Frieden herrscht so dass wir alle wieder brüderlich und schwesternlich gegenübertreten können hört hört ein nobles Ansinnen das kann ich ebenfalls bestätigen wir können diese ganze Verhandlung abkürzen es geht doch um meinen Kopf um den Kopf von Eddard ich kann ihnen nur sagen mein werter König solltet ihr mir vor den alten und den neuen Göttern versprechen können dass ihr nicht an der Entführung von Liana beteiligt seid werde ich das Knie vor euch beugen mir geht es nicht um Macht oder den Thron mir geht es um meine Liebe und mir um meine Schwester auch ich wäre bereit das Knie zu beugen hatte nun jedes Haus hinreichend Zeit seine Forderungen zu äußern wenn ja so würde ich mich gerne mit meinen Zugeschworenen beraten über die doch sehr prekäre Situation ich höre und ich freue mich Robert Baratheon eure vernünftige Stimme hören zu können und zu sehen dass unter der Wut die wohl berechtigt ist doch noch ein wahrer Mann von Größe steckt und ich hoffe wir können als bald Gespräche führen ich schlage eine letzte Forderung König würde auch noch kurz einwerfen dass natürlich mit einem Frieden eine Freilassung aller Geiseln einhergeht was glaube ich sowieso Teil der Spielmechanik ist aber es sei König König Quälon aber ja natürlich wenn wir uns so einigen ist es selbstverständlich unabhängiger König Quälon meine Forderung ist dass die Eiseninseln so wie es mir vom König gegeben wurde unabhängig bleiben und weiter ihre Rechte haben somit dann aber auch gleichermaßen natürlich für diese Unabhängigkeit die Eiseninseln herrschen würden natürlich Geiseln die von Verrat aus Verratsgründen genommen wurden um natürlich unsere Sicherheit zu gewähren würden wir unsere gegebene Unabhängigkeit selbstständig weiterführen da die Eiseninseln mit ihren Rechten so weiter herrschen können und ich mein Ziel meinem Volk Frieden zu bringen unter den Ideen die ich hatte natürlich genauso näher kommen würde ich habe gehört ich werde mich beraten ihr werdet in baldiger Zeit meine Antwort erhalten bevor ihr aufbrecht schlage ich vor dass während beide Lager noch sich beraten und sprechen Kriegshandlungen einzustellen sind aber das Rat der Zeit weiter läuft ohne dass sich natürlich Armeen treffen um die Götter nicht zu erzürnen ja gut wir wollen dann aber auch keine feindlichen Truppen innerhalb unserer Länder haben nein wir sind alle auf dann wenn auf Rückzug und ja so machen ja nicht wahr Fürst Graufreud keine freindlichen Truppen in unseren Ländern meinen die Truppen sind schon auf dem Weg zu unseren unglaublich schnellen Schiffen der gut an dieser Stelle auch einmal festhalten dass ich keine kriegerischen Handlungen auch Tötungen von Geiseln dulde und sämtliche Verhandlungen als gescheitert betrachte sollte einer Geisel etwas zustoßen während wir uns beraten das ist doch selbstredend der König ist weise und gerecht ich würde noch einwerfen dass die Armeen dieser Lande bitte auch sämtliche Verwüstungen an Traubenfeldern einstellen sollen auf ihr noch gezogen das wäre sehr entgegenkommend der zufällig und auch zukünftigen Entwicklung von Westeros Maes Turell mögt ihr bitte eure Truppen von der Belagerung zurückziehen oh ja äh hu nun Kutscher bitte bringt alle bringt uns weg von hier nun gut ich bin gespannt wie sich Räger entscheiden wird aber liebe Mündel Söhne ich muss sagen ihr habt euren Vater in dieser Behandlung übertroffen ich bin stolz auf euch gut geredet danke es war von dir so viel beigebracht worden es scheint ein bisschen was hängen geblieben zu sein auch was die Diplomatie betrifft das war doch eine Farce diese Forderung von uns wurde gefordert dass wir dass wir das schwarz anlegen obwohl wir dasselbe getan haben wie der wie der Sohn er redet doch er redet doch wie der irre König Robert ich glaube wir sind uns alle einig dass wir niemals glücklich werden mit dieser Angelegenheit aber wir konnten ich hoffe es sehr wir konnten ihn überzeugen dass wir nicht das schwarz anlegen und dass wir hoffentlich final nach Liana suchen können ich werde natürlich selbst auf jeden Fall diese Suche im Süden aufnehmen und nicht vorher in den Norden zurückkehren bis ich sie gefunden habe und ich freue mich dass Hosta Tali sich dieser Suche anschließt nun nicht nur anschließen ich hätte auch als Friedensangebot es allgemein übernommen als sozusagen nein nun nicht unvoreingenommen schließlich sind wir natürlich sehr eng verbunden aber damit das ein wenig abgelenkt wird von euch als auch von ehrenwerten Herrn Robert Baratheon deswegen habe auch ich mich angeboten als Hauptverantwortlicher für diese Suche zu gelten aber natürlich sehen wir wie sich Rega nun entscheiden sollte und dann sehen wir weiter also für meine für meine beschränkten Kapazitäten die ich vorweisen kann es ist doch etwas verdächtig dass er Eddard und mich so schnell aus dem Weg bringen möchte der neue König ich bin immer noch der Meinung dass er irgendwas damit zu tun haben wird aber um des Friedenswillen und vor allem um euer Leben willen bin ich bereit euren sehr guten Vorschlag anzunehmen Herr Tully ich muss auch sagen dass das erste Gespräch was ich mit Rega führte nicht nun von königlichem Charme und Rhetorik geprägt war wie ich es eigentlich erwartet hätte oder wie ich es mir erhofft habe vielleicht war es ein schlechter Tag vielleicht war es im Eifer des Krieges und des Gefechts aber wir werden es sehen ich habe eine Frage in die Runde ich bin mir nicht ganz klar was jetzt hier eigentlich verhandelt wurde okay Robert hat angekündigt dass er das Knie beugen wird das habe ich aber zum Beispiel nie gesagt das stimmt hat er noch das gesagt ja Eddard Stark hat gesagt auch er würde das Knie beugen wenn Liana zurückkehrt und ja nein die Flusslande natürlich nicht die Flusslande gelten nicht als einer der Teile des sieben Königslande das stand nie zur Debatte und König Quälon muss natürlich das Knie nicht mehr beugen er ist unabhängig somit müsste die Anfrage vom neuen König kommen dass hier überhaupt ein Knie gebeugt werden sollte da dort die Eiseninsel unabhängig herrschen ja im schlimmsten Falle bedeutet das dass sie das per Krieg durchsetzen können also so wie ich das verstanden habe wäre doch die Folge dass wir kapitulieren nicht wahr nein nein wir reden über einen weißen Frieden können wir überhaupt einen weißen Frieden schließen fällt mir gerade so auf nachdem wir so oft darüber debattiert haben ich glaube nicht dass das möglich ist ist das gar nicht möglich tatsächlich gibt es ein kleines Problem okay aber ich glaube tatsächlich auch dass Räger nie über einen weißen Frieden gesprochen hat sondern jetzt das Ende so verstanden hat dass wir das Knie beugen und es Frieden gibt wieder in den sieben Königslanden und wir waren alle Teil der sieben Königslande wenn das natürlich die Ahrens und Tallys anders sehen müssten sie das nochmal gesondert übermitteln nun gut es ist offenbar so dass die Kapitulation mit einer erst mal mit einer Gefangenename einher geht dann lässt sich das ein bisschen schwieriger das ist richtig wir können natürlich gerne im Gefängnis mit dem neuen König dann verhandeln oder rebellieren ich denke Shurioka kann es dem LP ja auch so rüberbringen dass es dass ihr quasi nie gefangen genommen wurdet ja oder sie lässt uns direkt gehen davon gehe ich aus wenn wir uns einig werden davon ja schauen wir mal ich muss aber auch sagen dass die Martells ein bisschen klangen wie als ob der Prinz noch Lord Doran noch leben würde so wie ich es verstanden habe sind die Martells nicht Lord Doran sondern von der Rejectin sag mal bist du wahnsinnig vielen vielen lieben Dank auf Stufe 3 für drei Monate im Forst vielen vielen lieben Dank danke vielmals sehr sehr lieben also damit haben wir es auf jeden Fall geschafft also spätestens jetzt damit vielen lieben Dank dafür danke vielmals geil wir haben es geschafft die 350 im Oktober das wäre möglich mal bitte den salutierenden Ranger und das Hype wir haben es geschafft die 350 für Oktober sind geknackt bitte bringen ja selbstverständlich vielen lieben Dank also gehen wir alle zu Fein sehr geil erster von drei Monaten geschafft ehrenwerte Lords ehrenwerte Ladies ich danke euch dass ihr hier noch einmal erschienen seid wir sind zu einem Entschluss gekommen und möchten Frieden und Ruhe nach Westeros bringen so ist es mein Wunsch als König dem Vorschlag der auch aus dem Hause Tully kam Folge zu leisten wir werden Frieden in Westeros bekommen wir werden die Söhne die Söhne der Lannisters hoffentlich sicher zurück ins Hause der Lannisters geleitet sehen Robert Baratheon und Eddard Stark werden meine Gnade erfahren und nicht ihrer Titel erhoben enthoben und wir werden hoffen dass es eine baldige Rückkehr von Lianna Stark in ihrer Familie gibt wo auch immer sie wohl verbleibt so sei es so sei es ich stimme zu wir sind einverstanden es freut mich dass meine Worte Anklang gefunden haben und ich werde an dieser Stelle hoch und heilig geloben dass ich mich persönlichst aufmachen werde um Lianna zu finden ich würde auch noch einen kleinen Gedanken an das gemeine Volk entschwenden und ein großes Fest vorschlagen bei dem auch die Bevölkerung von Westeros diese Beeinkunft feiern und ihre Sorgen vergessen kann ein großes Fest am Roten Bergfried so soll es sein eine Nachfrage es war eben nur von Robert und Edda die Rede gilt der Frieden und die Gnade auch für John Aaron der Frieden und die Gnade gilt auch für John Aaron gut und bleibt das Haus Graufreuth unabhängig so wie uns die Unabhängigkeit gewährt wurde das Haus Graufreuth darf sich nach wie vor unabhängig nennen wenn das Haus Graufreuth bereit ist die Sicherheit des Königslande der Königslande mitzuschützen denn wenn ich bereit bin eure Grenzen zu respektieren so sehe ich es als eure Pflicht eure Aufgabe dafür zu sorgen dass auch die Grenzen innerhalb von Westeros gewahrt werden und so erwarte ich mir das sollten sich Lords oder Ladies gegen mich stellen ihr mir in dieser Situation als Verbündeter zur Seite steht wenn der König angegriffen wird innerhalb davon und unsere Eisentraditionen so bleiben so würde natürlich der König den Frieden und das Recht des ertrunkenen Gottes zu den Eiseninseln zurückbringen und natürlich damit auch sicherstellen damit wäre ich dann einverstanden so soll es sein so mag es Frieden geben dass wir aufgehen können zur Suche nach Liana ich möchte nur noch einmal für Eddard und mich fragen wir müssen auch nicht in ihrem Kerker vermodern mein König ist der Kerker etwas was ihr als Barmherzigkeit empfinden würdet eher weniger aber da ihr natürlich die Möglichkeit habt uns auch einzukerkern wollte ich dort nur einmal genauer nachfragen dass ihr uns direkt freilasst um nach Liana zu suchen meinte er Sie kriegen von der Spielmechanik ja dann sehr gütig Robert ist es glaube ich deine Aufgabe das ganze zu beenden nun auf das Frieden nach Westeros gelangt dann möchte Frieden und Wohlstand dann möchte ich damit sagen König Rega Targaryen ich Robert Baratheon König der Sturmlande folge mein Knie vor euch und erkenne euch als rechtmäßiger Herrscher der sieben Königslande an ich nehme euer Trollgelübde an ich John Aaron Lord von Hohen Erhüter des Grüntals und Wächter des Ostens handle ebenso und beuge mein Knie auf das eure Königswürde eine echte Würde sein wird vorerst vorerst und auch ich Lord Eddard Stark Wächter des Nordens aber der heißt trotzdem König der sieben Königslande die Treue und höre euch wenn Westeros die Banner des Nordens braucht die alle zu rufen und unter euch zu dienen und hoffe gleichzeitig auf die Gerechtigkeit und den Schutz meines neuen Königs ich glaube das hat was mit der englischen Übersetzung zu tun Ich nehme die Treue Schwüre an auf ein ruhiges friedliches wohltätiges Westeros auf ein gebündetes Königreich das uns alle lange Leben und schöne Leben bescheren soll und ich hoffe dass ich alsbald meine befreundeten Gesichter liebe Lords und Ladies bei den Feierlichkeiten im Roten Bergfried antreffen werde die von niemandem weniger organisiert und unterstützt werden als von dem Lord des guten Weins aus dem Hause Tyrell so sei es großartig dann kann es fantastisch Friede ja nun gut Robert dann ist es soweit dann lass uns auf die Suche machen ich werde mich zurückziehen denn ich muss die Geschäfte meines Vaters übernehmen und es wird notwendig einige Beraterposten zu füllen und die Schäden zu begutachten die dieser Krieg mit sich gebracht und Robert du musst den Frieden noch offiziell und Lord Graufreuth muss noch meinen Sohn freilassen denn er ist ja nicht Teil des gleichen Krieges glaube ich nicht Teil des Krieges ist richtig stimmt aber die weiße damit ich das in Ruhe machen kann weil ich möchte mich nicht vergeben das stimmt ist gut bitte nicht aus der sie hinrichten ja das wäre es ja nicht ihr könnt uns alle an dem Punkt der host weil da kann man sich das ich habe auch schon versehentlich ja ja da kann es ist aufgefallen mori sorry gekillt indem ich das würde ich bei dir neu erfordern jetzt ja das völlig neue richtung gegangen dank dir ja am Ende habe ich nur immer produktiv das beste für dieses Event getan jetzt haben wir Targaryens weiterhin auf dem thron also wir gehen in eine völlig andere richtung wie die serie und die bücher und genau das wollten wir vielleicht auch bieten eine neue interessante Geschichte nur ganz kurz kann jetzt theoretisch gesehen wenn ich nichts anklicke einfach nur sagen das ist mein Urteil weil dann steht Lord Eddard Stark verlässt den Kerker gewinnt 10 jahre lang 20 Meinungen von euch warte mal ich werde mal ganz kurz um das nur ich möchte einfach nicht bitte nicht webern in dem moment ja klein aber ich bin ja auch in Lennister alles gut ich kriege das hin Lennister heißt es jetzt hier Lennister ja genau weil du wählst ja sozusagen nichts von den oberen Sachen aus dann steht auch unten verlässt den Kerker ja doch das müsste richtig sein hätte ich jetzt auch wie geil wäre es wenn jetzt die weißen Wanderer tatsächlich hier drin wären ich glaube dass ich alle freilasse sehr schön ja wunderbar ja es war jetzt tatsächlich ein bisschen bad luck dass sie Jamie und Tyrion bekommen haben ja das war in der Serie das wäre eigentlich so ausgegangen aber hat er das Rollenspiel super spannend gemacht absolut das stimmt und deinen Bruder und deinen Bruder du vergisst immer deinen Bruder habe ich auch das Gefühl es ist ja nicht mal Gereon Lannister Kewan ist doch der einzige Kewan ist der johannischen wein und dornischen schwerter ich glaube Gereon Lannister ist ein guter ferner liefen ich habe ich habe eine out of character Frage weil ich einfach dieses Szenario noch nie hatte wie verläuft sich das denn jetzt eigentlich mit Liana ist die jetzt wieder da ich hoffe also normalerweise müssen jetzt noch Events kommen genau soweit wir wissen müssten nachdem die Kriege zwischen Räger den Rebellen oder Eris und den Rebellen vorbei sind müssten jetzt Events feuern für die Starks für mich genau wo Gaius dann zum Turm der Freude geht und dann halt das Schicksal Lianas ja und vielleicht herausfindet das doch die Targaryen sie gefangen genau schauen wir mal im Sinne ist das von ein paar Ingame Faktoren und komplett von der RNG also bei mir würde man es jetzt wahrscheinlich sehen können und ich werde mir ganz genau durchlesen was da jetzt steht auch für meinen Charakter das ist eine wichtige Geschichte für die Entwicklung der naja vor allem ich meine eine authentische Wirklichkeit ist ja jetzt auch das kommt so ja ne Robert ich fand dich halt eigentlich nie geil ich bin gespannt sie kann auch noch sterben glaube ich und ja aber jetzt also mein Verlöbnis ist gebrochen mit ihr ja ich hab ich bin ich hab quasi ein Pop-Up bekommen dass ich quasi auf dem Weg zum Turm bin um zu schauen wie es ihr geht das ist gerade die Situation die ich gerade habe das ist so furchtbar es tut mir so leid stimmt ich glaub wenn Räger den Krieg gewinnt kann er dieses Event auch bekommen ach so ist doch großartig ja aber der Prinz hat ja geschworen dass er Liana zurückbringen will das stimmt jetzt kann er sie halt selber zurückholen und sich dann natürlich auch entscheiden wir sind sehr gespannt natürlich was mit Liana jetzt passiert richtig der König hat uns ja geschworen sag mal die Martells einmal ganz kurz die klingen so die klingen so 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 Doran mäßig klingt irgendwie ich weiß nicht äh äh Martells ich versuche hier irgendwie einen südlichen Akzent reinzukriegen also bei allerlieben Lario glaube ich achso achso meinst du ja ja ich wusste nicht ob das jetzt bewusst war dass eine eine die Regentin einer eines Kindes spricht ähm der Regent also Oberin ich also ich verkörper aktuell also OOC ich verkörper den Oberin den Bruder weil Doran ist gestorben an der Lungenentzündung also ich krebse seit drei Tagen mit einer Erkältung rum und drei Tage also wir sind drei Tage im Spiel er kriegt eine Lungenentzündung stirbt drei Tage später ich immer so danke Spiel super cool ja also deswegen ähm weil natürlich äh Arianna viel zu jung ist habe ich gesagt okay jetzt verkörper ich erstmal Oberin und dann muss ich mir für morgen überlegen wie ich dann eine mit meiner kratzigen Erkältungsstimme ne neunjährige verkörpern kann mal gucken ich hoffe auch die ganze Zeit es läuft nicht irgendwie drauf hinaus dass ich Cersei spielen muss das wird dann auch aber äh wir können trotzdem heiraten das wird auch spannend ja es wird spannend das stimmt aber Shuyuka was wolltest du gerade sagen äh ich wollte nur um eine Sache bitten um quasi zu schauen wie sich dann Roleplay verändert darf ich ganz kurz die Gespräche mit den Leuten erst führen dass alle ihre Titel und ihre Rollen bekommen bevor wir das ganze Event durchlaufen lassen weil ich habe ja jetzt nach dem Krieg Sachen versprochen dass ich halt mal quasi einfach nur den Rat quasi zuteile und so weiter weil ich glaube dass das je nachdem wie sich das RP dann entwickelt einen Einfluss drauf nimmt die Leute vielleicht auch dann sich entscheiden absolut ja das macht durchaus Sinn das ist ja eine wichtige Sache und Entscheidung cool dann würde ich einen nach dem anderen die Leute abarbeiten dann dürfen jetzt alle so vor den eisernen Thron treten wir sehen Räger Targaryen auf dem eisernen Thron umringt von von Würdenträgern es wird richtig aufgefahren und ein Lord nach dem anderen wird vor ihnen gebracht wahrscheinlich ich sehe den eisernen Thron nicht ich sehe ihn erbärmliche Halle ja ja ich bin nicht so schnell halt achso stimmt Drachenstein vielleicht solltest du doch nochmal die Zeit laufen lassen und ich glaube König ich dachte dass auch Königsmund das neue werden müsste wenn man also wenn du jetzt ein paar noch durchlaufen lassen würdest ja gut ich hab mich jetzt einfach rübergesetzt du musst das machen rübersetzen das wird nicht automatisch gemacht echt nicht ich dachte dass das automatisch gemacht wird wenn die Events triggern aber okay wir haben halt noch so ein paar Events die noch kommen ich ja okay ich würde mich einfach ich glaube ich glaube mit den ja also ich werde auf jeden Fall mit meinen Verbündeten muss ich mit allen einzeln mal sprechen und bei den anderen Häusern glaube ich nicht mit allen da würde ich dann einfach meinen Kutscher schicken bei wem es denn macht die Männer ohne Gesicht ich würde mich einmal gerne irgendwo alleine reinsetzen dürfen wenn das okay ist mit einem Kutscher und die Leute einzeln kräßlich grau du hast glaube ich Königsmund kräßlich grau ist eine Stadt da würde ich mir sehen jetzt wird regiert wow jetzt kommt die Regierungsarbeit jetzt müssen die Versprechen die Wahlversprechen eingehalten ja genau die Wahlversprechen ja Diana war ein Wahlversprechen würde ich jetzt mal so interpretieren also wenn sie jetzt stirbt ich finde es vor allem wirklich toll wie wir halt im besten Geiste der Lords von Westeros ein echter mittelalterlicher Lord sind es dreht sich halt alles darum dass eine Frau rumgeschachert wird wie sonst was niemand fragt sich mochte die Robert eigentlich mochte sie vielleicht Rega lieber nee jeder stellt den Anspruch ich möchte dass sie zu mir geschafft wird bitte und wenn wir alle sagen ja okay sie wird zu dir geschafft dann passt das wundervoll naja ich hab nur gesagt ich suche sie du bist nobel das stimmt ich suche sie auch und das stimmt das lustige ist allerdings ich hab ja nicht damit gewusst dass das überhaupt jetzt so eventmäßig lasst mal die Königin erstmal gehen wir können das doch weiter genau Kutscher bringt doch den König nach Königsmund und ich hab jetzt auch mal ein paar Wörter mit meinen nutzlosen Söhnen zu reden welch eine Schande für das Haus die lassen sich aber auch einfach verfangen nehmen muss man sagen der König sieht auch aus wie eine Königin man kann sich ja dem einen muss ich aber ein bisschen kleiner Gitterklebe bauen was ist da jetzt eigentlich der Präfix den Königin bringt mich bringt Eddard und mich bitte mal in ein wir machen uns auf die Suche herrscht der Dorn ähm jawohl ich möchte euch sprechen bringt auch mich bitte zurück nach Kasterly Stein ich geruhe mit meinen Söhnen ein ernstes Wörtchen zu reden ich weiß dass dass die das waren ich weiß nur nicht mehr wo genau die sitzen äh in welcher Stadt so wo sitzen nochmal die von äh von Aria ähm die gesichtslosen das ist eine Schande ja aber wir müssen jetzt uns konzentrieren wir müssen Lyanna finden sie scheint in Königsmund nicht zu sein da waren wir jetzt ich habe meine Wachen auch etwas unauffälliger meine Leibgarde auch die Gefängnisse durchsuchen lassen und ich glaube nicht dass sie hier im Roten Bergfried ist sollte sie doch Räger haben die muss woanders sein und ich weiß nicht wo im Süden eventuell die Targaryens werden nicht so doof sein und sie in Königsmund irgendwo lassen aber ich ich glaube wirklich weiterhin dass dieser Räger der König irgendwas damit zu tun hat warum wollte er sonst unseren Kopf ich meine wir haben gegen denselben gegen denselben König rebelliert und da möchte er unseren Kopf der hat irgendetwas zu verschweigen auch ich finde es schwer jetzt einen Schwur geleistet zu haben ich hatte die Hoffnung dass du diesen Schwur vielleicht dass wir den erst nachdem wir Lyanna finden ansprichst denn du weißt du weißt Robert wie es wie wichtig mir ein Schwur ist und ich sah mich gezwungen nachdem du begonnen hast ihn auch zu leisten jetzt nun egal jetzt geht es um Lyanna es wäre nicht anders möglich gewesen wir mussten diesen Schwur ablegen ansonsten wären wir von diesen Targaryens überrannt worden wir müssen auch sehen wann eine Niederlage vor uns steht trotzdem müssen wir in Erfahrung bringen bei den anderen großen Königshäusern der sieben Königslande ob irgendwelche Personen hinter uns stehen würden wenn wir beweisen können dass Lyanna gefangen gehalten wurde durch die Targaryens nun sollte wirklich zutreffen dass Räger gelogen hat uns offen ins Gesicht gelogen hat und er verantwortlich ist für die Entführung von Lyanna und sie von ihm gefangen gehalten wurde dann sehe ich auch diesen Schwur als gezwungen und nichtig an da bin ich ehrlich denn das ist nicht die Gerechtigkeit und die Ehrlichkeit der ich mich verschreiben werde Robert das verspreche ich wir werden herausfinden was los ist ich habe eine Idee es heißt doch dass Varys die Spinne viele Informationen hat und vieles mitbekommt vielleicht ist es möglich dass ein Gespräch mit der Binne uns den ein oder anderen Aufpluss geben könnte wo wir vielleicht Lyanna finden Varys Varys war im Rat des irren Königs mir ist durchaus bewusst dass er dem irren König gedient hat aber ich traue ihm auch auf keinen Fall Robert verstehe mich nicht falsch aber ich glaube dass er Informationen haben könnte du kannst einen Euluch nicht trauen er wird uns direkt an den König verraten wenn wir da auf ihn zugehen nun wir wollen doch nur wissen was ob er irgendetwas von Lyanna weiß wir werden wir tun nichts wir tun nichts schlimmes wo er uns verraten kann andererseits könnte er falls er sich gegen Räger stellt nun gut wir wir sollten auf diesen Varys zugehen dennoch würde ich sagen dass wir Jon mit einbeziehen denn in diesen ich nenne es mal Spiel um den Thron sind wir nicht gut genug wir sind Krieger wir sind keine Diplomaten wir sind keine Spione ich gebe dir recht der Rat von Jon wird da sicherlich hilfreich sein und kurz OOC an einen der Kutscher bitte zieht mal Valasarius in einen extra Bereich und fragt ihn ob er Varys im Roleplay verkörpern möchte ich glaube dass das ganz gut funktionieren könnte äh ja kann ich machen dankeschön und der andere Kutscher nochmal wie hieß er nochmal ich hab grad den Namen ne den anderen Namen ich hätte den grad irgendwie vergessen er soll Varys verkörpern im Roleplay und Eddard und Robert und wahrscheinlich auch noch Jon wollen wahrscheinlich dann ein Gespräch mit Varys der Spinne führen um Informationen zum Verbleib von Lianer zu finden ja werde ich ausdrücken und andere Kutscher möge Jon wenn er nicht gerade beschäftigt ist anfragen ob er auch Zeit hat hierher zu kommen und mit uns beiden zu sprechen Jon Arryn ja dankeschön turbulente Zeiten ich bin sehr gespannt und wir haben hart und bitter gekämpft die Schlacht um Königsmund ich habe so viele Starks aus dem Norden fallen sehen so gute Freunde mit denen ich aufgewachsen bin mit Rodrik Kassel hat uns das Kämpfen gelehrt Seite an Seite sie sind alle tot und ich bin dafür verantwortlich und ich werde mit dieser Verantwortung mein Leben lang leben aber es war für eine gerechte Sache und dafür werde ich bis zu meinem Tod auch stehen das war kein sinnloser Krieg Werte Lords ich habe in ihrem Auftrag die Spinne aus Königsmund ausfindig gemacht sie ist bereit für ein Gespräch wir müssen vorher ein Gespräch mit unserem lieben Ziehvater Jon führen genau wir werden Bescheid geben sobald die Spinne hier reinkommen darf in diese Räumlichkeiten welche Spinne ich werde es ausrichten Jon es ist so dass wir jetzt weiterhin auf der Suche sind nach Leanna und wir haben uns hier am Hofe einen Namen geholt Wahres Spinne im Netz ist so ein wenig das Synonym von dieser und er war vorher Berater beim Irrenkönig was ich persönlich nicht gut heiße aber Eddard lässt sich nicht von anderem Gegenteiligen überzeugen wir beide sind jedoch Krieger Eddard und ich und du warst schon immer derjenige von uns rein der sich diplomatisch besser und eleganter ausdrücken konnte ohne direkt ins Visier von irgendwelchen Anteelern zu geraten daher würden wir dich gerne mit in die Gespräche mit Wahres nehmen dass du das Spiel der Throne etwas besser für uns durchführen kannst ja gerne wo ist denn Wahres er wird gleich zu uns stoßen und wir werden mit ihm sprechen wir hoffen sehr dass er vielleicht das ist doch jetzt mal eine interessante Wendung oder liebe Leute das ist doch mal eine coole Sache ich glaube dort vorne scheint er auch schon zu kommen meiner Schwester aber gab es denn Hinweise wer welche Männer genau die nach Dorne gebracht haben nun da wir uns ja jetzt hier unter uns befinden es waren durchaus Männer des Hauses Targaryen beteiligt aber ob es sich dabei um Männer des Königs oder von Rega handelte das vermag ich das vermag selbst ich nicht zu sagen ich wusste es Robert es könnte auch noch der irre König hinter all dem der irre König andererseits muss ich noch ein anderes Detail hinzufügen meine Vögelchen haben mir berichtet dass kurz vor Lianas in Führung der Prinz eine Begegnung mit jemandem gehabt haben soll den die Geschichte unseres Landes nicht wirklich zu erwähnen scheint man hatte ihn den Ritter vom lachenden Baume genannt und ich habe viele Dokumente durchforstet und dieser Ritter existiert schlicht und ergreifend nicht was soll uns das sagen ein ominöser Ritter ist der in diese Entführung meiner Schwester vielleicht verstrickt ich weiß nicht ob die werten Lords etwas mit einer gesponnenen Theorie eines einfachen Hofdieners anfangen können aber wenn ich diese Theorie einmal spinnen darf recht dann würde ich sagen dass es sich beim Ritter des lachenden Baumes entweder um jemanden handelte der Liana sehr gut kannte oder vielleicht sogar um sie selbst was denn jener Ritter des lachenden Baumes wurde wurde danach nie wieder gesehen und Liana war dann plötzlich weg was erzählt uns denn dieser Oinuch hier das ja auf einmal eine Ritterin ist Ritterin des lachenden Baumes der hat keine Ahnung nun Milord Stark ich kenne mich nicht so gut mit eurer Familie aus wie ihr selbst sicherlich doch ist Liana nicht bereits als Kind schon euch und eurem Bruder in den Kämpfen überlegen gewesen nun also natürlich war auch sie schon immer gut zu Pferde im Norden werden Frauen ich glaube deutlich anders behandelt und erzogen als im Süden wobei ich gestehen muss dass ich ja viele Jahre bei meinem Ziehvater John Arryn war und nicht ihre ganzen jungen Jahre miterlebt habe aber was ich in Erinnerung habe als ich noch sehr jung war und gegen Brandon gekämpft hatte sie war auf jeden Fall sie hat durchaus auch mal ein Schwert in die Hand genommen was selbst im Norden hin und wieder war aber dass sie in einer also dass sie als Ritter verkleidet das kann ich mir nicht also Nun Milords müssen dieser Theorie keine Beachtung schenken sie stammt ja auch nur von einem einfachen Hofdiener aber meine Vögelchen sagen mir dass die Beziehung die Prinz Räger mit Liana hatte durchaus tief ging und nun ja wo seine ehelichen Loyalitäten liegen das kann ich sohn wir müssen alles in Betracht ziehen von diesem Neunuch ich muss nicht die Ehre meiner Verlobten beschmutzen lassen vor diesem weiß ich nicht was Robert er hat uns Dorne geliefert eine Spur Robert Milords Paratheon verzeiht ich hatte nichts angedacht damit eure Verlobte irgendwie zu beleidigen Milords haben mich nach Antworten gefragt und Antworten wollte ich liefern ja und wir werden dem nachgehen und dann wird es zeigen ob die Vermutungen wahr sind oder nicht solange solltest ich muss aber auch nicht meine Ehre beschmutzen lassen John ich respektiere dich aber das was 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 dieses diese diese Person dort sagt das kann nicht vielleicht ist es jetzt besser wenn ihr den Raum verlasst am besten ohne Kopf vielen Dank Lord Vares Server wir sollten nach Dorne reisen Robert ihr glaubt ihm wirklich was ist wenn er versucht damit irgendwelche Intrigen durchzuführen man kann ihn nicht trauen Torne weil die wieso Torne sollten wir sonst hingehen Robert das ist die einzige Spur die wir zu Liana haben wir sollten am besten in den Privat gemächern von Rega persönlich vorbeigehen wenn ich mir solche Sachen anhören muss Robert du sagtest selbst dass wenn es Rega wäre er niemals in Königsmund Liana hält sondern irgendwo versteckt und wie wäre was wäre versteckter als im südlichsten Zipfel von Westeros irgendwo in dornischen Gebieten und was sollen wir sagen wenn wir dort ankommen immer eng verbunden was sollen wir sagen wir sind auf der Suche und haben gehört angeblich irgendeiner von den Targaryens hätte hier meine Verlobte hingeschleppt du hast recht John was du hast viel mehr Erfahrung als wir es könnte Fragen aufwerfen wieso wir ausgerechnet nach Dorne kommen und auch die dortige neue Lady könnte das hinterfragen gibt es eine Möglichkeit dass wir vielleicht mit der Lady in Korrespondenz treten oder dass irgendwie ich weiß es doch auch nicht ja ich denke erstens ihr solltet vielleicht verdeckt reisen zwei einfache Ritter die auf dem Weg nach Süden sind werden sicher nicht auffallen und außerdem wenn ihr gefragt werdet sagt ihr sucht nach diesem komischen wie ist das noch der lachende Vogel ein Ritter der so hieß wie wie auch immer ich bin schon ein bisschen älter wie ihr wisst langsam lässt das Gedächtnis nach ja und niemand niemand kann die Geschichte dahinter dadurch sich erschließen das stimmt nun gut dann sollten wir tatsächlich inkognito reisen wobei eventuell wenn wir nichts finden auch eine vielleicht weiß das Haus Mattel in Dorne mehr aber auch denen ist vermutlich nicht zu trauen sie haben gegen uns gekämpft ja ihr solltet erstmal die ermittlung auf eigene hand führen das stimmt nun gut dann dann da für deinen Rat während ich versuche hier in Königsmund unserer Sache irgendwie zu dienen wir müssen uns während wir drei hier zusammen sind müssen wir uns in einem klar sein wenn herauskommen sollte dass der König uns angelogen hat wie verfahren wir weiter dann sollten wir vorsichtig vorgehen heimlich verbündete suchen und dann erneut zuschlagen wir sollten dann vermutlich nichts überstürzen so gern ich das dann täte denn wer mir direkt ins Gesicht lügt diese Person werde ich mein Leben lang nicht mehr respektieren können aber ich stimme John zu wir haben gesehen wie jetzt die Kräfteverhältnisse zum jetzigen Zeitpunkt sind und es würde wohl wirklich Vorbereitung benötigen John vielleicht wäre es das Beste ich will in dein Rat nicht hinein preschen aber falls du hier am Hofe einige der anderen Königshäuser von naja ihre Loyalität gegenüber Lügnern prüfen könntest und wie sie uns gegenüberstehen würden ja ja ich werde versuchen Gespräche zu führen ja und nicht durch dein Himmelstor fallen ja über darüber macht man keine Späße entschuldige Vater äh Papa Papi äh John aber am Ende mit wem soll man sprechen ich meinte mit den Mattels mit dem mit dem Meister der Münze der es werden soll das ist glaube ich zwecklos und mit dem Meister der Münze werden da habt ihr scheinbar wir haben ja nichts mehr mitbekommen ach ja richtig ähm ja der großartige talentierte Lord Mace Torell soll Meister der Münze werden oh nun also das sind alles schon keine guten Neuigkeiten die ich erfahren habe und äh das Fest soll mit Krediten der Eisernen Bank finanziert werden ja ein Meister der Münze äh nun gut das das ist jetzt nicht mein vordergründiges aber dieser Mace er kam mir nie besonders naja er hat nicht die Ausbildung wie wir unter dir genossen wer hat John meinte nicht dass er vielleicht mit wenn man mit ihm spricht das ein oder andere fallen lassen könnte was er vielleicht im laufe des kriegslagers aufgeschnappt hat ihr könnt menschen sicherlich besser als ich einschätzen John ja wir werden sehen aber er macht einen wirklich naiven Eindruck und irgendwelche Loyalitäten zu prüfen das sehe ich nicht nein nein das meinte ich auch nicht und dorne anzusprechen auf diese frage auf unseren verdacht ist auch schwierig wird nur weitergetragen also ich würde an dieser stelle erstmal vorsichtig sein robert ich glaube wir sollten jetzt nicht zu viele einweinen wir müssen ja auch erstmal herausfinden was mit liana passiert ist wir können danach nochmal genauer sprechen würde ich sagen lass uns inkognito nach dorne reißen also nehmt ihr diesen diese tullis aus dem flusslande auch nicht mit der hier seine recherchen führen möchte das ist eine gute frage die sollte man schon einbeinen ja den sollte man das schon irgendwie erzählen was wir gerade erfahren haben das stimmt dann könnten wir das tun während du John wieder nun in Königsmund versuchst unsere Interessen zu vertreten dann könnten wir Robert noch mit Hoster Tully sprechen dann Kutscher bringt mich in den Thronsaal und ein zweiter Kutscher möge Hoster Tully hierher bringen sehr wohl ich werde Hoster Tully laut Hoster Tully fragen möchtest du wirklich inkognito nach dorne das ist die alternative Robert wir sind Könige wir haben dort wir wir haben Macht wir sind nicht irgendwelche Bauern wenn wir irgendetwas nachgehen mit der Rückendeckung des Königs angeblich dann können wir doch öffentlich auftreten ja und wenn der König gelogen hat dann wird diese Rückendeckung so schnell fallen wie er mitbekommt dass wir vielleicht einer möglichen Wahrheit nachkommen Robert denkst du nicht nun die Möglichkeit besteht fürwahr und bist du nicht ein bisschen naja diesem naja gemeinsamen dieser gemeinsamen Mission nur zu zweit wir auf dem Weg nach Süden ohne dieses ganze Gefolge ohne diese riesigen Armeen nur wir beide um endlich Liana zu finden eher geneigt als eine Diskussion nach der anderen mit Lords in Burgen zu führen wo wir versuchen überhaupt das Durchmarschrecht zu bekommen und uns auf den König berufen müssen wo wir nur in feinsten Betten schlafen sondern dass wir in Schenken übernachten dass wir auf unter dem Sternenhimmel schlafen und die Tag ein Tag ausreiten aber gemeinsam als Brüder um Liana zu finden Robert meine Lords wenn ich kurz eingreifen dürfte der Werte Hoster Tully ist noch derzeit in Gesprächen am Roten Bergfried aber er wird hier so gleich eintreffen wenn dies zu Ende ist ich meine er kann uns ja vielleicht in Sturmkapp eintreffen das ist auf dem Weg von Königsmund nach Dorne was hältst du davon Robert dann sei es so sei wohl gut dann möge man uns nach Sturmkapp bringen und Hoster Tully sobald er Zeit hat ich Robert werde mich ganz kurz zurückziehen auch meine Kräfte übersteigt all das was zuletzt geschehen ist ich brauche wenige Minuten und werde dann in Kürze wieder zu dir stoßen ok oh ich habe das Gefühl soll ich trotzdem eben runterschieben meine werten Lords nach Sturmkapp nun jetzt ist das erstmal nicht mehr nötig ich habe das Gefühl dass Hoster Tully schon eingetroffen ist schönen guten Abend guten Tag keine Ahnung welche Witze das ist meine Freunde ich grüße euch Hoster Tully hallo ja ich weiß gar nicht wie wir beginnen sollen es ist doch ganz einfach wir haben Informationen direkt vom Hofe erhalten vom direkten Hofe in Königsmund und diese Informationen besagen wenn wir nach Liana schauen wollen sollen wir Richtung Dorne gehen und da ihr euch ja ebenfalls ehrenvoll wie ihr seid mit der Suche nach meiner Verloten beauftragt habt ähm wollten wir euch natürlich einweinen oder euch fragen ob ihr mitkommen möchtet auf die Reise hin nach Süden hin nach Dorne äh 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 so gesehen wäre das natürlich etwas was sich äh vollzüglich auch fügen würde nun allerdings hat der Unterton ein wenig geheimnisvoll geklungen ähm was hat er dir herausgefunden um was geht es nun tatsächlich nun das Problem ist werter Lord Hoster Tully Schwiegervater ähm dass wir nicht genau wissen was wirklich passiert ist es gibt Gerüchte wir wissen nicht ob wir denen der Wahrheit nachgehen können dass eventuell doch die Targariens etwas mit der Entführung von Lyanna zu tun haben und es wurde etwas auch von einem ominösen Ritter erzählt dessen Namen man aber nirgendwo finden und nachweisen konnte und ähm dass es eben gerüchtemäßig gibt dass irgendwelche targarischen Soldaten äh wo Lyanna irgendwie nach Dorne gebracht haben aber wie die Umstände sind sind unklar wir haben die Sorge dass uns unser neuer König dem wir alle die treu geschworen haben uns direkt ins Gesicht gelogen hat das wissen wir nicht aber Robert und ich und wir hatten gerade auch noch mit John Aron gesprochen hatten überlegt inkognito nach Dorne zu reisen um etwas leichter Nachforschungen anzustellen du bist uns natürlich gerne ein Begleiter ein weiterer ein weiteres Schwert an unserer Seite aber wir wollten sozusagen nicht direkt zu viel Aufhebens machen Ich verstehe dass wenn ich dort in Dorne auch eintreffen sollte und erkannt werde das eventuell auch für ein großes Aufsehen erregen könnte warum ich als Meister des Rechts mich dort befinde und damit eventuell in Erklärungsnot gerate was vielleicht für das Vorhaben Liana zu finden nicht als sehr gut sich ergeben könnte Ich stimme dir zu Zweigervater vielleicht solltest du am Königshof bleiben und deinen Einfluss im Sitz des Rates nutzen um vielleicht noch anderweitig an Informationen zu kommen zu diesem großen Ziel das wir alle haben Auf zweifacher Geschwindigkeit im Frieden ist das okay für euch? Ja Das ist in Ordnung Okay Nun da freut es mich vielleicht auch dass ich oder vielleicht freut es euch auch zu erfahren dass einer meiner Bedingungen auch war dieses Amt zu übernehmen die folgende war dass wenn ich eines Tages erfahren sollte mitbekommen sollte dass unser König nun nicht das Recht auf seiner Seite trägt und trotzdem voller Unrecht die Taten vollbringt die er vollbringen möchte es auch an mir liegt ihn darauf hinzuweisen dass es sich um Unrecht handelt was womöglich für die Suche als sehr günstig sich auch erweisen könnte dass ich vielleicht auch gut einreden kann auf unseren König für wahr tut es aber ich glaube Robert und ich sollten jetzt dringend aufbrechen ich muss Liana nicht noch länger warten ich muss vorher noch ein Gespräch führen mit dem Hause Lannister es ist vorher wollen wir nicht erst Liana es ist es ist wichtig für meinen internen Frieden damit immer mein Bruder nicht ewig in den Ohren liegt es sollte nicht lange gehen einer der Kutscher bitte mal das Hause Lannister anfragen ob sie Zeit haben für Robert nutze ich die Chance sehr gerne Minister sind gesprächsberecht dann schiebe man mich runter und ich bin ganz kurz weg wenigen Minuten wieder da ich wurde soeben noch zu einer Audienz mit Lord Baratheon ersucht ich werde danach nach Königsmund reisen ich bin sogar schon da mein werter Lord Lannister Lord Robert welch unerwarteter Besuch nun mich freut es umso mehr euch wiederzusehen in eurer Pracht die ihr habt als großer Kriegsherr wie ich von euch gehört habe ich komme heute mit einem Angebot an euch und zwar dieses Angebot bezieht sich darauf dass nun wie soll ich sagen wie würdet ihr dazu stehen wenn wir unsere Linien miteinander vereinen jetzt bevor ihr bevor ihr Lannister natürlich wieder nach Macht strebt lass mich bitte eine Sache sagen Targaryen Blut ist auch bei uns und dieses Targaryen Blut könnten sie ebenfalls in ihre Linie reinbekommen was bewegt euch zu diesem Schritt Lord Robert vor kurzem noch standen wir einander gegenüber doch ich muss eure Schnelligkeit loben meine Tochter hat sich buchstäblich vor fünf Sekunden entschieden dass sie bereit ist wieder einen Mann zu nehmen dafür sind wir bekannt für die Schnelligkeit Lord Lannister was mich dazu bewegt ist den internen Frieden noch weiter zu vertiefen damit ihr seht dass es uns nicht um Rache oder um Blut geht oder ähnliches es geht auch nicht um mich mein mein werter Lord es geht um meinen Bruder Stannis mein Bruder Stannis Erbe von Sturmkapp sollte ich dahin scheiden und die Gegebenheiten sind möglich wäre dann der direkte Erbe von Sturmkapp und König Ich weiß nicht ob ich meine einzige Tochter einem zweiten Erben zur Frau geben würde so sehr mich das Ansinnen ehrt Lord Robert muss ich doch auch an meine eigene Dynastie denken ich weiß dass ihr bereits verliebt und vergeben seid deswegen ist dies nicht der Diskussion wert das wäre ein anderes Thema außerdem wurde mir zugetragen dass Lord Dunnis nicht der angenehmste aller Zeitgenossen ist der angenehmste aller Zeitgenossen ich glaube das liegt immer im Auge des Betrachters er ist recht ambitioniert könnte man sagen und ich glaube das passt relativ gut zu ihrer Familie und natürlich sind auch meine Boten kreuz und quer in den sieben Königslanden verbreitet und das sieht im Moment nicht so aus als wenn da demnächst ein neuer Erstgeborener irgendwo eine Frau suchen wird und nun ist eure Tochter in den besten Jahren Ihr könntet euch direkt die Macht nicht nur im Westen sondern auch im Osten sichern und damit nun ja die sieben Königslande in einer Zange halten dies dies ist ein gutes argument doch lasst mich offen reden erst vor kurzem ersuchte mich auch der König nach dem aktuellen Stand meiner Heiratspläne und es geziemt sich doch dass ich erst einmal nun wo meine Tochter sich umentschieden hat noch einmal mit meinem Lehnsherren spreche wie es in seinem Sinne wäre sollte sich dort nichts zufriedenstellendes finden Lord Robert werde ich sehr gerne noch einmal mit euch sprechen doch der König das müsst ihr verstehen natürlich ihr habt absolut recht darüber unser großartiger König ist natürlich immer an erster Stelle zu sehen der mich verschont hat und mir die Möglichkeit gegeben hat nach Lyanna zu suchen ich lasse das Angebot im Raum stehen und ihr teilt mir bitte zeitnah mit wie ihr euch in diesem Falle entscheidet denn ich weiß doch Lannisters sind nicht nur diejenigen die immer ihre Schulden begleichen sondern auch diejenigen die immer gerne eine schöne Machtposition innehaben und das wäre optimal für sie doch sagt mir gibt es bereits Fortschritte auf der Suche nach Lyanna der Frieden des ganzen Reiches hängt schließlich daran nein 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 bislang nur Gerüchte nur Gerüchte und Gerüchte gebe ich nichts ich gebe nur darum etwas wenn Stahl auf Stahl trifft auf dem Schlacht Feld und diese Gerüchte sind mir daher egal mit denen muss ich nichts anfangen sehr verständlich sehr verständlich nun denn so nehme ich euer Angebot zur Kenntnis und werde euch informieren sobald ich weiß was der König gedenkt wie wunderbar dann wünsche ich euch nur das Beste im Gespräch mit dem König grüßt ihn schön von mir und wir werden uns dann den nächsten hören Kutscha bitte begeb mich zurück zu Eddard und mich zum König Königsmund im Rat dann bringt mich nach Königsmund dann teilen wir uns noch eine Kutsche das ganze Gespräch auch in der Kutche aber ich glaube es reicht auch so schon mit möglichen Verdächtigungen und so nee das passt dann machen wir das im Roleplay genauso ich freue mich schon darauf geköpft zu werden ja ja das wird alles sehr spannend werden ok perfekt dann haben wir das geklärt dann können möchtest ranger bist du schon soweit dass wir fort setzen können ja ich habe mir gerade mit lord lannister eine kutsche geteilt es war spaßig es war die angenehmste reise aller zeiten vielleicht für die anderen auch um das einmal abzuklären weil ja jetzt also ich habe die meldung bekommen dass liana stark verstorben ist ich habe sie im turm gefunden sie ist gestorben bei der geburt auch john ist gestorben die gibt es nicht also holy shit ist die targaryen timeline und die idee war jetzt zu sagen dass niemand erstmal was davon mitbekommen hat aber eddard stark sachen findet und was er findet erfährt er dann über ihn okay in dorne was mit ihr ist ich komme mir gerade vor als wäre ich mit Gaius gerade in Sherlock Holmes Film verloren angegangen weil wir gerade hinweisen nachgehen ich glaube auch das mit war es war sehr gut also ja aber jetzt machen wir weiter ja wir haben alles in unseren streams nachschauen okay ich habe vielleicht noch den ein oder andere idee dann aber gut dann gehen wir mal kutscher wieder wo gehen wir hin nach dorne und ich gerue mit dem könig zu sprechen also ganz ehrlich ich habe irgendwie das Gefühl dass ich meine kurze morgen nicht mehr brauche und das wird die kutscher bringen mal ranger und mich nach sonnensperr bitte dankeschön so robert edat jetzt wo wir uns kurz vor den dornischen grenzen befinden du hattest noch mit tywin geredet nicht war es ging darum dass ich meine familie irgendwie auch vermehlen muss und stannis in seinem alter ist immer noch nicht vermehlt und ich habe dort den lord lannister aufgesucht um mit ihm darüber zu sprechen ob sassy möglicherweise sich vermehlen möchte mit stannis ich habe daran überlegt aber ich habe ihn auch offen gelegt dass einerseits in nächster Zeit nicht irgendeiner der erstgeborenen irgendwo eine machtposition offenlegen wird für eine für eine frau und das zweite was ich gesagt habe ist dass er so seine dynastie auf der west- und an der ostküste hätte und du weißt ja lannister kann man mit macht immer long ich glaube allerdings das ist auch sehr gut wenn ich familiäre bände zu den lannisters habe falls es mal wieder zu einem neuen naja konflikt kommen soll ich glaube immer noch nicht daran dass ich muss gestehen dass ich darüber gerade keinerlei gedanken verlieren kann meine gedanken schwirren die ganze zeit nur umher und um liana und das was wahres erzählt hat und ich ja aber ich habe noch nicht mal meinen sohn ich habe mittlerweile einen raben bekommen ich habe sogar schon eine tochter und ich kenne beide nicht aber das wird sich ändern wie schön und das obwohl du so lange nicht zuhause warst das ist richtig nun in schnell wasser hatte hatte kat und ich mich und haben wir uns auch einmal im krieg getroffen tatsächlich alles klar ja nun aber gut ich erinnere mich an die dieren die du damals hattest lassen wir dieses thema und suchen lieber liana robert ich habe noch einen Hinweis bekommen und zwar dass wir wohl an der Grenze zwischen den Sturmlanden und Dorne im Fürstenmarkt eventuell mehr Hinweise bekommen können es gab dort wohl mal eine Kutsche die gesehen wurde und mehrere Ritter und scheinbar wurden dort auch irgendwelche Königswachen gesehen das heißt das sagen wenigstens einige Bauern dort ich bin mir nicht sicher aber vielleicht ist es eine Spur Robert wir sollten uns dorthin begeben wo hast du diese information herbekommen es war es war glaube ich wieder eines der Vögelchen von Vares ich weiß du traust diesem Mann nicht aber wie kann man so verblendet sein wie du einem ich will die Anna bitten verdammt noch mal Robert ich auch Werte Lords uns hat gerade ein Rabe ereilt der sie umgehend zum roten Berg fried erbittet beziehungsweise beordert nein wir werden jetzt erst dort nachschauen wo dieses angebliche Geflüster herkam und wenn dort noch ich Robert dann von mir aus hast du recht gehabt dann stimme ich dir zu dass Vares uns nur in die Irre geführt hat aber ich werde jetzt nicht nochmal von meinem Weg abkommen ich will meine Schwester finden und das werden wir jetzt tun laut meinen Kenntnissen befinden sich bitte sag dass die Fürsten wenn es um was wichtiges geht wenigstens noch wenige Minuten auf uns warten sehr wohl ich werde das ausrichten vielen Dank dort vorne ich habe das Gefühl die Bauern in dieser Schenkel was willst du jetzt mit Bauern wir kommen nicht voran sie haben was haben sie sie haben die Ritter in glänzender Rüstung zu einem Hügel laufen sehen einem Turm lass uns diesen Turm anschauen Robert wenn da nichts ist von mir aus lass uns zurück nach Königsmund gehen aber ich will den Turm sehen nun ich habe den Herren dort von ihrer Schwierigkeiten auf der Reise berichtet so dass sie sich einen Grund haben warum sie zu spät kommen sehr wohl was ist denn jetzt hier mit diesem Turm ich sehe keinerlei Soldaten das ist einfach ein Turm ein Wachturm wir verschwinden Zeit das kann nicht alles umsonst gewesen sein ich von mir aus warte hier Robert worauf soll ich warten dass du diesen tollen Turm angeschaut hast ich will mir diesen verdammten Turm anschauen ach ich komm mit bevor du dir die Achsen brichst wie wie hoch ist dieser tolle Idee da kann mein zweiter Robert sagen dass die in Königsmund Informations Filiane haben wir werden gleich dazu stoßen was ist denn das Robert siehst du dieses Bett es ist blutrot getränkt irgendjemand wurde ja erstochen das ist normal im Krieg nein nein warte mal warte mal was ist denn hier unter unter dem Bett was ist was hast du da das ist das ist ein 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 geschnitzter Wehrholzbaum ein kleiner geschnitzter Wehrholzbaum ich ich hatte es ist viele Jahre her aber ich ich hatte Liana solch einen geschnitzt dass sie unsere unsere Wurzeln und die Götter nicht vergisst das ist von Liana das muss von Liana sein wer sonst in Dorne wie du sagst irgendjemand x beliebiges wird keinen Wehrholzbaum geschnitzt hier in Dorne haben aber das Blut nein das kann nicht sein wieso ist hier niemand verdammt nochmal was was ist denn Robert schau mal dort vorne aus dem Fenster siehst du auf dieser Anhöhe dem Hügel herunter ist das ein Erdhügel das zieht mir nein 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 ich gehe zu diesem Erdhügel runter wir müssen sofort diesen Turm los Robert schnell verdammt die Targaryens haben sie umgebracht oh mein Gott das ist oh Gott das ist ein ein Grab das und es sind Blumen auf diesen Grab gelegt was zum Grabs aus grab sie aus wenn sie da drunter ist grabe jetzt gefälligst wenn ich dir jemals etwas bedeutet habe dann fang an zu graben verdammt okay wir oh Gott ja wir graben oh Gott oh mein Gott da liegt wirklich eine Hand oh mein Gott da da oben muss das Gesicht sein Robert nein nein Liana oh mein Gott Robert sie ist es Targaryen wird sterben sie ist es ich habe versagt Targaryen wird sterben wie konnte ich es nur nicht mein Vater mein mein Bruder reiß dich zusammen Eddard es gilt jetzt nicht darum zu trauern nicht darum zu weinen sondern zu reichen Zorn gelten zu lassen den dem König den Kopf den Kopf abzuschlagen aber Robert ich stimme dir zu auch ich will verdammt nochmal für diese diese Schandtaten diese Kräueltaten gegen meine Familie Gerechtigkeit wir müssen wohl überlegt sein nein schlag dem Drachen den Kopf ab schlag dem Drachen den Kopf ab Kopf ab mit so vielen Königsgardisten Robert es ist mir egal der König hat uns im roten Bergfried gefordert auf wir gehen jetzt dorthin aber Robert ich will den Kopf von Rega ich will auch dass er zur Gerechtigkeit gezogen wird aber es wird uns sicherlich nicht gestattet sein und du wirst nicht die Chance bekommen die du dir erhoffst es ist mir egal die Chance bekommst du lieber sterbe ich während ich meinen Zorn ausübe als jetzt weinerlich hier am Grabe von von meiner Verlobten zu zu stehen ich und als Bruder sollst du dasselbe tun ich werde sie in den Norden bringen und in die Kruft von Winterfell bringen lassen ich will meine wir reisen wir reisen nach Königsmund zurück Kutscher nach Königsmund mit Kla Fraktion die sich die Fehlenden sind eingetroffen jawohl vielleicht für die Fehlenden nur ganz kurz out of character ich habe nicht wegen den Neuigkeiten das Turnier öffnet sondern das rp reihenfolgen technisch hätte das davor schon passieren müssen ich komme noch nicht hinterher in der Geschwindigkeit ja jetzt warum wir alle zusammen sind überhaupt ja perfekt sehr schön okay das heißt dann würden wir vielleicht am Ende des Turniers kommen gut gut das heißt ich lasse die Zeit wieder laufen meine Ankunft verzögert sich leider ja es gibt Duellen im Spiel also auch hier beim Turnier zum Beispiel oder meinst du jetzt richtig auf Leben und Tod so wie in Victoria 3 zum Beispiel ja meine auch und derweil gibt es Aufständische bei mir aus irgendeinem Grund also ich erhole mich sehr gut auf dem Turnier ich bin beim Rekrutieren die will dem so dann kümmern wir uns mal in der Zeit kurz ein bisschen darum wie wir hier bei uns vorwärts gehen können Lady Cersei ja dann können wir die jetzt eigentlich heiraten es tut mir leid können wir jetzt können wir jetzt eigentlich können wir Lady Cersei heiraten ist ja jetzt die Möglichkeit jetzt haben wir ja einen Erstgeborenen der damit hat sich das erledigt was wir Lord Lannister gesagt haben wir haben jetzt die Möglichkeit also von dem her nun dann lass uns das mal demnächst probieren das fragt sich ein Lannister ja jetzt allmählich wird es wieder übrigens also auch als Hinweis an euch weil am Anfang ist ja du startest ja mit ziemlich über der Domänenschwelle recht viele weiß nicht was bei euch auch so war und am Anfang sind die Boni also die Mali relativ gering ich hatte jetzt gerade einen der dadurch über minus 30 Zufriedenheit hatte von den mächtigen Vasallen also anscheinend auf Dauer werden sie schon unzufrieden und rebellieren dann vielleicht auch nur als Hinweis für alle anderen auch ich habe einen Bittgesuch an meinen König dem Turnier hin oder her ich habe ein Problem in meinen eigenen Landen ja welches denn die dornischen Fürsten versagen mir die Volksschaft und rebellieren im offenen Kampf gegen meine Herrschaft Solltet ihr vielleicht aber jetzt erstmal eure Neuigkeit kundtun vor allem zu solchen Dann sollten wir vielleicht passieren ja Ja Ich beginne mit den Neuigkeiten aus Dorne mit den älteren nicht den neuesten Während mein Volk rebelliert lasst mich euch noch die Zeitung vorlesen An der Grenze zu Dorne steht der Turm der Freude und eben in diesem Turm hatte sich Lianna Stark versteckt gehalten ähm sie lag in den Venen als sie gefunden wurde ähm leider verstarb sie und auch das Kind und damit die Frage nach der Vaterschaft Lianna Stark ist gefunden Lianna Stark ist tot und auch das Kind das sie in sich trug ist dahingeschieden Oh nein welch Fagödie diese Tragödie ist doch kein Zufall wir sind dem wir sind benachgegangen Gott Stark und meine Wenigkeit und was uns zugetragen wurde ist alles andere als das unter welchen Bedingungen wir unsere Treue geschworen haben dem Königstron jetzt kommt der Rebell wieder der Rebell die Targaryens haben sich dort in den Turm eingesperrt die Ritter in glänzender Rüstung mit den Drachen das ist das was uns gesagt wurde und nun nun heißt es niemand hätte sich an Lianna gebackt niemand hätte sie geklaut Lügen sind hier überall in diesen Königslanden darauf baut der Frieden auf Rebellion Möchtet ihr nicht erst einen Wein zu euch nehmen und euch beruhigen wenn sie mir jetzt ein Becher Wein in die Hand drücken schwöre ich schneide ich in die Kehle durch habt ihr denn Beweise gefunden oder nun Eddard wir ich wir waren bei diesem Turm tatsächlich unsere eigenen Nachforschungen haben uns dort hingeführt und wir können wenigstens bestätigen dass das Bett blutüberströmt war was wir dort vorfanden und ich fand auch den kleinen Wehrholzbaum den ich meiner Schwester vor all den Jahren geschnitzt hatte dort ich war auf jeden Fall in diesem Turm was die Martells berichtet haben und unweit des Turms fanden wir ein recht frisch ausgehobenes Grab ich habe mich am Anfang schwer getan aber Frau Pats Zutun wir mussten es wir mussten es einfach wissen und tatsächlich lag in diesem Grab meine meine Schwester die die ich nicht die ich wie meinen Vater ich wie meinen Bruder nicht retten konnte und es lagen Blumen auf diesem Grab ein ein Zeichen dass jemand ein Zeichen dass verdammt nochmal jemand der wahrscheinlich der sie liebte der sie aus falschen Gründen liebte die dort begraben haben müsste und es gab Zeugen die die angeblich glänzende Rüstungen die der Königsgarde ähnlich sahen dort in der Nähe des Turms gesichtet wurden es ich ich kann selbst nicht mehr glauben was mir gesagt wurde aber alles was ich gesehen habe deutet deutet nur auf eine Richtung hin auch die Informationen die wir bekommen haben ein ein Ritter zusammen mit Targaryens der von mehreren Augenzeugen gesehen wurde als Lyanna entführt wurde ein ominöser Ritter der vielleicht im Auftrag der Targaryens gehandelt hat ich weiß es nicht aber es es deutet so viel hin mehrere Berichte von verschiedenen Zeugen dass auf jeden Fall Targaryen Soldaten Lyanna dort zu diesem Turm gebracht haben sie wird nicht alleine dort hingebracht worden sein und es waren Targaryens beteiligt und Räger König Räger ihr habt beim Turnier von Harrenhal meiner Schwester Lyanna eure Gunst erwiesen ihr hattet es ursprünglich als der Krieg begann als ein eine nichtstuende Äußerung abgetan als etwas was ihr nur einer schönen Frau widmet egal wer sie ist aber schaut mir in die Augen Räger mein König spricht einmal die Wahrheit zu einem Mann der nur die Wahrheit spricht und dem Wahrheit wichtiger als alles anderes ist schaut mir die Augen und sagt dass ihr nicht verantwortlich seid dass Lyanna in diesem Turm ist und dass sie dort gestorben ist ich trage nicht die Verantwortung dafür dass Lyanna in diesem Turm ist und ich habe davon gerade eben erst erfahren mein treuer Freund aus Dorne hat diese Information zu Tage getragen und hat sie hier geteilt weil uns allen der Wunsch nach Wahrheit obliegt und so ist es mein Bedürfnis höchstpersönlich zusammen mit dem Meister des Rechts Hoster Tully in den Norden zu reisen um meinen Vater aufzusuchen und ihn zu fragen ob denn etwas an den Geschehnissen die ihr hier beschreibt wahr sein könnte als Meister des Rechtes schließe ich mich natürlich diesem Vorschlag an damit die Wahrheit aufgedeckt wird damit wir erfahren was tatsächlich geschehen ist und an dieser Stelle sei natürlich auch mein herzlichstes Speilight ausgesprochen mein lieber Freund Edat und wir werden alles mögliche tun um die Wahrheit ans Licht zu bringen aber jetzt gibt es ein paar Umstimmigkeiten Eris wird sicher nicht von der Mauer irgendwelche Ritter nach Dorne befohlen haben konnten die jetzt aktuell dort gewesen sein müssen mir scheint das wie ein kleines Ablenkungsmanöver zu sein eine Hinhaltetaktik bin nicht richtig überzeugt dass aber wer soll sonst Targaryen wachen befehligen wie ihr sagt wenn der ehemalige König doch schon längst auf der Mauer ist ja der Teil der Geschichte kommt mir merkwürdig vor an dieser Stelle wer hat Lyanna dort begraben frage ich euch und habe ich das richtig verstanden dass sie im Kindbett gestorben ist Martell sie starb im Kindbett sie war schwanger sie trug ein Kind unter dem Herzen Tja das wird sicher auch nicht von der Mauer aus möglich gewesen sein aber sie war ja auch schon viel länger in Gefangenschaft angeblich und nicht erst seit seitdem der irre König an der Mauer ist sie ist ja schon viel länger verschollen gewesen in den Wirren des Krieges können sich Aerys Treue immer noch in jeglichen Ecken des Landes versteckt halten und seinen irren Plan weiter durchführen aus welchem Grund sollte der irre König das getan haben er ist der irre König Menschen das ist doch der Grund warum wir ihn des Thrones enthoben haben das ist doch der Grund warum ich der wahre Drache und der wahre König den Frieden gebracht habe war ich nicht gut und gerecht und ehrlich zu euch ehrlich das ist doch das worum es geht lasst doch den König sprechen so wie ich euch sprechen habe lassen obwohl ihr mich schon wieder dieser Barbarei bezichtigt habt ihr mir nicht die Treue geschworen habe ich nicht versprochen aufzuklären habe ich nicht Hoster Tulli aus dem Hause Tulli zum Meister des Rechts ernannt um ihm die Möglichkeit zu geben Recht zu sprechen habe ich mich irgendwo dagegen gewehrt Aufklärung in das Königsland zu bringen warum hätte ich den Mann der die Lady Stark gesucht hat zum Meister des Rechts machen sollen wenn ich denn selbst darin verwoben geworden wäre nur ein Narr würde das tun ihr sprecht von Aufklärung mein König nun denn lasst uns Aufklärung betreiben ich würde gerne mit jedem einzelnen Königsgardisten der Garde eurer Majestät sprechen um auszuschließen dass auch nur einer von ihnen eventuell von diesen Menschen im Süden in der Nähe in der Nähe dieses Tons gefunden wurde meine Geduld ist mäßig ihr seid der Lord des Nordens ihr seid nicht der König in Königslande euch steht es nicht zu die Königsgarde auszufragen und die Sicherheit der Königsfamilie damit zu gefährden das sind Informationen die euch nicht zustehen ihr seid nicht Teil des kleinen Rats der kleine Rat hat versprochen im Namen des Königs für Gerechtigkeit und Aufklärung zu sorgen und das wird er tun der kleine Rat wird seiner Aufgabe nachkommen und ihr werdet eurer Aufgabe nachkommen dem Königshaus und dem kleinen Rat zu vertrauen so wie ihr mir die Treue geschworen habt wir haben die Treue geschworen hinter dem Hintergrund dass sie nichts damit zu tun hätten dass sie verschollen ist sie ist im Kindbett gestorben der irre König ist seit Jahren schon nicht mehr auf dem Thron selbst drauf die Königsgarde ist dort unterwegs irgendwelche Irren die noch Ehres folgen sollten wie der Dorne dort sagt das ist doch eine Lüge ein Lügenkonstrukt das sich hier ergibt überall höre ich Targaryen Targaryen der erste Krieg war schon ist schon auseinander ist schon vonstatten gegangen weil es hieß dass die Targaryens und der Sohn von Targaryen irgendwo mit Lyanna was zu tun hätten und jetzt jetzt werden die Dichte die Beweise verdichten sich immer und immer mehr und hier hier ein ganzer Haufen von Königen die nicht den Arsch in der Hose haben um sich gegen Unrecht zu erheben und stattdessen einfach wieder nur einem irren König dem zweiten zu hören das ist es und jetzt sagen die Lords nichts dagegen wenn auf einmal der König mit dem Hüter des Rechts bis zur Mauer gehen möchte um einen jahrelang abgedankten König zuzuhören es ist doch wahrlich ich muss ganz kurz ins OOC gehen weil wir haben einen Timeline Fehler sie ist unmittelbar nach dem Krieg gestorben nicht Jahre danach die Leiche müsste seit Jahren verschachert sein das geht von und hinten nicht auf ich war ja direkt nach dem Krieg dort und hab sie begraben das heißt diese Jahresgeschichte die gerade aufgebaut ist dagegen kann ich nichts machen weil die inhaltlich nicht aufgeht also außer ich bin komplett lost im Kopf aber oder bin ich gerade völlig verwirrt weil der Ja aber der Krieg war ja der Krieg war ja zwischen uns nach Erreger und der Rebellion und Aerys war ja schon im Gefängnis das sind ein paar Monate das sind ein paar Monate und ihr habt Jahre danach jetzt die Leiche gefunden und ihr könnt nicht das Wissen haben in welchem Datum sie gestorben ist wir sind im Mittelalter und ihr habt der verscharrte Leiche gefunden also das so festzulegen finde ich hart Ja da vielleicht OOC wir sind ja auch nur von der Spielmechanik abhängig also ich würde jetzt auch nicht sagen dass wir erst Jahre danach eine Leiche die dann nicht mal mehr erkennbar ist gefunden haben wir müssen ja davon ausgehen der Krieg endet Räger muss ja da auch irgendwie hinreisen auch das dauert Zeit und wir hatten ja die Absicht relativ schnell auch dorthin zu reisen also ich hätte es im Roleplay so gesehen dass wir wirklich nur einige Tage vielleicht eine Woche oder so nach Räger dort ankommen es bedingt dass wir das Spiel laufen lassen müssen dass wir jetzt erst natürlich also es ist auch nicht für uns Jahre her dass wir die gefunden haben also meiner Ansicht nach sind wir schon auch nur einige Zeit nach Räger dort aufgetreten Moment mal Shurioka ich muss dich kurz unterbrechen weil ich muss Gaius in einer Sache auch noch ergänzen weil die Welt von Game of Thrones ist tatsächlich sehr gut mit ihrer Daten mit ihrer Datenerhaltung die Maester haben in der Zitadelle die dokumentieren alles die wissen schon wann welches Datum das ist aber es ist denn es geht wie leichter wie leichter wo das ja aber selbst man hätte ja die aufklären jahrelang später ja nicht genau das nicht aber man könnte trotzdem aufklären wann es gewesen wäre weil die Datenklärung halt durchaus gut zurückreicht also ich habe noch eine Leiche gehabt wo ich die Hände und ähnliches sehen konnte das ist halt das woran ich mich orientieren muss man muss auch gucken und Liana also wie gesagt um zu erkennen dass es ja Liana Stark ist da erkennst du glaube ich bei einer fünf Jahre alten Leiche nicht mehr dann kannst du sagen ich habe es aufgeklärt da liegt sie genau also davon bin ich jetzt einfach mal ausgegangen dass es noch nicht so lange hin war dass sie dort begraben war ok dann nehme ich das so und spiele das so aus ich war nur super verwirrt weil für mich war es irgendwie so und sie ist seit Jahren da oben sie ist gerade erst gestorben aber sie war schwanger sie kann nicht jahrelang schwanger gewesen sein ich bin völlig verwirrt hä in welcher Timeline sind wir gerade aber dann nehme ich das so genau um wieder ins Rollplay zu kommen was mich betrifft will ich nur hier weg ich habe Lianas Leichnam aufbahren lassen und werde sie in die Kuft von Winterfell bringen wo sie hingehört und ich werde sofort mit ihr nach Winterfell aufbrechen mir ist es nicht danach jetzt ein Turnier hier zu sehen verzeiht mir Lords und Ladies ich ich muss mir über so vieles Gedanken machen ich begleite dich Eddard denn ich möchte auch kein Turnier der Ehre sehen wenn hier solche Schwüre im Raum stehen also beide nach Winterfell OOC würde ich hierbleiben einfach nur um das Ganze also im OOC mitzuerleben wie jetzt das Turnier findet aber im Rollplay ist Eddard auf dem Weg nach Winterfell ja ja genau mich überzeugt die Reise an die Mauer gar nicht alles was ich gehört habe klingt nicht danach aber ich vertraue Freund Taddy dass er hier Recht untersuchen wird nun als Meister des Rechtes ist das natürlich meine Aufgabe hier um Aufklärung bemüht zu sein und natürlich all meine Freunde und Bekannten können auf mich zählen und ich habe geschworen mich für das Recht in Westeros einzusetzen und so gilt das natürlich auch der verschiedenen Liana Stark Stark ich bin als König enttäuscht so schnell ist ein Schwur gebrochen so schnell ist Treue vergessen ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht was ich sagen soll diese Ungeheuerlichkeit die mir hier schon wieder unterstellt wird obwohl ich doch alles gemacht habe um ehrliche um ehrlichen Frieden nach Westeros zu bringen wie seht ihr das Lannister als Hand des Königs ich bekam nur die Hälfte der Rede Lannister wirklich bin ich der Meinung ja ihr wart ihr wart bei mir gerade stotternd nur bei mir ja es scheint bei mir gerade ich starte das Rabenprogramm neu ähm scheint hier gerade nicht ganz zu wollen Moment tut das äh wo haben wir es denn hier da Nun in der Zwischenzeit mein König ich möchte an dieser Stelle allerdings auch noch äh anmerken man muss vielleicht auch ein wenig nachsichtig in diesem Moment sein nachdem äh beide äh erfahren haben was für eine Tragödie sich da abgespielt zu schienen hat scheint hat Deutsch ist nicht mehr so wirklich meine äh Muttersprache heutzutage ähm dass die beiden äh natürlich jetzt in schwerer Trauer liegen und vielleicht dadurch auch hingerissen werden zu Aussagen die sie womöglich am nächsten Tag bereits bereuen ich äh würde vorschlagen da noch ein wenig abzuwarten äh urteilend über die beiden auch zu denken Wut es ist in der Tat muss es sie schwer getroffen haben unser aller Priorität hier muss die Wahrung von Ordnung und Frieden bleiben es ist eine Tragödie was sich mit der jungen Star ereignet hat davon zu leichtfertige Schlüsse zu ziehen bevor überhaupt ein ernsthaftes bestreben der Aufklärung wie es die Krone versprach und in Aussicht stellte begangen wurde äh wäre nichts als Unsinn so scheint es mir dass wir weiterhin den Pfad des Rechts verfolgen sollten und gleichermaßen und gleichermaßen das Königreich darauf vorbereiten sollten dass eine weitere gefühlsgesteuerte Handlung aus der gleichen Ecke kommt wie sie bereits zuletzt das Reich in Blut vergießen stieß nicht dass ich dies herbeiführen möchte im Gegenteil Frieden ist Wohlstand doch nur ein Narr ist nicht vorbereitet auf die Eventualität der Meister der Kasse hat sicher schon Vorbereitung getroffen so talentiert wie er ist höre ich da etwas spott aus eurer Stimme in so ein Narr aber nein ich verstehe Wut und Zorn ich verstehe Emotionalität aber waren es nicht die Schwächen jener die nun wieder aus Emotionalität heraus handeln die unser Land überhaupt einst erst in Krieg gebracht haben und war es nicht unsere alle Vernunft und Ruhe und unser Wohlwollen um hier Frieden zu bringen der das trotz der Handlungen des Hauses Stark und des Hauses Baratheon geschafft hat die nun wieder zunichte gemacht werden ich verstehe Wut und ich verstehe Frust aber dies darf nicht an dem König ausgelassen werden bin ich denn nicht der König? Ja und die Treue gilt weiterhin ich spreche jetzt für die beiden ich werde alles dafür tun dass sie keine Kurzschlussreaktion leisten aber meine Frage geht in Richtung an den Mäster des Rechtes wem seid ihr zuerst verpflichtet dem Recht oder dem König? Ich muss an dieser Stelle intervenieren diese Frage ist formuliert als würden sie bereits als würdet ihr bereits davon ausgehen dass der König nicht im Recht stünde und entschuldigt bitte aber habe ich das richtig so verstanden? Nein aber der Verdacht habt ihr gerade den König des Missverständnisses und damit der Dummheit bezichtigt? keinesfalls der Dummheit so weit würde ich nie gehen aber der Verdacht steht im Raum wir wissen dass Targaryens das Ritter der Targaryens dort waren das heißt sie müssen wissen wir nicht das ist eine Vermutung von zwei Männern die bereits in der Vergangenheit Krieg über das Land gebracht haben stellt ihr deren Wort über meines nachdem ihr das Recht und den König entzweit habt in eurer Aussage und nun auch noch unterstellt es wäre nicht Dummheit des Königs die dazu führt sondern womöglich List ich stelle nicht ihr Wort über eures aber ihr habt ja selber gesagt dass ihr nicht wisst was dort geschehen ist das heißt wir haben nur diesen einen Hinweis und ihr habt ja ebenfalls gesagt dass ihr recherchieren wollt dass weitere Ermittlungen folgen wollen das unterstütze ich aber Ermittlungen müssen offen sein und ihr seid ein Targaryen und insofern müssen Ermittlungen in alle Richtungen geführt werden ich bin der Targaryen der Frieden gebracht hat ich bin der Targaryen der wahre Drache der den irren König bezwungen hat um euch allen Frieden zu bringen ich bin der Targaryen der wenn es notwendig ist sich dagegen richtet ich bin nicht mehr anwesend ich darf nicht mehr reden der Schaden aus dem Hause der Schaden aus dem Hause des Targaryen kommt wie viele von euch hätten die Größe sich gegen das eigene Haus zu richten um Frieden und Wohlstand für alle zu bringen also hoch wie die Ehre unser Haus würde ebenso handeln und ich gehe davon aus dass jeder gute Herrscher zuerst das Recht und das Reich sieht und dann die Familie ist das so Arryn oder wart ihr nicht der Ziehvater von Robert Baratheon und Eddard Stark und seid so in einer gewissen Weise verwandtschaftlich verbrüdert mit den beiden die ihr so vor dem König vor eurem König verteidigt die Traube fällt nie weit von der Rebe natürlich das muss jetzt jemand aufreißen die Traube fällt nicht weit von der Rebe Targaryen hallo der König sich als irre erwiesen hat und wir werden Vernunft walten lassen und Geduld walten lassen wenn es jetzt nicht der Fall sein sollte aber ich plädiere ja nur dafür dass die Ermittlungen offen und unter Beteiligung von allen Parteien erfolgen müssen und wenn das zugesichert wird dann kann ich die beiden mit Sicherheit auch vor dem Schlimmeren vor dem Schlimmen zurückhalten Nun wenn ich an dieser Stelle ins Wort fallen darf um vielleicht auch auf die Folgefrage auch noch kurz einzugehen aber vorab natürlich sollte eine solche Untersuchung auch öffentlich stattfinden schließlich liegt es doch allen der hier Versammelten ganz stark daran dass das Geheimnis auch gelüftet wird was nun tatsächlich passiert ist Nun es ist allerdings auch auf der anderen Seite nur schwer möglich dass wir alle gemeinsam von A nach B reisen um dort auch wirklich die Untersuchungen einzuleiten und gewisse Erfahrungen zu sammeln insofern ist es auch nur notwendig dass kleine abgesandte beziehungsweise einzelne Personen ihre Informationen einholen oder mit Verlaub ich denke auch dass das Grüne Tal wird den Herrscher auch eines Tages wieder zu Hause zu Gesicht bekommen müssen Selbstverständlich deswegen ja meine Frage an euch denn es geht darum ob wir Vertrauen haben können dass ihr sozusagen auch die Interessen aller mitvertretet bei diesen Untersuchungen mein lieber John Arryn du bist verlobt nicht nur verlobt du bist verheiratet mit meiner Tochter wir sind sozusagen miteinander verwandt so wie ich auch mit dem Haus Stark verwandt bin und ich denke wir haben in der Vergangenheit schon gemeinsam einiges durcherlebt und ich denke ich konnte mich warum ist der Tally auf einmal so so pro pro Königreich die wahre und das ist halt etwas was ich nicht mitbekommen habe einzusetzen auch dass sie auf einmal einen Ratsplatz bekommen hat als hier in irgendeiner Art und Weise Partei zu ergreifen voreilige Schlüsse zu ziehen oder auch eventuell gewisse Dinge zu verheimlichen ganz im Gegenteil meine Aufgabe als Meister des Rechts ist es das Recht walten zu lassen und um jetzt auf das neutral zu sein was vorhin die mit Verlaub unter Freunden etwas dreistig Fragen unserem König eben auch gerichtet war wie denn nun meine Positionierung in dieser Sache ist ob ich zuerst vor dem Recht mich beuge oder vor dem König da möchte ich an dieser Stelle nur anmerken dass als ich zum Meister des Rechtes gewählt wurde habe ich das Amt angenommen unter der Voraussetzung dass wenn ich erkenne dass der König Unrecht spricht ich auch ein solches auch nach außen hin sichtbar machen werde und dieses Recht wurde mir auch wohlwollend auch zugestimmt beziehungsweise bewilligt das heißt natürlich wenn ich in dieser Stelle so sagen darf in erster Linie ist es das Recht vor dem ich mich beuge Nun gut dann ist ja die Antwort klar dann soll es so sein und wir werden uns gedulden meine Frage war auch nie an den König gerichtet sondern an euch und ihr habt die Frage vollumfänglich beantwortet Vielen Dank ich werde mich aus diesem Turnier zurückziehen es gibt an diesem traurigen Tag nichts zu feiern und nichts zu zelebrieren ich werde die Festigkeiten absagen lassen und in den Morgenstunden meine Reise an die Mauer antreten entschuldigt mich davor eure Majestät hätte ich noch ein wichtiges Anliegen unter vier Augen die Hand des Königs so soll es sein jawohl eine Festlichkeit schon wieder nicht wir sollten dringend die Pause auch wieder raus der Töbel müsste unterhalten werden wir machen auf zwei jawohl nun nun so 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 bringet mich zum König wo bin ich jetzt ich bin jetzt glaube ich keine Freude so bringet mich in fort auf dem Weg Richtung Winterfell ich würde gerne mit Robert Tage will ich auch wieder nach Hause bringt mich zu meinem salzigen Thron mit Robert und Eddard gerne sprechen in Winterfell vielleicht ja von mir aus Kutscha ja nun ich rate ein bisschen zu Geduld ich denke wir können unserem Freund Verwandten Tali vertrauen dass er hier nicht Unrecht walten lässt mir ist nicht ganz klar wie stichhaltig eure Indizien sind eure Hinweise auf diese Targarischen Ritter und die ganze Zeitlinie ist mir auch noch nicht ganz klar das verwirrt mich jetzt alles sehr aus dem Grund unsere Verhandlungs und Argumentations Position auch dich die beste ich weiß auch nicht was ich glauben soll du hast selbst gehört was Vares gesagt hatte Vares hat uns er hat am Ende die Wahrheit gesagt dass wir sie in Dorne finden und aufgrund seiner aufgrund seiner seines Geflüsters konnten wir diesen Turm finden und vor Ort haben wir in Schenken mit Menschen gesprochen die Targaryen Soldaten sahen und das war nicht nur eine Person das sind Zeugen die mehrere die Targaryen Soldaten gesehen haben und manche hatten auch gemeint dass sie besonders glänzende Rüstungen und weiße Mäntel sahen das ist natürlich das einfache Volk gewesen sie es hat sich alles nach Königsgradisten angehört aber ist es ist es rein zeitlich möglich dass der irre König noch dahinter stecken könnte und möglicherweise der Vater sein könnte das glaube ich nicht der irre König war nur ein Königsmond er hat sich nur um seine paranoiden Stimmen gekehrt er hat nur Leute dort vor Ort umgebracht er hätte doch keinen klaren Gedanken mehr fassen können irgendwas zu jemanden zu entführen ihn zu einem Turm zu bringen und und wer soll denn dann der Vater diesem Kind gewesen sein Rega begehrte schon immer Rega begehrte schon immer Liana Liana wie wir sie gefunden haben war noch nicht jahrelang unter der Erde sie war ich bin kein Arzt sie war auf jeden Fall noch mit Haut also so lange kann sie nicht tot gewesen sein ich habe Schlachtfelder gesehen wie schnell dort Menschen verrotten können wir haben gehört dass die Targaryens in diese Richtung unterwegs gewesen sind wir wissen dass Rega sie begehrt hat wir wissen dass Rega nun länger auf dem Thron ist und die König Skade schon seit Äonen gefühlt steuern kann ich weiß nicht was die anderen Lords alles noch hören wollen aber das ist ein auf Lügen Konstrukt aufgebautes Reich was hier existiert ich muss auch sagen ich traue dem König dem ich meine Treue unter dem Aspekt dass er ehrlich ist und dass Lyanna gefunden und gerettet wird nur die Treue geschworen habe ich traue ihm nicht mehr ich traue seinen Worten nicht mehr ich halte seine Worte nicht für ehrlich wir haben nicht den stichhaltigen Beweis wenn du uns so darauf festnageln möchtest John dass das Räger wirklich selbst war aber es sprechen so viele Hinweise darauf dass er hinter allem weg dass er Lyanna unbedingt haben wollte dass er sie begehrt hat das war allen offensichtlich beim Turnier von harrenhall und dass sie scheinbar schwanger war wer sollte denn dahinter stecken wer sollte der vater dieses kindes gewesen was ist überhaupt mit diesem angeblichen Kind passiert ja habt ihr es nicht ihr habt doch das Grab ausgehoben oder wir hatten das Grab von Lyanna gefunden da war kein Kind dabei wir hatten keines bei ihr gefunden wenigstens eine Art Spur der man folgen kann wie auch immer ich möchte aber eine sache und die ist mir jetzt wichtig hier sagen beim irrenkönig war die sache klar er hat gemordet er hat euren vater umgebracht und er forderte von uns von mir eure köpfe es war klar dass wir es mit einem Tyrannen zu tun haben und mit einem wahnsinnigen an diesem Punkt war es gerechtfertigt die Königstreue aufzukündigen und eine Rebellion zu starten aber ich gebe zu bedenken einen neuen Krieg zu starten der diesen Kontinent nochmal in Chaos stürzt auf Basis von Indizien die vielleicht stark sein mögen halte ich für höchst gefährlich und eigentlich auch verantwortungslos denn am Ende geht es ja auch darum dass wir Verbündete sammeln müssen und Verbündete werden nicht auf unserer Seite kämpfen wenn sie keine Beweise haben für diese gravierenden Anschuldigungen und aus einer Schwächeposition heraus einen Krieg zu führen den man nicht gewinnen kann davor kann ich nur abraten so traurig es auch ist aber manchmal ist die Welt anders manchmal ist die Welt so dass man nichts tun ist ich habe gerade einen Depeser erhalten dass der Lord Graufreund Korrektur der König Graufreund mit ihnen ein Gespräch suchen würde in Kürze ich würde gerne noch eine Sache vorher sagen wir werden gleich einen Boten schicken Lord John mein mein Zielvater du hast mir den Sinn von Gerechtigkeit deinen Sinn von Gerechtigkeit weitergegeben bist du bereit unter einem König der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dir mir und allen direkt ins Gesicht gelogen hat diesem König zu dienen bist du bereit das Reich einem solchen Mann zu überlassen ich weiß nicht was ich denken soll vielleicht sollte ich auch keinen Fuß mehr in den Süden setzen wir haben einfach keine Gewissheit bei Eris da hatten wir diese deswegen sagte ich ja dass die Königsgardisten befragt werden können aber hast du gemerkt wie Räger reagiert hat hast du gemerkt dass er das auf keinen Fall zulassen wollte da steckt mehr dahinter aber natürlich nutzt der König seine Macht und seinen Einfluss um die Ermittlungen in seinem Sinne zu ich würde fast manipulieren sagen wir können von ihm keine keine Gerechtigkeit erwarten wie er sie versprochen hat ich vertraue Hoster Tully aber ich weiß nicht ob Hoster Tully fähig ist das zu tun was notwendig ist um für Gerechtigkeit für Ehre und die Wahrheit das Richtige zu finden ich schlage vor dass wir zumindest diese Ermittlungen abwarten und mit Hoster Tully unter acht Augen sprechen wie seine Eindrücke waren ob die Ermittlungen fair und offen geführt wurden oder ob sie ob er freie Hand hatte oder ob sie gesteuert wurden vom König und was ist wenn wir wahres nochmal aufsuchen und wahres fragen ob er irgendeine seiner Quellen als Zeugen an uns bieten kann die es bezeugen können Ja das ist eine gute Idee Das wäre noch spannend und und meinte denn dass Hoster Tully der ja vom König selbst mit dieser Sache berufen und aufgetragen wurde dass er vielleicht die Gespräche mit Königsgardisten führen könnte Ja ich hielt auch nichts vom Wahres aber er hat ja die Wahrheit gesagt ich bin ehrlich Wir haben dadurch die Liana auf unserer Reise ich will wenigstens bevor ich mich mit dieser ganzen Angelegenheit beschäftige ich will meine Kinder sehen ich will meine Frau sehen und ich will Liana in Winterfell zur Ruhe betten und ich will dass diesem ganzen nachgegangen wird aber es muss auch ein Moment des Trauerns und ein Moment der Ruhe geben noch mit Lord Haufeuth sollten wir brechen dass er nicht zu lange wartet Wünschen die Lordschaften denn dass man Lord Hoster Tully informiert bezüglich der Sache mit den Königsgardisten Nun ich denke das wäre sinnvoll dass er informiert wird um dem nachzugehen und OOC gesprochen ich habe vielleicht könntest du auch OOC mit Jujuka sprechen ob sie das in Ordnung fände dass vielleicht weiß ich nicht du zum Beispiel Balazaris oder einer der Kutscher einen Königsgardisten verkörpert oder dass man da vielleicht noch irgendwas findet aber das könntest du mit dem Benachricht die einen noch angelassen mache ich weil wir dadurch noch Geld bekommen Ich glaube nicht ich habe nie eine Funktion oder irgendwas gesehen ok alles klar dann wird das hier noch weiter laufen ok ich bin auf jeden Fall froh in Winterfell endlich meine Frau meine Kinder zu treffen ich bin ein bisschen also wird mal kurz OOC gesprochen überrascht wieso meine Frau jetzt seit Jahren Regentin ist und ich bin auf keiner Reise das ist ein bisschen kurios ist bei mir aber auch na bist du nicht auf dem Turnier nee ich bin wahrscheinlich an der Macht im Spiel weil du zu lange weg warst aber ich war ja also Shui Yoka ist informiert und wer für sie in Ordnung ah ja das ist doch schön Nun ich muss gleich zurück in Richtung Sturmkapp ich kann mein Reich nicht beaufsichtigt lassen unter meinem Bruder natürlich ähm du kannst noch einen letzten Moment der Stille in unserer Familien Gruft vielleicht haben mit Leana ich weiß wie viel sie dir bedeutet hat Robert und dann aufbrechen wir werden uns wiedersehen und wir werden dieser Sache nachgehen und jetzt möge Lord Graufreud zu uns kommen ich glaube er hat in der Trunk einen Gott gefunden Vater da endlich Mann der alte Mann so ein Sack hat mir aber das meint Königreich gegeben willkommen Lords ja endlich hier ein richtiger Mann auf dem Thron jetzt darf ich es nicht mehr tun weil du das geschrieben hast dein Vater ist gestorben genau vor drei Sekunden mein Beileid ach das waren die merkwürdigen Geräusche Beileid er ist beim Gott der alte Sack der sich fast den sieben zugewandt hat und nur den ertrunkenen Gott als achten gesehen hätte der Tod meines Vaters bedeutet mir nichts dieser Jammerlappen aber sein Reich das er hinterlassen hat bin ich als König der Eiseninseln das gefällt mir das gefällt mir und ich fand natürlich interessant zu sehen also Prinz Räger der Lügner das habe ich doch von vorn hinein gesehen wie er sich an seinem Thron geklammert hat wie es jeder König machen würde natürlich versuchte er mit Lügen und Intrigen weil was sahen die Targaryens noch ohne Drachen was wollen sie haben Lügen und Feuer was sie legen ja jetzt Vater so der Sohn also worüber wird hier gesprochen ich bin interessiert zuzuhören über nichts mal werter Herr Graufreuth nun wir waren vor allem noch in tiefer Trauer gerade über den Tod von Liana und ja wir müssen vieles ordnen mein Beileid selbstverständlich dazu aber das vergeht ein reich vergeht nicht das kann ich nur soweit sagen und ein Königsthron muss ich sagen fühlt sich schon toll an ich könnte es nur empfehlen niemanden über sich zu haben sein selber eigener König zu sein und nur vor einem wird das kann das sein dass du das hier oben meint falls ihr auch daran interesse hättet solltet ihr bescheid geben böser war selbstlos wir warten wir haben uns verständigt dass wir die ermittlungen abwarten wenn ich das richtig zusammenfasse und werden dann entscheiden wie wir handeln werden aber es ist schön zu hören dass die eiseninseln im zweifel vor allem ist er krank hoffentlich stimmt er nicht ich bin auf der seite dass wir uns nicht von einer einzigen person mir was sagen lassen zu haben und so ein großes königreich vor der tür ist nur eine gefahr und nur so mit lügen und intrigen das braucht man nicht soll doch jeder sein eigener herrscher sein und dann gucken wir wer von uns vielleicht ab und zu mal so ein bisschen ausflüge macht in andere ländereien aber das ist ein thema für nächstes mal für ein nächstes mal rauf freuz ähm kutscher bringt mich einmal während ich zurück nach sturmcup reise bei den tallys vorbei ich möchte einmal mit dem tallys sprechen ich bringe die nach ich verbleibe in winterfell und natürlich wird jeder wie es sich gehört die gastfreundschaft von winterfell haben solange er hier bleiben möchte unsere burg lebt euch zur verfügung bekommen was könnt ihr mir mit teilen und an dieser stelle natürlich ganz wichtig ihr seid dazu verpflichtet auch die wahrheit zu sprechen denn vor dem recht hat nur eines platz und das ist die wahrheit redet ihr mit mir nein er redet mit königskadisten kommst du ein bisschen ungelegen ich komme ungelegen wer seid ihr dass sie so mit mir sprecht entschuldigt äh 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 ich wollte euch nicht stören robert alles gut äh ich möchte an dieser stelle anmerken sagen dass wir bereits die untersuchungen aufgenommen haben und gerade eben findet eine eine unterredung beziehungsweise eine befragung befragung der königskadisten statt was die denn wissen ja ja sehr schön habt ihr in eurem hause keinen wein oder irgendwas anderes ja das ist hier nicht der richtige platz nicht der richtige platz um das zu besprechen ich würde es ansonsten vielleicht einmal in der küche probieren der küche robert ja füllen wir mich in die küche oder oder kriegt ihr das nicht hin wenn auch so wenig wie wenig wie ihr hinbekommt so klärt wer verantwortlich ist für für den tod robert ich glaube du hast schon wieder etwas zu tief in den krug heute geschaut ich habe den tod so häufig gesehen das ist es nun das glaube ich dir aber ich kann dir versichern wir sind drauf und dran das rätsel zu lösen es ist kein rätsel du machst ein rätsel heraus jeder weiß wer es war warum warum bringst du dich auf die seite des königs gegen den du gekämpft hast ich bin auf der seite des rechts meine aufgabe ist es auch beweise dafür zu finden damit ein für allemal klar ist wer wofür verantwortlich ist und nicht auf überlegungen und vielleicht vorurteile zu agieren vor dem recht hat nur der fakt die möglichkeit die wahrheit an den tag zu bringen der einzige fakt den es gibt ist wein und vielleicht ein schwert und vielleicht eine schöne frau das ist alles was uns etwas bringen mag aber wie wärs wenn du meister des rechts vielleicht den job richtig machst wie wärs wenn du mal mit diesem wahres sprichst schon mal an diese person gedacht und wenn du mir jetzt vorwürfst dass ich nicht meinen job machen möchte ich daran erinnern dass du mich in diesem moment davon abhältst meinen job zu machen entschuldigen sie entschuldigen sie meister des rechts ich hab ganz vergessen dass wir eine wichtige position haben bei hofer da es war es in der nähe wird an ihrer stelle würde ich einfach mal da vorbeischauen danke für den hinweis robert sonst arbeitet ja keiner vernünftig in dem bereich hier diplomats kutscher bringen sie mich weg holen sie vorher weinen und dann bringen sie mich nach keine ahnung hause oder irgendwo hin irgendwo nirgendwo legt den guten mann etwas trocken furchtbar das leben hier statt geht ich werde mich zu bette begeben und wenn hier irgendjemand aufschlägt der mit mir sprechen möchte dann sagen sie mir bescheid verstanden jawohl mein doch sehr gut ok jetzt haben wir ja also jetzt ist meiner meinung nach so der wechsel rüber richtung der muss halt besoffen sein also jetzt ist ja jetzt ist ja der robot eigentlich wie er ist nur nur dass er halt kein könig ist währenddessen oder doch er ist ja könig er ist der könig von sturmkapp er ist halt nicht könig der sieben königs lande und das meiner meinung nach lässt ihn halt ja bisschen depressiver rüber kommen ne zum könig gebracht und popcorn ja was wollen sie denn machen selbst der onkel rebelliert uff der onkel welcher onkel jetzt genau selbst der onkel rebelliert ähm so hier haben wir nochmal was das nehmen wir nochmal mit rein das ist das erste mal dass wir uns jetzt richtig alleine um unser reich kümmern können ne zu dem zeitpunkt äh ist tatsächlich vorher noch gar nicht der fall gewesen hier wir nehmen unseren maester den werden wir mal zuweisen eine neue rolle zuweisen den brauchen wir nicht inspirierten charakter finanzieren lass mich damit in ruhe brauchen wir auch nicht was wir machen werden ist wir rüsten im frieden für den krieg damit wir gut aufgestellt sind äh ja passt und soweit pf 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 denken könig rega tagarien und ich wurden rivalen ich muss mich irgendwie ein reger recht nicht blicken und zum galgen vor mir hoch wenn ich nur vorsichtig genug vorgehe wird vielleicht bald schon dran hängen ein mord komplott gegen könig rega wird begonnen werden jetzt ist hier der nächste tod onkel und wasser was braucht denn der kasse land für einen wert wahrscheinlich egal wir packen unseren onkel einfach da rein was soll schon passieren der irre betrunkene robert so sieht es denn aus wer ist denn hier überall wo gerade eben königsmund da sammeln sich die vier leute gut okay sonst sonst ist kanada agent schließt sich komplett an jetzt geht es ja aber richtig und ok hast du lagen kann unterschiedliche werte verwendung wird dann unterschiedlich werter lord baratheon der werte könig graufreude würde gerne eine audience bei ihnen haben ja ich bin sturmkarp ja schön ja schön ja was wollt ihr von mir ich dachte mal ich gucke mir mal ein bisschen um wie es hier woanders aussieht jetzt da ich endlich könig bin was wollt ihr ihr strapaziert meine geduld ich bin heute nicht in der stimmung besucht zu empfangen der unwichtig ist ich erinnere dich daran dass du mit einem könig sprichst und du auch mit einem anderen in seinem blablabla das hochgeschwärts kannst du dir sparen der könig sie sehr bist doch kein könig du bist lord ein könig ist rega und genau darüber will ich sprechen muss von könig zu könig wäre doch viel schöner zu sprechen ich frage mich warum ihr euch alle eigentlich von solchen lügen immer noch so beherrschen das ganz ehrlich so ein bastard das sind sie doch alle die tage alles basteln und was anderes zu sagen keine drachen kein nichts nachseitig die drachen tot sind was brauchen sie da lügen oder wollen dann alles verbrennen weil die sich an ihrer macht klammern ich kann dir sagen so ein königsthron gefällt einem schon recht gut ich würde dir so einen auf jeden fall empfehlen und was hätten wir doch alle davon brauchen wir doch kein ist die welt besser mit könig rega mit so einem der uns alles vorschreibt er dir vorschreibt was du zu glauben hast du dir vorschreibt was du zu denken hast der sagt niemand darf wie eine offene offen sagt ich bin offen und dann betrügt euch alle also falls du irgendwann mal überlegst keine betrüger mehr als könig haben zu wollen fischen muss sagen wir fänden das ganz interessant das anzuhören was dann so passieren würde brauchen kein großes königreich neben uns was die eisen inseln vielleicht irgendwann vergisst was sie geschworen haben uns die unabhängigkeit zu lassen weil dem rega traue ich kein nichts nichts mehr oder siehst du das anders fühlst du dich nicht mehr betrogen vom prinz oder wo ist der starke es ist doch egal was ich denke ich bin hier die ganze zeit in diesem königsland und rede immer und immer wieder davon dass diese targaryens nicht zu vertrauen sind sie haben eine verlobte umgebracht und und es ist doch vollkommen hinfällig was ich erzähle du siehst doch selbst niemand hat den mumm sich gegen ein targaryen zu erheben und wenn man es tut wie wir dann nutzen sie sich noch gegenseitig aus in ihrer schwäche und nehmen sich gegenseitig den thron weg das ist es wo wir uns hier befinden das ist es was wir tun mein vater hat sich den thron genommen und ich sitze jetzt drauf also es ist nichts unmöglich und ein prinz der angst vor eiseninseln hat wie es sich gehört und sie unabhängig lässt weil er weiß dass sonst verbündete sterben und kinder also jetzt ist auch noch andere sachen passieren hier und wie gesagt ein könig thron ist schön ist schön wenn man sein eigener herr ist und nicht vom könig was gesagt kriegt der einem sagt was er glauben denken und man was man machen soll und der einem sagt mein wort dann kommt er so gut so als ob es offen ist möchte für aufklärung sorgen so werden also die wester wird westeros regiert ich hoffe nicht lange westeros regiert ist doch selber nicht was hier in westeros passiert hier so alles sinnlos saufen herum holen das ist es was was das leben noch lebenswert macht aber kann dir sagen als könig verwerte das niemand und du bist immer im recht dann kommt keiner und sagt was wirst du rum was säufst du rum sondern das sind deine regeln warum sollte ich könig werden wollen warum sollte ich mir diesen stress antun wieso du änderst doch nur von nord auf könig du musst nicht könig von drei monate wozu brauchst du so ein großland bist du nicht glücklich in deinen landen und willst dir was wenn jemand anders zu sagen haben ich sag's dir sei unabhängig sei dein eigener herr haben die sturmlanders nicht verdient oder führen sich die sturm landen als tag ariens und wie sollen wir das machen einer intelligenten einschätzung nach meiner armee ist schmal und klein und schmächtig im gegensatz zu ihnen selbst wenn du mit deinen paar leuten unterstützt sind die armeen unaufhaltbar unaufhaltbar und ein meister des rechts der eventuell erkennt dass er das wird passieren wenn das recht gesprochen wird in diesem königslande und rega als lügner frieden von fluss den flussland das grüne tal warum sollten sie weiterhin prinz rega treu sein wenn alles auf eine lüge aufgebaut ist und das kind in dorna es ist ein kind das sollte kein problem sein es ist unmöglich ich bin jetzt schon im tode näher als ich eigentlich ist es mir egal mir glaubt niemand niemand möchte gegen den könig aufgebären sollen sie doch in ihrem jämmerlichen leben weiterleben wenn mich keiner meiner rache unterstützen möchte dann können mich auch alle gerne ich hab dich wieder gerne wenn ich dich auf einem königsthron sitze in den sturm landen und ich hoffe dass eines tages zu sehen damit jetzt hier nicht die lannisters die verräter in allen sächen hand des königs ganz ehrlich meine axt des schafs oder hand kann man auch irgendwann abschneiden das hätte ich bei seinem sohn machen sollen diesen kröppel diesen diesen gnom aber da war mein mein vater zu doof richtig zu reagieren geht schon wieder knickt er ein wie zuvor wir eingeknickt sind und zurückgetrieben wurden aus den westland nach den fluss landen vielleicht mir das auch bald wieder war mal sehen wie das klappt aber ich sag nur ein großes königreich von meinen inseln will ich ungern sehen kleinere königreiche sind viel schöner und damit koscher bringt mich zu meinem salztron weiß nicht was du sagst er ist doch wahnsinnig absolut wahnsinnig dem was er tut nun das ist eine sehr interessante sache aber die sache ist halt auch wenn jetzt die eisen sind sich uns anschließen sollten dann haben wir auch keine chance also eine chance dagegen haben wir nicht erst wenn wir heiraten wenn ich deine tochter ein lord ja könnte herausbringen die aufgabe darf gelingen jawohl dann können wir sie jetzt auch umbringen okay sogar sehr gerne also wenn wir lord eddard sind 15.000 wahlon 15.000 15.000 doch 45.000 57.000 selbst damit selbst damit sind wir noch nicht mal so gut wie die armee von von rega selbst und dann kommen doch die ganzen einzelnen dazu die länder ist da kommen doch mit dazu dann kommt noch einmal er kommt noch einmal die weite mit dazu dann kommt dorne noch mit dazu die aufgebote sind nicht eins zu eins das sind nur ein paar das ist nur ein prozentsatz ungefähr ein aufgeboten fünf prozent oder so dass uns mal gucken wie ist denn die lehnsbande bei uns hier drei zehn prozent zehn prozent müssen von unserer armee abziehen also 1500 leute ja gut dann lass es vielleicht 5000 leute weniger sein hinterher bei ihm aber das ist halt fliegenschutz kann man glaube ich so sagen ja es ist nicht so wichtig putscher bringen mich einmal nach winterfell zu meinen bruder und meinem vater wenn man es so möchte dann lasst uns doch mal alle zieht uns doch mal alle in den thronsaal dann sind wir da wieder etwas offener und dann können wir da ja auch gespräche führen und grau freut auch warte mal außer robert hat irgendwas zu besprechen ich freue mich euch zu sehen er dort schon euch beide bedeutet mir so viel familie kommt ja auch immer recht recht früh ich war ein bisschen ein bisschen getrunken ein bisschen rumgeholt und ein bisschen ich glaube ich habe ich zwischendrin auch was der datt was ist unser stand der zusammenhalten so reales sinnlos aber was haltet ihr davon jetzt nur mal rein hypothetisch gesprochen ich habe mit den draufreutüten dort gesprochen gehabt der immer wieder ankommen mit seinem könig könig stand könig könige aber was haltet ihr davon denn wenn wir unseren könig vielleicht auch das zeitliche segnen lassen bei dem ersten haben wir es doch auch fast geschafft was sagt ihr dazu ist das ist gut oder und wie willst du das anstellen robert vielleicht habe ich ein paar vögelchen wie wahres sie nannte ins schloss gebracht die möglicherweise dafür sorgen dass der irgendwann durch zufall aus der treppe ausrutscht das ist nicht die art wie wir agieren die art wie wir agieren wie ist denn die art wie wir agieren unsere ehre in den vordergrund stellen und dann nur die die verlobte töten lassen von irgendwelchen königsfamilien wir müssen zeigen was für ein könig räger ist und dass er nicht die glänzende äußere in sich trägt wir müssen die restlichen lords im besten fall ganz westeros davon überzeugen und dann in gerechter sache gemeinsam gegen ihn vorgehen ich stimme dir zu dass wir gegen ihn vorgehen müssen und dass gerechtigkeit genüge getan werden muss ich traue diesem könig kein bisschen mehr und ich halte ihn auch nicht für ehrlich aber robert ein mordanschlag wenn er dadurch das zeitlich gesegnet habe ich mein zorn bekommen habe ich meine rache bekommen das ist genau das was ich möchte ich habe übrigens auch dem wie hieß er meister des rechts oder so einen kleinen besuch abgestattet und ihm gesagt wie scheiße seine arbeit eigentlich ist robert das macht uns die sache hier nicht leichter er ist doch sowieso gekauft früher kämpft er mit uns gegen seinen vater und jetzt jetzt erzählt er uns irgendetwas davon dass er sich fürs recht einsetzt wer es glaubt der tod kann eine folge von gerechtigkeit sein aber dafür muss es einen prozess geben muss es eine klare festlegung geben es sollte nicht jemand alleine aus gründen nur also ich verstehe ja deine gefühle robert meinst du nicht dass es mir auch schwerfällt schon was was ja ich bin absolut auf eurer seite ich bin fast ein bisschen entsetzt aber ich glaube ihr redet im im suff und das vernebelt einfach den klaren verstand wie ich schon sagte robert sagt mir dass diese vögelchen wieso sie nennst noch nicht ausgeflogen sind das weiß ich wenn man es auf dem schlachtfeld nicht regeln kann man es halt anders da kann die zunge wie ein deutsch sein wenn das schwert in der scheide bleibt ich habe ich weiß nicht ob es eine gute idee ist oder nicht robert gibst du uns bitte eine minute kurz unter vier augen mit john ich möchte möchtet ihr mich jetzt auch noch hintergehen ist der könig getan hat ich möchte etwas in deinem sinne tun alle gegen robert ob dies eine gute entscheidung ist ich brauche den ratschlag unseres ziehvaters bevor ich es dir offenbare mein gut dann gehe ich in die speisekammer und guck mal das ist eine gute idee ich werde euch rufen sobald er wieder hier reinkommen kann so erholt moin hallo das wird auch hinterher alles auf dem anker kanal hochgeladen werden ich bin also ich bin der festen überzeugung wir werden den heutigen abend nicht überleben und wir werden morgen als tannis spielen und das wird ein sehr interessantes roleplay werden da bin ich mir sicher wenn wir als tannis spielen werden das wird sehr sehr cool werden ob sie mauser vielen lieben dank für die fünf verschenkten subs dank dir vielmals dankeschön also tannis ist ja ein ganz anderer charakter während er hier tapfer gesellig zornig und lüstern ist zornig und lüstern ist das worauf ich dieses attentat beziehe ist gleichzeitig tannis er der gerechte der sture ja aber auch gleichzeitig derjenige der gefühllos ist und der zynisch ist also dass das geile ist halt der zynismus also zynismus ist halt immer super ja dass das können wir bestimmt gut rüberbringen sofern es dann ist nicht seiner krankheit erliegt er ist schon wieder gesund der ist der hat schon wieder keine erkrankung mehr er ist wieder gesund geworden und ich glaube mit dem können wir richtig richtig gut agieren wir müssen schauen dass wir das schnell machen weil ich glaube dass ich weiß nicht ob bei den landes das ist ja schon verheiratet ist und jetzt zwei kinder naja aber besser mit zwei kindern dann ehelichen als als gar nicht keine affären auch affären könnten wir suchen währenddessen die aus dorne ich glaube nicht also jetzt mal jetzt mal butter bei die fische in der jetzigen situation wo wir uns rp technisch befinden da wird uns niemand heiraten niemand robert ist derjenige der rebelliert bist du aufnahmefähig hast du ein bisschen ich habe etwas wichtiges mit dir zu besprechen etwas was dir vielleicht gefallen könnte was denn robert du willst gerechtigkeit und du willst ein für alle mal entschieden haben und am liebsten willst du rega tot sehen nicht wahr sehr sehr intelligent seid ihr ein maester robert was hältst du davon dass du eins gegen eins gegen rega ein duell führst ein götterurteil durch zweikampf das sollte dir zustehen es zu fordern und wenn rega als ablehnt dann bringt uns das sympathien im sinne des rechts rega hat hoffentlich noch vielleicht ein quäntchen ehrgefühl ich weiß es nicht dass er sich dir auf dem schlachtfeld gegenüber steht und dass es einen kampf gibt den die götter entscheiden bei all den anschuldigungen im raum das wäre deine chance robert und ihr unterstützt mich dabei hier stärken wir den rücken wenn es ein ehrenhafter zweikampf ist ein ehrenhaftes duell um diese ganzen schwierigkeiten und und alles was vorgekommen ist aus der welt zu schaffen dann ja steiner man hört die leute übrigens bei dir leicht doppelt ich stimme zu ich stimme zu und finde diese idee sehr gut lasst mich lasst mich diesen rega töten aber robert alkohol du musst bei vollem geist sein du musst du weißt was dein ziel ist und dafür solltest du jetzt die rückreise dann trinke ich jetzt den letzten schluck okay und noch ein wenig auf der rückreise aber nur ein wenig auf der rückreise john vielleicht hast du noch ein paar worte an an robert reiß dich zusammen mein sohn das ist jetzt eine gelegenheit vielleicht aus dieser tragödie noch herauszukommen aber dafür brauchst du einen klaren verstand schon ich habe dich immer wie mein vater gesehen aber leider nie ganz wie mein vater weil du bist so hässlich dafür ich bin halt deine eine schönheit aber ich nehme trotzdem sehr viel von deinem urteil mit dankeschön nun wenn ihr wir dann wo geht's raus tod durch götter nein schicht spruch ihr sagt mir bescheid wir sagen die bescheid und du trinkst jetzt erstmal nichts ok soll denn der kutscher die herausforderungen rega überbringen der ich würde sagen ich glaube es soll ja sowieso eine versammlung kommen ich würde sagen das können wir dort mit einbringen oder ja ich glaube auch dass das von robert selbst gesagt werden sollte denn nur derjenige der dann auch nun gerechtigkeit möchte kann ein ein götterurteil fordern hier spricht ein kutscher aus der jämmer aus königsmund an den werten lord robert baratheon euch wird vorgeworfen die königin elia martell umgebracht zu haben ihr habt gelegenheit euch dazu zu äußern und werden an den ruf eingeladen und vor ein gericht gestellt rp technisch bin ich wieder nüchtern und nur damit das einmal genannt ist haben wir das mitbekommen dass das offiziell genannt wurde oder wurde es nur hier im vertrauen sie werden als zeugen eingeladen aber wenn alle darüber in der gerichtsversammlung ihr könnt euch gerne beraten ob ihr daran teilnehmen ja natürlich wen soll ich umgebracht haben was euch wird vorgeworfen es ist momentan ein vorwurf die königin elia martell umgebracht zu haben ja martell ich war nicht mal in ihrer nähe ich hatte noch mit john darüber gesprochen dass es einen raben gab vor kurzem der von ihrem tod berichtete und das unklar ist wie sie starb ich habe nicht mal etwas davon mitbekommen wer unterbreitet diesen vorwurf der könig selber nun nun gut jetzt haben wir aber einen doppelten grund für um so ein duell zu fordern das stimmt bringt uns nach königsmund frage ist wurde schon gefragt ob die runde noch heute fortgesetzt wird oder ob ihr ja ich würde vielleicht sagen dass wir jetzt diese verhandlungen vielleicht als das finale für heute machen oder und dann haben wir das passen immer dass die konsequenz des ganzes wird morgen gespielt wenn wir müssen das noch so ausdenken können dann kommt ja ein edikt des königs jetzt als konsequenz für das nicht kommen also wir haben so oder so ein gutes finale jetzt gleich vielleicht sollte rino noch geholt werden einfach nur auch oc mäßig dass er jetzt das noch miterlebt er hat ja auch gelobt dass die krone zu verteidigen im fall eines konflikten sein vater aber trotzdem sagen dass rega würde denken das fordert jetzt auch ein ob das dann rino macht ist das gespräch hatten wir schon moris das habe ich schon gehört lass uns ausspielen ja bitte wieder ab ins in in ap let's do it habe ich recht verstanden dass robert jetzt angereist ist und sich dem richten dem tribunal stellt für ich also ich habe erst mal nur gehört dass es eine anklage gibt genau also die wahl okay genau die wahl gibt es ja zwischen du reist an und du reist nicht an das heißt du hast dich entschieden anzureisen genau ja okay nun denn als meister des rechts muss ich an dieser stelle diese anhörung auch eröffnen werter lieber freund robert baratheon die wird vorgeworfen zumindest es kam mir beziehungsweise uns so zu ordnen dass die königsmutter vor kurzem abgelebt ist und du eventuell daran beteiligt bist kannst du bitte deine umstände erklären beziehungsweise und ich hoffe sehr darauf auch beweisen dass du nichts damit zu tun hast wie soll ich denn meine unschuld beweisen wenn ich nicht mal in der nähe war ihr solltet ja meine schuld beweisen ich habe nicht mal etwas von ihrem ableben mitbekommen das ist ein springender punkt ich darf vielleicht an dieser stelle auch gleich unseren könig fragen könig rega ich wurde selbst auf diesem wege informiert dass die königin mutter abgelebt sei und dass schon vermutungen im raum stehen wer dahinter stecken könnte könnt ihr eventuell kurz erklären wie es denn dazu kam horst natürlich mein werter freund und meister des rechts mein herz ist schwer oblich ich das ableben unserer königin erleben musste wie sie in meinen armen verstorben ist und doch scheint es mir bin ich der einzige der hier trauert mit solchen samt handschuhen wie ihr ihren mörder hier behandelt wie kann es sein dass nur ich die wut in diesen thronsaal trage und ihr mich fragt woher ich weiß wo meine geliebte königin getötet wurde haben wir nicht alle erlebt wie robert baratheon das turnier verlassen hat träumend vor wut ohne jegliche beweise mich nach wie vor gräuelt hatten bezichtigend die er niemals beweisen konnte haben wir nicht alle erlebt wie er krieg über ganz westeros gebracht hat in seiner wut und in seiner irrationalität und emotionalität was gibt es da noch zu beweisen es ist eindeutig dass robert baratheon schuldig ist erst hat er krieg und verderben über tausende menschen gebracht und jetzt hat er sich gerecht indem er unsere wunderschöne und unschuldige königin aus dem hause mattel eine adelige aus dorne hinterlistig ermorden ließ ihr stürmischen hunde ihr seid daran schuld dass meine schwester ermordet wurde da gibt es keine zweifel hier gibt es nichts zu beweisen hier gibt es recht zu sprechen im namen des königs welch ein schauspiel natürlich als grunde final gegen den alben alten robert ein abgekatertes spiel am königshof wunderbar schön unterhaltet mich weiter da muss auch ich natürlich mich wieder vor allen hier in die mitte stellen und auch kurz anmerken dass hier in westeros noch immer das recht entscheidet darüber ob jemand auch tatsächlich schuldig oder nicht schuldig ist und solange keine beweise auf den tisch gelegt werden können dass robert baratheon tatsächlich dafür verantwortlich ist kann ich das an dieser stelle auch nicht gutheißen dass vorweg ohne beweise und ohne die wahrheit wirklich auf den tisch legen zu können sofort als verräter als mörder oder was auch immer bezichtigt wird das recht ist der könig und ich kann nicht glauben dass ihr das recht untergeht die königin eure königin wurde ermordet und ihr sprecht von einer mitte welche mitte kann es beim mord geben welche mitte kann es geben wenn euer könig verleumdet wird seit jahren von diesen tyrannen sie haben uns krieg verderben und mord gebracht und ihr seid unfähig es zu sehen obgleich es wahrscheinlich mit eurer persönlichen befindlichkeit zu tun hat wenn ihr hier den angeklickten mörder mit eurem freund begrüßt ich kann nicht glauben dass mein eigener rat mich hintergeht ich fordere den kopf von robert baratheon ich fordere den kopf von dem mitverschwörer edard stark und ich fordere den rücktritt des meister des rechts der offensichtlich nicht mehr in der lage ist von recht und unrecht zu unterscheiden obgleich in seine persönlichen befindlichkeiten in frage stellen tywin lannister als hand des königs wert ihr so gütig und würde recht sprechen haltet ein an dieser stelle möchte ich noch anmerken dass wenn ihr tatsächlich vor habt ohne beweise meinen lieben verwandten edard stark als auch robert baratheon hinzurichten dann müsst auch ihr mich hinrichten denn ich kann es nicht mit mir verantworten dass ich an dieser stelle vor dem recht einbreche und dieses schauspiel tatsächlich so zulasse es sind die blutsbande die offensichtlich stärker sind als eure treue zum könig und mit dieser aussage habt ihr eindeutig gezeigt dass ihr zu nichts anderem imstande seid als dem verrat aufgrund von persönlicher befindlichkeiten weil eure blutsbande für euch wichtiger ist dass eure pflicht und eure blutsbande euch wichtiger ist dass eure treue die familie steht bei denen an erster stelle recht immer nur ein zweiter wir alle haben gehört wie robert baratheon sich jedem versuch frieden zu stiften zunächst verweigert hat wir immer neue anschuldigungen selbst als lange frieden herrschte hervor kramte um dem könig etwas anzulasten wir alle haben gesehen wir immer noch auf rache sann auf blut auf krieg nun wissen wir wessen weg und wessen werkzeug er sich bedienen wollte um jenes zu erreichen können wir es zulassen werte lords werte ladies das weiterhin ein solcher instabilitätsfaktor das reich beschädigt ich sage nein ich sage der könig hat wahr und recht gesprochen also wollt ihr mich jetzt hiermit verurteilen robert seid kurz ruhig tyven lannister ihr behauptet dass derjenige der sagt es braucht keine beweise recht spricht und ein ein könig wie ein könig handelt hier hat sich ein erneuter tyrann offenbart wir haben einen weiteren könig aber aber vielleicht gibt es eine möglichkeit aus diesem schrecklichen krieg oder einen schrecklichen krieg zu verhindern ich schlage vor dass ein zweikampf stattfindet zwischen robert baratheon und regis eine art gottesurteil und ich fordere dieses recht ein götterurteil durch zwei anderen lords anschließen hört hört die götter werden entscheiden meine alternative wäre ein klassisches schwurgericht gewesen wo drei eben ständige herrscher über einen herrscher urteilen aber einen gottesurteil einen trial bei combat werde ich mir nicht entgegenstellen mögen die gottes richten sie richten immer richtig der angeklagt hat ein uraltes recht auf ein trial bei combat dieses uralte recht müssen wir respektieren so ist auch den dornen dann kommt wer will sich mir im ring stellen vielleicht du rega oder traust du dich nicht ich darf erwähnen dass jeder auch einen champion an seiner stadt nennen darf ja ich nenne mich ich rega wichtigster meines namens könig von besteross bezwinger des kriegs bringer des friedens der letzte wahre drache und herrscher über den eisernen thron nehme den zweikampf auf leben und tod im namen der götter an ich werde mich mit meinem kleinen rat beraten obgleich ich denn alleine in den ring steigen werde oder ein edler ritter an meiner stadt für mich kämpft mögen die götter richten oh na und denn ein feiger könig der sich nicht mal jetzt schon offenbaren kann dass er nicht in erinnern möchte es ist gut es ist gut eine beleidigung des königs dafür können wir dich nochmal anklagen mögen die götter uns gerechtigkeit bringt ihr gehört wie er bereits weiter auf der horne gespuckt hat offensichtlich war er der täter es ist doch der könig hat sich diesem barbarischen ritual gestellt so sei es denn so sei es denn wir ziehen uns zurück zur beratung nun an dieser stelle muss ich jedoch noch anmerken dass ich es nicht mehr für mich vermag mich als mitglied des kleinen rats zu sehen denn es ist ein schauspiel das heute hier stattgefunden hat das gezeigt hat dass das recht nicht in unserer mitte ist sondern dass vorwürfe in den raum gestellt werden befindlichkeiten emotionen uns dominieren und nicht die objektivität das ist was uns in irgendeiner art und weise vorantreibt oder vorantreiben sollte dementsprechend ziehe ich mich zurück aus dem kleinen rat und lege das amt des meistes des rechtes ab ich bin schwer enttäuscht ich dachte dass wir endlich einigkeit investoren gefunden haben wie viel kampf geschickt jetzt bin ich aber verwirrt warst du nicht schon entlassen 49 also da kommt ein leicht überhört ich war einfach immer das letzte wort haben ich frage mich wie jemand sich meister des rechts nennen möchte er das recht durch die götter nicht anerkennt und er das recht das durch die götter nun gesprochen wird als schauspiel tunichte macht aber vielleicht ist das auch einfach der norden der barbarisch ist und nicht imstande ist die gepflogenheiten von westeros anzuerkennen der norden meine nicht in der stärkste ariana martell wird bald 16 des lebens jahres erfüllen und dann mit ehre und mit genug tun das recht im rate die position meister des rechts gerne im rate erfüllen und zwar im sinne des königs so soll es sein eine exzellente idee ich denke wir sollten erstmal das gottesurteil abwarten als einen anderen könig hochfahrt er sind bereits auf hochfahrer nein er wünscht sich einen anderen könig herbei ich habe gesagt vielleicht gibt es einen anderen alleine die möglichkeit an der stelle würde ich sagen wählen wir das rollpläte heute ich glaube das ist ein sehr guter punkt ein cliffhanger den man nicht besser schreiben können leute schaltet morgen wieder ein morgen 17.30 geht es weiter mit dem gottesurteil mein gott das ist ja ich möchte mich einmal entschuldigen ich lüge seit sechs stunden lang das ist jetzt immer offensichtlicher geworden ich möchte an der stelle einmal moris die füße küssen dass du mir wurde das zugetragen aber möchtest du das jetzt wirklich spoilern alle dann ich dann sage ich noch nicht dann mach ich das morgen abend ich würde ich würde ich würde gerne morgen abend auf jetzt das ist nicht gut ich möchte übrigens noch anmerken bezüglich des duells dass es wahrscheinlich schwierig werden könnte einen persönlichen champion zu bestimmen wir sind uns tatsächlich sehr uneinig was das betrifft weil es gibt ja im spiel die möglichkeit einen persönlichen champion auszuwählen in den hoftiteln allerdings wissen wir nicht ob dieser dann auch in rivalen kämpfen die ja gemacht werden können auch für einen streitet haben wir ja mal ausprobieren bis morgen ja aus ja können wir bis morgen aus sollten wir auch besser weil daran könnte die sonst wäre die verhandlung darüber ziemlich sinnlos aber ihr seid rivalen richtig ja genau das heißt ihr könnten driver kommen also ein zweikampf ja das haben wir auch überprüft okay das meint auch gerade das geht ja gerade schon geschaut ich habe leider aus irgendeinem grund den berg nicht mehr bei mir als charakter daran habe ich schon gedacht dass der vorschlag von tippen bestimmt kommt ja haltet ein haltet ein das klärt sich morgen da gibt es noch ein paar andere kandidaten belassen bis dabei so als kleinen weiteren cliffhanger dann erfreut euch auf andere sehr sehr imposante charaktere wer das wohl sein könnte ja es gibt ja noch überlegt man ja in der tat wir haben ja eine andere geschichte hier das wäre fantastisch okay das sollten wir wie technisch klären es wäre ganz cool wenn man da haben schon wenige dran dass alle zuschauer und den stream des anderen anmachen während der zeit will ich sagen ja oder ja oder ich glaube das bild da ja okay wir haben also wir können ja eigentlich das wort ohne probleme rein streamen okay das also müsste ich gefallen liebe leute der erste abend wie fandet ihr es mal so ein bisschen feedback final für morgen überlegen also eine von beiden varianten sollte gut passen wir müssen halt noch mal kommen wie die übertragungsqualität bei discord ist an der stelle möchte ich einmal ganz kurz erwähnen ich habe ich habe sag ich mal ich habe mich sehr auf dieses event gefreut und ich muss sagen ich habe schon gedacht ja wir starten mit einem konflikt und das wird bestimmt ein bisschen knifflig weil wir ja nicht einfach direkt in den kriegelein laufen 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 können wir brüsten vorher ein bisschen vorgepänkelt haben was vielleicht den einen oder anderen zuschauer ein bisschen zäh vorkommt aber ich muss sagen holy moly finde ich euer erp in jeder einzelne charakter den ihr hier spielt der ist so geil performt egal ob es moris als der nister ist radler als als maize trail das ist einfach so gottlike was du hier ablieferst ihr gab es ein baratheon also jeder einzelne charakter hier in der runde finde ich der spielt diesen charakter so gut und das macht so viel spaß hier einfach mitzumachen also ich weiß nicht wieder wie die chats aufnehmen und so weiter aber selbst ich bin alle begeistert und ich auch ich das einzige problem ist dass ich mir mit dem rollenspiel schwerte weil ich aus dem lachen nicht mehr rauskommt ja eigentlich gesehen nie gelacht hat seitdem seine frau gestorben ist aber nicht nicht sehr authentisch gebe ich offen zu aber es wird sehr gefeiert ich muss auch an dich und gaios und an alle mitspieler und andy kutscher und alle die sonst irgendwie beteiligt waren vielleicht hinter kulissen und ich weiß das gar nicht so ein lob aussprechen ich hatte auch ehrlich gesagt also ich wusste dass es bei den teilnehmern nicht scheiße werden kann aber das ist so lustig werden würde ich habe es auch gedacht weil in meinem durchlauf ist oft so okay jetzt ist die rebellion besiegt und jetzt passiert irgendwie kaum noch was weil alles ist jetzt ein land und es gibt keinen anreiz mehr dass was passiert und die kai macht ja so viel dann nicht aber ja bei uns läuft das anders jetzt beginnt ja erst so das spannende wenn der erste rebellionskrieg vorbei ist diese ganzen möglichen intrigen und nachwirrungen und also ich muss aber ich kann auch nur hier ecke zustimmen es macht so viel spaß hier einfach das zu spielen und es hat dann so richtig fad aufgenommen und es hat sich alles so schön verstrickt und wir sind jetzt einfach in so einer schönen alternativ geschichte die halt so noch mal was völlig neues für zuschauer bietet aber diese grundlage hat in der welt von game of thrones also mir macht es auch ja sehr viel spaß hastag kutscher loben an der stelle also wirklich das was die kutscher wieder mitmachen hier wieder richtig toll gute performance also jeder einzelne von euch danke danke dass ihr mit dabei seid auch sehr leid wenn ich übernehme ich übernehme mal kurz im namen unserer kutscher gilde die gegendank sagung es ist uns natürlich immer eine ehre und euch zur verfügung zu stehen und wir haben uns auch immer sehr amüsiert darüber was hier geschehen ist und wir hatten das ja dieses mal so gehandhabt dass wir quasi fast für jeden streamer einen eigenen kutscher zur verfügung hatten ich hoffe das kriegen wir morgen auch wieder hin aber wie gesagt wir sind sehr erfreut darüber euch zu diensten sein zu können ja ich fand auch seine performance als wahres sehr sehr schön es kann mir ein spontaner gedanke dass ich doch valasarius fragen kann man hatten wir tatsächlich im roleplay auch noch einen wahres der dann mit uns gesprochen hat das hat glaube ich auch sehr viel beigetragen vielleicht gibt es ja noch morgen auch ein zwei varianten wo man irgendeine besondere persönlichkeit noch mal hören kann oder verkörpern kann ja er hat ja dann auch noch zwei andere rollen übernommen weil auch die befragung durch coppelius durch die königskraft hat auch noch stattgefunden hat die hat stattgefunden natürlich er hat dann auch noch äh serr arthur dane und gerold hohenturm in der aber alles anschauen bei coppelius im nachgang sehr schön geil ja also ich dachte auch noch mal empfehlen wir uns ja wahrscheinlich auf verschiedenen plattformen hochladen ich bin sicher auch in meinem chat wurde schon häufiger gesagt oh da will ich jetzt vor allem pias gesicht wurde sich oft gewünscht bei verschiedenen momenten steinwallens gesicht bei meinem komischen verrat am anfang wurde sich gewünscht im beber moment interessant ja das ist das einzige wo ich mich echt noch mal entschuldigen muss das war ja wirklich also verrat in game immer gerne aber das war ja wirklich ein fail into irgendwie auch semi echte verarscht was nicht geplant war ich kam einfach selbst mit dieser komischen pop-up mehrere billionen situationen nicht klar und habe dann irgendwie ich hoffe ich habe euch halt den anfang nicht so sehr kaputt gemacht damit habe auch nur versucht dass irgendwie jetzt wieder in einen ap faden zu bringen der sinn ergibt statt taiwan ist da in den west also in königsmund und kann niemanden angreifen weil er formell auf der falschen seite steht ja so lange taiwan merkt wenn ein schiff sinkt und dann wieder auf ein anderes bereit ist zu springen ist das ja alles wunderbar ist der charakter hat es in die geschichte ja finde ich auch hat hat gut in die geschichte gepasst ich möchte einmal an der stelle anbringen dass es eine herausforderung ist wenn man von ranger im rp gehasst wird weil ranger das so gut spielt dass ich zwischendurch hier saß und mir dachte oh mein gott entschuldigung ich kenne dich immer nur als den lustigen besoffenen auf einmal bist du der fiese besoffenen heute war man eine andere rolle es ist großartig wirklich das ist absolut großartig also ich möchte mich auch entschuldigen für mein ganzes gehuste ich schaffe das so selten mich weg zu muten manchmal mute ich mich weg damit ich wieder habe ich mich entmutet huste dann voll die in das mikro und mute mich danach wieder habe ich so gut verkörpern können mit der lungenentzündung ja aber der ist halt nach drei tagen gestorben daran gut dann halt doch nur oberen mattel aber der ist natürlich auch das macht ja kein unterschied eigentlich ja aber auch mein halbwegs keine ahnung sie müssen halb spanisch arabischen akzente die versuche an den tisch zu bringen ich finde den voll authentisch schon wie ein dornes klingt 100 prozent also zumindest ja ich hoffe dass ich das morgen auch weiter durchziehen kann also dass ich nicht aus der rolle fälle das wäre ganz cool also ich kann auch sagen mal aus aus meiner sicht heraus weil ich war ja die ganze zeit jetzt der fiese besoffene wie moris gerade gesagt hat es war einfach so mega lustig auch einfach auch einfach wir kennen ja alle die story eigentlich von game of thrones ja und trotzdem bleiben alle in der rolle und ich bin quasi der wahnsinnige der einfach die ganze zeit schreit tötet alle könige tötet sie endlich das ist so so geil einfach nur ich muss auch sagen dass so unsere zwiegespräche so eine schöne dynamik hatten immer mit robert und edda das hat so spaß gemacht ja auf einmal waren wir detektive wie scherlock holmes auf einmal irgendwo durch die welt gereist da sind noch hinweise lass uns mal mit wahres sprechen na jetzt müssen wir nach torne was ist in diesem turm drin das war so schön ja ich bin auch sehr zufrieden damit wie die geschichte jetzt eine art mehrfache wendung hat oder sowas hatte motto auch die kliniken ist interessant so spannend wir haben große schlachen gehabt also ich glaube auch an die zuschauer wir haben einen guten cliffhanger aber ich glaube selbst wenn dieser treiber kombinant durch ist selbst danach wird es nicht langweilig werden also was auch immer da passiert wird ja konnte ich orientiere mich halt sehr an roberts darstellung überlegen was heute alles in season 1 aber auch davor an der buchvorlage kompletten stillstand und nur gelaber am anfang haben zehn spieljahre gespielt muss man sich mal überlegen also nur in anführungszeichen morgen morgen geht noch was also wer morgen nicht einschaltet ist selber schuld und es werden auch charaktere sich verändern also lisa aaron wird vielleicht einen auftritt bekommen das stimmt morgen kommt doch dass vielleicht manche von uns den herrscher wechseln ja wichtige frage noch welcher außer doran mattel an sagen wir mal historischen charakteren sind denn jetzt eigentlich schon gestorben wenn man einen quellern mitnimmt reinträglich ich entschuldige mich jetzt schon an die kunst da wenn ich morgen ballon spiele und wenn ich bei mir dann spiele ich dann ist das ist irgendwann an der mauer verreckt hat sich genau das ist leider sehr rutschig sehr kalt war vor allem toll weil ich habe ich war gerade bei einer audienz mit pia und habe über wichtige königliche dinge geredet und plötzlich kommt das pop-up hey dein erzrival ist gestorben dass der beste tag deines lebens ich glaube er ist eben so gut also ich muss auch sagen radler du hast mich ganz am anfang direkt gekillt die erste interaktion mit dir war du kamst rein in den shuttle und haust dieses lang kurz an dich dieses richtige robert raus und du dieses ganz kurz langgezogene robert so und ich war ich muss mich so wegschmeißen du hast mich so abgeholt damit das war ich bin auf jeden fall gespannt ob ich drehe das dann ist komplett frei also ich werde auf jeden fall mal an die feurige dame ist einfach viel zu lieb um da irgendwie gemein zu sein oder auch mal irgendwie eine fette inträge zu sein wir fangen morgen schon um 9 uhr an also es gibt frühprogramm morgen mega stream morgen 15 stunden ich meine was ich mir halt vorstellen wenn man dazu gesagt hast aber du kannst ja auch jederzeit wenn du mal andere impulse hast es halt so rollen spielen dass deine mutter die jetzt halt mal was eingetrichtert hat und die die löffel angezogen hat das habe ich im detail mal versucht ja das habe ich im detail mal versucht ich habe halt einen sehr interessanten erben weil der sadistisch und stur ist und schlau noch dazu also das haben wir dann noch mal in der story ja aber hier nicht okay oha oh jetzt ist mir mein spiegelkrank ist alles gut ja gut wir hatten eine sehr interessante angetan mit dieser frisur ach ich für meinen teil verabschiede mich dann schon mal die kutscher werden euch morgen sicherlich wieder zu diensten sein und einen schönen abend noch ja einen schönen abend bleibt noch einer von den streamen dann online ich werde gleich noch wieder gnadenlos in city scanners 2 reinlöten ich bin morgen um 12 nämlich schon wieder live ich habe morgen zwei jahre twitch jubiläum morgen also quasi vor zwei jahren ich kann es mir immer gut merken was ist der releasetag von age of empires 4 also es war ja der 28 morgen ist es soweit und ich mache jetzt schamlos werbung wir verlosen einen 5000 euro pc wenn ihr morgen einschalten wollt 12 uhr ich mache das alles vor dem game of thrones event das machen wir dann abends weiter da klaue ich euch dann natürlich keine viewer aber jetzt klaue ich sie euch schamlos da muss ich von meinem stream in deinen reingehen damit ich den auch noch gewinnen kann geliebter bruder du kannst natürlich gerne den pc haben range hat gewonnen so ein zufall ist natürlich keine fetter wirtschaft ne ich schenke dir hinzu wird auch korrekt gesagt heute ist es ja eigentlich schon weil es ist neun nach null absolut richtig das ist auch im echten leben ein land ist aber was soll man sagen also liebe leute ich sag schon mal hier in ihr es war großartig freund